Es ist der 31. August 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und es ist tatsächlich die vierte Ausgabe in einem Monat, die wir heute hier in Angriff nehmen. Und wenn ich sage wir, dann ist wieder eine Truppe von Sendegärtnern zusammengekommen. Leider haben uns die Damen des Hauses, die Damen des Gartens heute einen Blumenkorb gegeben sozusagen. Aber ich begrüße hier an meiner Seite erstmal den lieben Lars. Guten Abend Lars. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Dann den Meister aller Technik, der Strippenzusammenhalter. Guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Die Stimme des Chaos, wie wir sie ja liebevoll nennen, ist auch einmal wieder mehr da. Guten Abend Marc. Guten Abend. So, und wir haben uns eingeladen, einen Menschen, der möglicherweise in ein paar Monaten Herald sein wird. Und auf jeden Fall aber in der Podcast-Welt relativ bekannt. Ein bekannter Fotograf, eigentlich ein Bildkünstler, aber er kann auch Audio. Und wir begrüßen den Chris Magwart. Guten Abend Chris. Einen schönen guten Abend. Chris, was ist ein Herald? Achso, das ist jemand, der Ansagen macht. Früher war der, glaube ich, so vor dem König hergegangen und hat proklamiert. Und heute ist das eher so im Zusammenhang mit dem Chaos Communication Kongress. Da sind die Leute, die auf der Bühne den nächsten Redner vorstellen und ein bisschen die Meute in Schach halten und hinterher vielleicht noch so eine Q&A Session moderieren. Und ich habe mir gedacht, das mache ich dieses Jahr mal. Sind das auch die, die die Leute dann so defragmentieren? Ich glaube ja, das gehört, glaube ich, mit in den Aufgabenbereich. Man muss dann auch die, die Tetris-Melodie können und so. Wo hast du dich denn da beworben jetzt? Nee, gar noch, noch gar nicht. Da kommt da irgendwann so ein, so ein Call vor Heralds oder so ähnlich. Und dann darf man sich da bewerben. Klingt gut. Call for Heralds. Ich fand das irgendwie ganz cool. Das ist irgendwie eine schöne Aufgabe. Und das ist ja dann der dritte Kongress, auf dem wir sind. Und irgendwie, wenn man da mal war, dann will man irgendwann auch mal so ein bisschen was in diese Community zurückgeben. Und das ist dann, das ist dann so eine der Möglichkeiten. Ansager. Sehr schön. Das ist eine schöne Rolle. Kann mir gut vorstellen. Als Podcaster ist man da ja quasi prädestiniert. Ja, auch. Genau. Sollte man da eigentlich irgendwie ein bisschen drauf haben. Das stimmt. Wunderbar. Mit dem Christmarkt wollen wir heute über ein Thema sprechen, nämlich, wie kann man Podcast monetarisieren? Der Hintergrund ist, wir haben ja beim letzten oder vorletzten Mal vom Explicator gesprochen, der ein neues Angebot, nämlich das Morgenradio angefangen hat. Das ist aber ein Bezahlangebot. Also der Explicator hat vom freien Angebot auf ein Bezahlangebot umgestellt. Mit fünf Euro pro Monat muss das bezahlt werden. Und wir haben das auch in seinen Worten ja gehört, dass es so ein bisschen, ja, es hat was Gutes, etwas Schlechtes. Einerseits ist es natürlich notwendig, wenn er davon leben will. Auf der anderen Seite verschreckt das möglicherweise Hörerinnen und Hörer. Das ist die Frage. Und wenn das jetzt mal übertrieben gesagt, wenn das jeder machen würde, dann würde ich für meine zehn Lieblingspodcasts dann 50 Euro im Monat zahlen müssen. Würde ich das schaffen? Würde ich das wollen? Und also die Frage, kann man und wie kann man mit Podcasting Geld verdienen, die wollen wir mit dem Christ mal besprechen, weil er nämlich bei der Subscribe 7 im letzten Jahr dazu auch einen Workshop gemacht hat und da zumindest im Thema drin ist. Aber bevor wir dazu kommen, gucken wir mal ganz kurz auf das, was bisher nur in der neuen Ernte bei uns eingegangen ist. Und zur neuen Ernte kann ich nur sagen, es sind einige Podcast-Empfehlungen eingegangen für die Setzlinge. Da kommen wir ja dann später dazu. Da schon mal ganz herzlichen Dank an diejenigen, die uns Hinweise gegeben haben auf ganz neue oder schon etwas ältere Angebote, die wir ja dann Stecklinge nennen und nicht mehr Setzlinge. Ansonsten ist bei uns nichts eingegangen seit der letzten Woche. Dann hat ja wohl auch keiner was Falsches gesagt, denn wenn wir was Falsches sagen, kriegen wir es ja sofort immer mitgeteilt. Okay, ich frage nochmal eben zur Sicherheit bei Lars und Marc und Sebastian nach. Ist bei euch irgendwas angekommen? Nein. Bei mir ist nichts angekommen, aber ich hätte vielleicht ein Feedback. Und zwar, ich musste ja letzte Sendung eher weg. Leider. Ich habe die aber selbstverständlich nachgehört. Ganz brav. Und ich fand Sebastians Blütenschatz total geil. Fand ich sehr gut. Also ich sollte vielleicht nur sagen, was sein Blütenschatz war. Das wäre eine Hilfe, ja. Das ist ein Podstock im Allgemeinen. Das heißt, er schien so, als wenn Sebastian so diese Atmosphäre nochmal irgendwie als Highlight hervorheben wollte. Stimmt das? Ist das richtig, Herr Studiolink? Ja, und ich kann ja gar keinen da bevorzugen. Das wäre ja schlimm, wenn ich da irgendeinen rauspicken würde. Das wäre auch so schwierig bei dem ganzen Kunden, was da gelaufen ist. Und man kann die Videos ja jetzt auch nachgucken. Und ja, das wäre schwierig, da jemanden raus oder einen Blütenschatz noch rauszugreifen aus dem ganzen Thema. Zum Thema Podstock muss ich noch ganz schnell was loswerden. Und zwar gab es einen sehr merkwürdigen Moment hier. Ich saß also in meinem süßen kleinen Büro und habe mir ein Video angeguckt von einer, also von der Podcast-Podstock-Bühne im Freien. Und in dem Moment, als mein Termin hereinkam, war unser herzallerliebster Mr. Eric zu sehen, als er auf der Bühne etwas gefühlt hatte, ertastet hatte. Und ich wurde gefragt, was ich mir denn da angucke. Ja, da lacht es aus dem Off. Naja, ist egal, das war es schon. Also wer mehr wissen möchte, was der Eric da wohl getastet hat, der kann ja mal auf YouTube gucken, Podcast, ne hier, Podstock oder auf podstock.de gucken. So, das war es. Aber wir waren bei Feedback, Lars. Ist irgendwas bei dir reingekommen? Nee, bei mir war ganz, ganz viel Ruhe. Das klingt aber auch gut. Wenn viel Ruhe ist, kann es nichts Schlechtes sein. Oder nichts Schlechtes dabei sein. Genau. Also nicht geschimpft ist gelobt genug. Insofern war alles in Ordnung. Sehr gut. Dann hindert uns nichts daran, einen Schritt weiter zu machen, unser Programmablauf und schon auf die Gartenbank zu kommen. Dann tun wir das doch auch. Und wie schon gesagt, hat dort Platz genommen Chris Marquardt, den wir von vielen Podcast-Angeboten schon kennen. Aber er wird uns jetzt noch etwas näher gebracht im Porträt von Marc. Im Porträt von Marc. Das klingt, als wenn hier schon mal so eine kleine Porträt vorbereitet. Ja, genau. War doch mal, Martin, spiel doch mal ab. Ja. Jetzt kriegt er gleich noch die Auszeichnung für sein Lebenswerk. Und dann in ein paar Monaten ist es dann soweit. Na ja. Guck mal, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Du hast heute mich als alt bezeichnet. Das fand ich sehr unhöflich von dir. Als alten Schleimer habe ich dich bezeichnet. Ja, junger Schleimer geht doch auch. Naja, ist das schon okay. Also, Chris, du bist Fotograf, hat Martin schon mal gesagt, im Vorfeld. Und Podcaster selbstverständlich. Bist aber noch viel mehr. Du bist auch Autor. Betreibst Workshops zum Thema Fotografie. Aber Podcastangebote. Als allererstes natürlich Happy Shooting. Ein ganz großer Fotopodcast aus Deutschland, den du zusammen mit dem Boris machst. Absolut analog mit deiner Moni. Ganz großartig. Abzug.fm. Das Format hätte ich gerne mal in deinen Worten nochmal gehört. Dann gibt es Glutenfrei. Dann natürlich Tips from the Top Floor. Und da gibt es noch irgendwas mit Polar. Steht zumindest hier. Habe ich aber noch gar nicht auf dem Plan gehabt. Das ist auch relativ frisch. Das ist auch relativ frisch. Ja, es hört sich ja auch relativ frisch an. Also, der erste Podcast ist für mich tatsächlich der Tips from the Top Floor gewesen. Ich habe das 2005 auf Englisch angefangen. Weil damals in Deutschland einfach noch kein Publikum war. Also, da gab es kaum Leute, die sich mit Podcast beschäftigt haben. Und ich habe das dann zum Anlass genommen, auch mal ein bisschen was für mein Englisch zu tun. Und mich quasi wöchentlich dazu zu zwingen, Englisch zu sprechen vor Leuten. Und das hat, am Anfang war das sehr beängstigend. Aber das hat relativ viel gebracht. Und Happy Shooting kam dann erst später. Und das sind so die zwei Hauptfotopodcasts. Und dann kam irgendwann noch diese Zusammenarbeit mit dem Holger Klein dazu. Auf der Vrind-Podcast gibt es noch eine Fotografie-Schiene. Ja, eher nicht so oft. Also, vielleicht so einmal im Monat oder so machen wir da was. Und dann bin ich, ich weiß gar nicht, zeitlich dann. Ich glaube, dann bin ich irgendwann mit meiner Mutter ans Podcasten gekommen. Weil die sich seit vielen Jahren glutenfrei ernähren muss. Die hat Zöliakie und verträgt einfach kein Gluten. Und hat dann von uns mal so ein Kochbuch online bekommen, wo sie Rezepte draufpacken kann. Und irgendwann kam mal diese Idee, Mensch, vielleicht sollten wir da einfach mal einen kleinen Podcast draus machen. So ein Viertelstündchen einmal die Woche. Mittlerweile ist er 14-tägig, aber läuft immer noch regelmäßig. Und dann, ja, habe ich mit Moni zusammen absolut analog angefangen. Wir haben vor zwei Jahren ein Buch geschrieben über die analoge Fotografie. Und irgendwann, wir sind auch beides Podcast, die Moni war ja auch schon hier bei euch auf dem Gartenbänkchen. Wir haben dann irgendwann gesagt, Mensch, wir müssen das eigentlich mal in einen kleinen Podcast gießen, was wir da machen. Und daraus wurde dann absolut analog der Filmfotografier-Podcast, der jetzt wöchentlich erscheint. Und ja, dieser Curiously Polar, der ist tatsächlich so das neueste Kind. Und zwar waren wir, also ich mache im Rahmen meiner Fotografie und Fotopodcast eben auch einige Fotoreisen. Und bin dann, jetzt im Mai, war ich mit Moni zusammen oben auf einem Schiff an der Westküste von Spitzbergen unterwegs. Also das ist diese Insel so fast am Nordpol oben. Und haben dort, ja, so richtig coole Zeit gehabt. Und das war echt klasse. Und da waren eine ganze Menge Fotografen. Also wir hatten das komplette Schiff gechartert, was extrem beängstigend war, weil das natürlich auch ein riesiges finanzielles Risiko ist. Wenn du dann sowas charterst und du kriegst das nicht voll, dann hast du echt was am Hacken. Aber es hat ja geklappt und wir waren dann da oben und dort habe ich dann den Mario Aquarone kennengelernt. Der ist ein Italiener, der in Norwegen lebt, in der Arktis. Der ist, ach Gott, was ist er, Forscher für Marine Mammals, also für Meeressäuger. Und der hat unsere Reise dort geleitet, also als wissenschaftlicher Leiter quasi. Und der Mann, der war dermaßen gut drauf. Und da hat es sehr schnell geklickt. Und irgendwann meinte ich zu ihm, wir müssten eigentlich mal einen Podcast über das Thema machen. So über die polaren Gegenden, also Arktis und Antarktis. Weil ich da eh schon ein paar Mal so, zumindest in der Arktis war ich jetzt schon ein paar Mal. Und die Antarktis, die steht ganz oben auf meiner Liste. Und dann guckt er mich so an und meint, okay, machen wir. Und daraus ist das gewachsen. Und jetzt greifen wir die ganzen Themen, die sich da rumdrehen, greifen wir jetzt in diesem Podcast Stück für Stück auf. Und das ist extrem viel Zeug. Also ich dachte am Anfang so, hier kriegen wir genügend Themen zusammen. Dann haben wir mal angefangen, eine Liste zu machen. Und wir haben halt wirklich, wir haben jetzt schon über diverse Orte, die es da oben gibt, gesprochen. Überhaupt, was das ist. Über Klimaveränderungen, die sich dort oben besonders deutlich zeigt. Über den Global Seed Vault, diese Samengutbank im Permafrost da oben. Wo die quasi das Backup für die Pflanzen dieser Welt ist. Über verschiedene Tiere, über wie man mit Schneeschuhen umgeht. Warum Eis an den Gletschern manchmal blau ist. Also das ist unglaublich, was es da an Themen gibt, die man da mal besprechen kann. Und für mich war das, erst ein paar Jahren war diese Gegend da oben so interessant geworden, dass ich, ja, dass ich gemerkt habe, wie wenig ich eigentlich selber drüber weiß. Und jetzt in dem Moment, wo ich quasi selber Sachen lerne über die Arktis und über die Antarktis, ist das total sinnvoll, das einfach auch in so ein Format zu gießen. Weil ich kann tatsächlich noch die dummen, naiven Fragen stellen und er ist halt der Profi und kann sie beantworten. Und ich kann blöd nachfragen und das funktioniert echt gut. Hat indirekt natürlich auch wieder ein bisschen was mit Fotografie zu tun, weil ich bin natürlich wegen dem Fotografieren da oben gelandet. Das wäre jetzt so die Anschlussfrage gewesen, aber weißt du, ob wir überhaupt genug Themen haben. Ihr habt so viele Themenfelder, jedenfalls schaue ich gerade auf ganz viele. Natur, Geschichte, Kultur, Politik. Also das, alles. Das hört ja nie auf. Nee, das ist und im Moment sogar noch mal nicht wirklich interaktiv. Wir sind jetzt erst bei Folge 18 und wir haben noch keine echten großen Interaktivitätskanäle, also kein Chat oder sonst was. Das wird auch so im Balk produziert. Das heißt, wir machen so fünf, sechs Episoden am Stück, die dann eben rausgescheduled werden. Und da ist das mit der Interaktivität ein bisschen schwierig. Aber das wird irgendwann kommen, also dass dann Fragen kommen und so weiter. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Okay, sehr cool. Ich würde gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, wie du eigentlich zum Podcasting gekommen bist. Es ist eigentlich irgendwie gefühlt immer das Gleiche, aber bei dir, wenn du schon gleich irgendwie als Macher auch unterwegs warst und deswegen die englische Sprache sozusagen angewandt hast, wie kamst du damals eben auf diesen Trip, einen Podcast zu machen? Naja, ich wollte früher immer schon mal, als ich noch in Tybien gelebt habe, da gab es so einen Unisender und da wollte ich eigentlich immer schon mal irgendwas machen, also irgendeine Sendung machen. Dann habe ich feststellen müssen, dass wenn ich da eine Sendung mache, dann wird die höchstens mal abends um elf laufen und dann hören irgendwie zehn Leute zu. Und das war irgendwie nicht so cool. Und als dann das Thema Podcast aufs Tapet kam, hat mein Bruder mich darauf hingewiesen, der Peter. Er meinte, guck mal, guck dir das mal an. Und ich habe mir das angeguckt und dann war mir relativ schnell klar, dass ich da ein Zuhause finde. Und dann habe ich innerhalb von ein paar Tagen hatte ich meinen ersten Podcast fertig. Also ich hatte innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube zwei oder drei Tage, hatte ich drei Folgen Tipps from the Topfloor aufgenommen, hatte den RSS-Feed am Start und ja, habe damit rumgespielt und habe das dann einfach mal online gestellt. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Portale. Da war iTunes noch, hatte noch keine Podcasts und dann kam irgendwann die iTunes 4.9 war es, glaube ich, wo dann Podcasts eingebaut waren. Und da habe ich dann gleich den Feed eingetragen und es hat irgendwie 24 Stunden gedauert und dann waren aus den damals 500 höheren 5000 geworden. Also das hat sich über Nacht verzehnfacht. Und ich hatte am Anfang immer das Gefühl, naja, so nach zehn Folgen hast du alles erklärt, was die Fotografie betrifft. So in meiner Dummheit und Naivität. Und dann war das natürlich überhaupt nicht so, sondern dann kamen halt die Fragen, dann kamen von den Leuten sofort so dieses, du machst das Gefälligstweiter, du kannst es nicht aufhören. Und dann bin ich halt, ja, bin ich dabei geblieben und habe im Nachhinein das Beste, das war das Beste, was mir überhaupt jemals passieren konnte. Weil bis dahin habe ich so was wie das mit der entsprechenden Regelmäßigkeit irgendwie immer mal wieder fallen lassen. Aber dann war plötzlich so ein, ja, du machst da was und das gibt dir unglaublich viel zurück. Also das weiß jeder Podcaster, der mal so ein bisschen Feedback bekommt, dass das zwar erstmal beängstigend ist, aber auch irgendwie total gut tut, wenn einem dann auch jemand mal erzählt, dass man da was macht, was dem vielleicht irgendwas bringt. Besonders wenn so der erste Feedback-Schock weg ist, da wirst du süchtig nach. Ja, ja schon, also naja, ich weiß gar nicht, also süchtig, es tut auf jeden Fall gut, wenn man merkt, dass man da irgendwie bei den Leuten irgendwie eine Kleinigkeit bewegen kann. Also ich habe im Zuge von Tipps from the Top Floor, habe ich mal eine E-Mail bekommen von einem, der, das war dann so, habe ich den Podcaster vielleicht fünf, sechs Jahre gemacht gehabt und dann hat mir einer geschrieben, dass er wegen dem Podcast auf so ein Foto-College gegangen ist und jetzt da in dem Beruf arbeitet und hat sich, hat sich herzlich bei mir bedankt und er hätte sonst nie den Mut gefunden, das zu tun. Und das, das, sowas muss man sich ausdrucken und an die Wand hängen. Das ist der Hammer. Ja, absolut, wenn du, wenn du Leute so motivieren kannst. Und dann gibt es natürlich Leute, die, die einem, die einem schreiben, dass man, dass man endlich mal diese blöde Musik ändern soll. Also das Feedback kommt natürlich in jeder Art und Weise. Na gut, aber das soll es ja auch, das ist ja erwünscht. Ja, klar. Nö, ist auch okay. Ohne Feedback gibt es ja auch gar keine Entwicklung, oder? Nee, natürlich nicht. Nun, denn, wie lange hat es denn gebraucht, bis du von dem Englisch, aus der englischen Sprache dann zur deutschen Sprache übergegangen bist mit Happy Shooting? Also ich habe natürlich immer beobachtet, was es gibt und wo sich es hin entwickelt. Und das war dann so ungefähr ein Jahr. Da kam dann das Thema Podcast in Deutschland auch auf. Und da gab es so ein kleines Projektchen, was das Ziel hatte, das Thema Podcast so ein bisschen, ja, ein bisschen im Mainstream bekannter zu machen. Da haben sich ein paar Podcaster zusammengeschlossen, um da irgendwie, ja, so ein paar Aktionen zu machen darum. Und im Rahmen des Projektes habe ich dann den Boris Nienke kennengelernt und der hatte eben auch einen Podcast und der hat sich auch mit dem Thema Fotografie beschäftigt. Und wir haben dann halt gesagt, komm, lass uns doch mal, lass uns doch mal probieren, so einen Fotopodcast auf Deutsch zu machen. Und dann haben wir das probiert und, ja, heute läuft es immer noch elf Jahre später. Lübt elf Jahre ist das schon her. Happy Shooting elf Jahre, Tipps von der Topf war zwölf Jahre. Ja, Hut ab. Ja, wie gesagt, ich kenne das nicht von mir, dass ich, dass ich was so lange so regelmäßig durchhalte, das gibt es eigentlich. Ja, aber es macht ja immer noch Spaß. Also das merkst du auch. Sonst würde ich es nicht tun. Ich mache eh nur Sachen, die ich nicht Spaß mache. Das hoffe ich doch. Aber sag, wie blickst du denn dann auf elf Jahre zurück? Das heißt, hast du das mal irgendwie gemacht? So Selbstreflexion? Das heißt, was hat sich alles getan? Was hast du vielleicht beim Machen dazugelernt oder von anderen, die ja nicht abgeguckt, aber vielleicht so inspirieren lassen? Gibt es da irgendwie so Momente? Also was mich, was sich verändert hat, ist, dass ich einfach viel mehr ich selbst bin im Podcast. Also ich habe auf Tipps von der Topf war, habe ich in den ersten 50 Episoden, habe ich immer alle Äs und Hüs rausgeschnitten und so Zeug. Das ist einfach Blödsinn. Entschuldigung, dann würde nie was von mir live gehen. Ich komme ja gar nicht mehr aus dem Schneiden raus. Naja, aber ich merke es ja auch heute bei vielen, die anfangen, die wollen alles perfekt machen. Die fangen dann erstmal an zu investieren in teure Mikrofone und Zeug und machen sich keine Gedanken darüber, was sie dann eigentlich podcasten wollen. Es gibt auch andere, aber das sehe ich halt immer wieder. Und ich habe mich ja selber auch so ein bisschen erwischt dabei, dass ich dann manchmal viel zu, ja, wie sagt man denn da, viel zu, ja, viel zu sehr darauf geguckt habe, wie ich rüberkomme und wie das irgendwie nachher sich anhört. Und habe dann so einen Perfektionismus gehabt, der dem Ding letztendlich nicht gut getan hat. Und erst als ich dann mal angefangen habe, das Ganze so zu lassen, wie es ist, kam dann auch immer mehr das Feedback, hey, jetzt ist es aber richtig cool, jetzt wird es aber besser und so. Und ich glaube, das ist wirklich eine der größten Änderungen, dass ich halt jetzt mich vor jedes Mikro stelle und habe keinen Stress mehr, wie ich mich anhöre oder ob ich äh sage oder ob ich irgendwelche anderen Worte immer wieder sage. Das ist mir irgendwie wurscht und seit es mir wurscht ist, ist es auch besser. Also kommt, kommt, wird authentischer dadurch. Ja, das wollte ich eben sagen, weil ich glaube, ich weiß, was du meinst mit diesem, ja, ich wollte, ich wollte perfekt, was Perfektes raushauen. Das ist so eine Art Hoffnung. Ich will schon, dass es gut ist, ne, das muss man schon, also gut soll es sein. Klar, aber ganz ehrlich, perfekt, was ist, was ist schon perfekt, wo bleibt da die persönliche Note noch, ne? Und dir fällt natürlich mit der Übung, fällt das dir auch dann leichter, ähm, äh, du wirst einfach durch Übung besser, das ist egal, was man tut. Absolut. Wenn man, wenn man jeden Tag, äh, zwei Stunden schwimmt, dann, äh, dann, dann kann man das plötzlich richtig gut, ähm, und so genau ist das mit dem Podcast, also wirst du natürlich auch besser mit der Zeit, aber, ähm, ja, ich hab, ich hab, ich hab, also heute auch, macht man halt meinen Fehler, ist das halt so. Man ist doch ein Mensch. Also, jedenfalls sollte man davon ausgehen. Ja, ach Gott, happy shooting, happy shooting mit Chris, ähm, und jetzt irgendwie so dieser, dieser, dieser Sprung, mach ich jetzt, ähm, nicht zu glutenfrei, nein, auch nicht so absolut analog, aber zu Abzug FM, das, das ist ja alles außer überproduziert, äh, ich meine, die anderen Podcasts sind selbstverständlich auch nicht überproduziert, aber das ist Abzug FM. Ist gar nicht produziert. Das ist ja authentischer, authentischer geht's ja irgendwie kaum noch. Also, was ist denn das, wie, 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 das, das erinnert mich irgendwie an so einen kleinen, äh, Personal Podcast. Ist es ja auch. Ja. Da erzähl mal, erklär mal. Also, Abzug, abzug.fm.de, ähm, dann, den haben, das ist ein Podcast, der unregelmäßig erscheint, der zwischen 10 und 20 Minuten lang ist pro Episode und, äh, Episode kann man's eigentlich schon gar nicht nennen, weil, Episode setzt immer so eine Kontinuität voraus, die es aber da gar nicht gibt, ähm, wir sitzen am Küchentisch hier im Haus und, äh, reden in ein iPhone. Und das Ganze wird dann über Auphonic auf einen Firz geworfen und quasi, äh, also die, 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 das eigentliche Produzieren, also sprich, das, das Bearbeiten überlassen wir Auphonic und Firz. Das wird also, das haben wir quasi damit soweit automatisiert, äh, dass es, dass wir das direkt nach dem Aufnehmen per Knopfdruck rauspublishen und dann ist das online eine Minute später oder zwei. Und das sind wir, äh, da erzählen wir ein bisschen, was hier in der, in der Villa abgeht. Also, wir haben hier, äh, wir mieten ein Haus in der Nähe von Hannover, das wir liebevoll die Viewfinder-Villa nennen, weil das, äh, groß genug ist, dass wir hier auch Workshops machen können und das auch mehrmals im Jahr tun. Da kommen also immer wieder mal so, äh, Leute her, so bis zu zehn Leuten geht das ganz gut. Da wird dann unser Wohnzimmer in den, in den Seminarraum umgebaut und das Haus steht quasi zur Verfügung für Fotoübungen und es geht da meistens um Fotografie. Und, äh, das heißt, wir haben halt immer Sachen, die hier passieren und manche Leute interessiert das und die hören sich das dann halt an, wenn wir mal wieder über, keine Ahnung wo, wo man, ähm, 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 also oder wenn wir irgendwo unterwegs sind zusammen, ähm, dann, dann machen wir da auch mal irgendwas. Also wir haben zum Beispiel von der letzten Subscribe eine Folge gemacht. Wir waren jetzt auf der Make-A-Fair und haben dann darüber sinniert, was wir da alles gemacht haben. Oder als wir in Spitzbergen waren, haben wir eben dort oben auch ein paar Folgen aufgenommen und so weiter. Und ja, ich halte es immer hoch als Beispiel auch für, wie wenig man eigentlich braucht, um einen Podcast zu machen. Also okay, die Küche ist nicht wirklich ideal, weil das ist ein hoher Raum, der halt ein bisschen. Aber so ein iPhone kann schon richtig gut klingen. Und so ein Auphonic, der macht das dann schon irgendwie gerade. Und so ein Firz, der publisht einen das dann, ohne dass man sich da groß mit beschäftigen muss. Also es ist alles so, ja, man kann mit, also das ist der low-techigste Podcast, den ich mache und der funktioniert. Also zumindest so für das, was er sein soll, finde ich, funktioniert er ganz gut. Ja, wunderbar. Ja, eigentlich hat man auch so sein Tonstudio sozusagen in der Hosentasche, ne? Also wenn man davon jetzt ausginge, wenn du nicht gerade. Wenn ich unterwegs bin, wir haben jetzt zum Beispiel auf der letzten Happy Shooting, ne, das sind nicht die letzten, aber wir haben jetzt irgendwie so vorproduzierte Folgen gemacht. Das kommt also noch in einer Folge. Wir hatten auf der Maker Faire so einen Fotobus gesehen. Da hat jemand so ein mobiles Fotostudio mit lustigen Sachen und da fallen dann hinten automatisch Bilder raus. Und den kann man sich als Veranstalter mieten. Dann können die Leute da quasi Selfies machen mit lustigen Mützen und Brillen und Zeug. Und das ist ein ganz cooles Konzept. Und dann habe ich mit dem, den Typ, der das macht, den habe ich mir halt mal eben schnell geschnappt und habe dem mal ein kleines Interview rausgelassen. Natürlich nehme ich das dann mit dem iPhone auf. Also das muss man nicht übertreiben. Und das haben wir dann eben auf Happy Shooting eingespielt. Und das funktioniert prächtig. Man kann es übertreiben. Man kann es echt übertreiben, aber man muss das nicht. Tja. Nun denn, aber du machst ja auch was für den Podcaster in Anführungszeichen Nachwuchs, denn du hast deine Mama Trudel. Oder Traudel? Ne, Trudel hieß sie. Trudel. Entschuldigung. Sie heißt Gertrud, aber sie hasst ihren Namen. Ne, ich hörte Trudel. Wir sprachen mehr und erhielten uns da mal drüber. Du hast die zum Podcasten gebracht. Wie anstrengend war diese, war diese Prozedur oder war die total locker aus dem Ärmel, total offen und ja, mach mal. Also ich habe die, ich habe ihr das vorgeschlagen und sie sagte, machen wir gerne. Klar, wenn du mir dabei hilfst, dann ist das super. Und dann von der technischen Umsetzung, also die ersten paar Folgen haben wir zu Hause bei meinen Eltern, da war ich ein Wochenende dort und dann habe ich mit ihr einfach mal so ein paar Themen zusammengeschrieben und dann haben wir mal ein paar Folgen aufgenommen, damit sie, ja, damit sie mal weiß, wie sich das anfühlt. Und da hatte ich, glaube ich, so einen H2 noch, so einen alten dabei, so einen Zoom H2, gibt es heute, glaube ich, in der neuen Version, als kleinen Taschenrekorder. Und dann bin ich, habe ich, habe ich ein Headset bestellt, irgendwas, weiß gar nicht mehr, was mittelprächtiges, ist nicht super gut, aber ist gut genug. Habe ihr gezeigt, wie sie das an ihren Rechner anschließen kann und habe ihr ein Mumble eingerichtet und den so eingerichtet, dass wenn sie den startet, dass er dann auch gleich in den entsprechenden Kanal reingeht. Also sie muss einfach nur auf das Mumble-Icon klicken und dann zur vereinbarten Zeit und dann sind wir miteinander verbunden und dann kann ich aufnehmen. Und das funktioniert. Super, wie sieht denn das Setup bei deiner Mutter aus? Die sitzt vor einem iMac, der ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre alt und wie gesagt, hat so ein Headset am USB-Port hinten dran und guckt, dass der Raum einigermaßen ruhig ist, also dass die Tür zu ist, dass die Telefone abgeschaltet sind, aber mehr ist es dann auch nicht. Also ein Headset über USB an den Rechner und dann Mumble als Kommunikationsschnittstelle. Wir werden wahrscheinlich dann bei Gelegenheit mal auf Studiolink umstellen, aber das war noch vor Studiolink und insofern, ja, es tut halt jetzt, dann lassen wir das erstmal so. Wer liefert die Rezepte? Ja, das macht sie. Also meine Mutter hat diese Zöliakie, diese Krankheit und hat vor 21 Jahren die Diagnose bekommen und ist immer schon, was Küche angeht, total umtriebig gewesen. Also ich erinnere mich, früher schon relativ klein hat sie mir schon irgendwie hier Messer in die Hand gedrückt, schnibbel mal. Also ich bin da relativ früh auch schon irgendwie mit reingewachsen worden und als sie dann ihre Zöliakie bekommen hat, die tatsächlich nicht behandelbar ist, die kannst du tatsächlich nur in Schach halten, indem du eben auf dieses Gluten verzichtest, was ein Klebereiweiß aus dem Weizen ist und was auch noch in ein paar andere Getreidesorten vorkommt. Und dann war sie jetzt erstmal ziemlich down, weil das halt eine komplette Ernährungsumstellung bedeutet und das war auch noch zu einer Zeit, also heute kannst du im Supermarkt tausend glutenfreie Sachen kaufen, das war da noch nicht so vor 21 Jahren. Und dann hat sie sich aber relativ schnell vom Boden aufgekratzt und hat dann angefangen, ihre Rezepte umzustellen und zu schauen, was man da ersatzweise machen kann und wie man sie verändern kann, dass sie glutenfrei werden. Und hat dann eben, als dann die Rezepte mehr wurden, haben mein Bruder und ich uns zusammengesetzt und haben für sie eine Website gebaut, also sprich ein kleines CMS, wo sie hinten ihre Rezepte reinwirft und dann kommen sie vorne hübsch formatiert wieder raus. Und das war 2004 und ja, das war so kurz bevor sie in Rente gegangen ist und das war so ihr Einstieg ins Internet. Und das war genau der richtige Zeitpunkt und da ist sie total fleißig dabei und ist mittlerweile in der Community schon irgendwie ganz wichtig und die Leute gehen, also sie genießt das, so ein bisschen Ruhm in der Ecke zu haben. Und hat jetzt über 1000 Rezepte auf dieser Website mittlerweile, also da haben sie jetzt in 13 Jahren, hat sich da eine ganze Menge angesammelt. Bombastisch, auf die nächsten 1000 würde ich sagen, das ist absolut cool. Ist ja nicht so selbstverständlich, also wenn du Menschen in etwas, Martin hör mal weg, höherem Alter in diese Internetwelt entführen magst, dann sind erstmal so ein paar Berührungsängste da. Naja, und du hast halt also nicht nur die Berührungsängste, sondern du musst erstmal genauso wie es beim, eigentlich ist es wie beim Podcasten, du machst diese Erfahrung, dass du da was tust, was erstmal so der Allgemeinheit gut tut und hilft, also in dem Fall eben durch die Rezepte und das ist für mich ist das so ein bisschen Karma Prinzip, du wirfst halt was rein, aber du wirfst erstmal was in dieses große Nichts Internet rein und dann kommt vielleicht was zurück, aber vielleicht auch nicht. Und wenn dann irgendwas zurückkommt, dann beflügelt das ja, dann macht das ja, dann tut dir das ja gut, dann spornt dich das an und dann willst du weitermachen und so ist das eben bei ihr, das hat sich richtig toll so selbst hochgeschaukelt und das ist total toll anzuschauen, also ich finde das wunderschön. Ja, so bleibt es dann auch hoffentlich weiterhin spaßig, auch natürlich wie die Frau Mama. Jetzt muss ich so ein bisschen den Schwenk aufs Thema kriegen. Ich habe noch eine Frage zu Chris selber, also genau gesagt zwei Fragen, das eine ist dein erstes Angebot hieß Tips from the Top Floor, was bedeutet in dem Sinne Top Floor? Top Floor ist das obere Stockwerk, weil ich das damals unterm Dach angefangen habe in meiner kleinen Dachwohnung und dann hatte ich ein eigenes Studio und das war auch auf dem oberen Stockwerk und das hat sich dann irgendwie, also ich habe mir, also mittlerweile heißt der Podcast Photography Tips from the Top Floor, aber ursprünglich hieß er tatsächlich nur Tips from the Top Floor. Ich habe also das, was ich da tue gar nicht oder das, worüber ich spreche gar nicht, bewusst nicht in den Namen mit reingenommen, weil ich dachte, mir ist es eigentlich wichtiger, einen, also ich wollte, die Inhalte wollte ich nicht offen lassen, das war schon klar, dass es um Fotografie geht, aber ich wollte lieber einen Namen haben, der, der, der bei den Leuten eher im Kopf bleibt. Und dann dachte ich, Tips from the Top Floor, das passt ganz gut mit den zwei T's und so und das hat auch ganz gut funktioniert, nur irgendwann, als dann eben die, die, ich sage mal, das, also als die Menge der Podcasts zum Thema Fotografie einfach deutlich mehr wurde, weil das, das drehte dann irgendwann richtig auf, dann habe ich gemerkt, ich muss doch noch irgendwie dieses Photography mit in den Titel reinnehmen, weil sonst werde ich einfach nicht gefunden. Dann wirst du irgendwann von SEO überschwemmt und dann habe ich halt Photography-Tipps from the Top Floor ausgemacht, um so ein bisschen da die Suchmaschinen zu füttern. Okay. Aber tief in meinem Herzen ist es Tips from the Top Floor. Ich hätte jetzt die Befürchtung, dass, also die da oben, also in the Top Floor, die wissen immer alles besser sozusagen, dass da auch so eine negative Konnotation drin liegen könnte irgendwie. Das Feedback habe ich so ein, zweimal bekommen, aber ganz selten. Also ja, ich gebe ja zu, das mag vielleicht für den einen oder anderen, mag das einen leicht arroganten Touch haben, aber dann ist es halt so. Also weißt du, das Ding ist, ich habe gar nicht den Anspruch irgendwie für alle zu sein. Also wem es gefällt, der soll es mitnehmen, wem es nicht gefällt. Ja, es ist auch okay. Und vielleicht so ein Zug glatt ist dann auch vielleicht potenziell, ja, zu gefällig, ne? Das will ich auch nicht sein. Also natürlich, also ich bin ein großer Verfechter von der Idee, dass der Anbieter erstmal das Angebot definiert und dann darfst du natürlich dein Angebot auch nennen, wie es dir halt gefällt. Und wenn die Dachkammer Namensgeber ist und dann steht da eben Top Floor, ja gut, das ist halt so. Du, ich bin mir aber sehr, ich bin mir dessen sehr, sehr wohl bewusst, dass das auch falsch verstanden werden kann. Aber du, es ist, wie es ist. Und dann eine naheliegende Frage ist, gerade wenn du mit einem visuellen Medium zu tun hast, also mit Fotografie, beziehungsweise mit den Ergebnissen der Fotografie, warum dann ein Audio-Medium zur Verbreitung? Wäre da nicht sinnvoller, ein Video zu machen, wo man die Sachen dann auch zeigen und besprechen kann? Also ich hatte tatsächlich in den frühen Tagen auch immer wieder mal eine Video-Episode dazwischen. Ich habe also quasi das gemischt auf dem Feed, was, ja, also heute wird man da auf YouTube gehen, aber zu dem Zeitpunkt war es halt ein Audio-Podcast mit ab und zu mal Video-Folgen. Nee, aber du sprichst ja bei Fotografie, also Fotografie kannst du ja aus ungefähr fünf Millionen verschiedenen Richtungen angehen. Und das ist zum einen die visuelle Geschichte, also hier, ich gucke mir ein Foto an, ich erkläre mal, warum das funktioniert und was ich anders machen würde und so weiter. Also Bildbesprechungen und die sind wichtig und gut, aber du kannst natürlich über ganz viele andere Sachen auch reden. Wie funktioniert das mit der Fotografie? Also natürlich von der technischen Seite, aber auch von der philosophischen Seite und Fragen, wie man was macht oder warum man was so macht oder warum man was sowas nicht macht, die sind akustisch genauso einfach zu beantworten. Viele Sachen musst du nicht zeigen und mich fordert es tatsächlich und für mich ist es tatsächlich ganz gut, dass ich mich da mal für den Audio-Weg entschieden habe, weil ich muss besser erklären. Ich muss klarer erklären und das hat mir dann letztendlich bei meinem zweiten Standbein weitergeholfen, weil ich mache ja auch Fotoworkshops und unterrichte Fotografie und dieses sich zwingen müssen, die Sachen möglichst klar und einfach zu formulieren, die bringen einem dann natürlich auch was, wenn man dann das anderen Leuten in der Gruppe irgendwie beibringen möchte. Ja klar, natürlich. Also die Sachen dann auch nochmal wirklich in Worte kleiden zu können. Darauf zeigen ist das eine, aber das auch nochmal tatsächlich sagen zu können und benennen zu können, worauf achte ich jetzt im Vergleich zu anderen Situationen oder so. Und dann hast du halt mit dem Audio-Medium, das wissen wir Podcaster, ist natürlich toll, das kann man nebenher konsumieren. Das heißt, du erschließt dir natürlich auch ein größeres Publikum erstmal. Ich rede jetzt nicht von den YouTubern mit den Millionen Followern, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber so ein Audio-Medium, das lässt sich halt anders konsumieren als ein visuelles Medium. Und dann ist das natürlich vom Aufwand auch einfacher. Also jeder, der mal Video gemacht hat, weiß, dass da der Aufwand teilweise oder mal locker mal zehnmal so groß ist wie mit Audio. Was? Ja. Das glaube ich nicht. Ja gut, du machst das natürlich mit Links, das ist mir schon klar. Ja, frag nicht. Ja, aber jetzt ist doch so, also Audio ist einfacher produziert als Video. Und ich bin mal, ich bin natürlich auch ein bisschen faul, also insofern passt das doch super zusammen. Nee, das war ja von Anfang an ein Experiment, aber das hat dann eben schnell funktioniert. Hast du denn, habe ich das richtig verstanden, angefangen mit der Idee, einen amerikanischen Markt auch anzusprechen? Ja, ganz konkret, ja. Das war von rein Absicht. Und du hast im zweiten Schritt dich dann quasi dem deutschen Markt erst zugewandt. Ja, ich hatte, ich hatte. Andersrum, als man es erwarten würde, genau. Eigentlich schon, aber ich hatte damals im Job, ich habe damals für HP gearbeitet, ich war viel in Amerika unterwegs. Das heißt, ich kannte die Amis auch so ein bisschen. Und da kam dann auch die Englischgrundlage schon ganz gut her. Und dann war es eigentlich relativ, also für mich relativ naheliegend, dass ich auch erstmal dahin gehe, wo dann jemand auch mich hört. Sonst hätte ich auch in Tübingen Studentenradio machen können und zehn Zuhörer gehabt. Und ja, wie viel, um welchen Faktor ist denn die Zuhörerschaft dann angewachsen? Naja, also initial, so nach ein paar Wochen, das war so in der ganz Frühzeit des Podcasts, also ich meine, ganz früh war das irgendwie Ende 2004 ging das, glaube ich, so einigermaßen los. Und da wurde dann auch diese RSS2-Spezifikation rausgegeben, die das mit den Enclosures und so weiter, wer sich da technisch mit beschäftigen will, schaut euch mal das RSS2 an. Und dann so 2005, Anfang 2005 ging das dann so langsam in der, erstmal so in der Tech-Welt rum, also bei den Geeks ging das erstmal rum. Und ich habe dann das rausgebracht, die ersten paar Folgen und es gab damals noch zwei, drei andere Fotopodcasts, die sind aber relativ schnell gefadet, also haben dann irgendwann aufgehört, weil sie halt gemerkt haben, oh hoppla, das muss ich jetzt regelmäßig machen und das ist ja doch nicht ganz so einfach. Und ich hatte halt den Vorteil, dass ich A, das Internet gut kannte von meinem Job her und B, dass ich Audio gut kannte, weil ich habe im Nebenjob damals tatsächlich auch schon, also einen Nebenerwerb gehabt mit Thema Audioproduktion. Also ich habe damals Bands aufgenommen, Mixen, Mastern und das ganze Zeug gemacht, Live-Mitschnitte von der Bühne und so weiter. Das heißt, ich hatte so diese technischen Seiten, die hatte ich irgendwie drauf und das Thema war auch irgendwie ein interessantes und ich war halt derjenige, der tatsächlich dann dabei geblieben ist und dann kamen halt relativ schnell, so innerhalb von den ersten zwei Monaten oder so waren es dann tatsächlich schon so 400, 500 Leute, die zugehört haben. Und das kriegst du ja auf den deutschen Markt 2005 nicht hin, aber international schon, weil das waren dann, ich sage mal so 60, 70 Prozent Amis und der Rest, ja damals wahrscheinlich 80 Prozent Amis, weil das Thema Podcast da erstmal richtig groß wurde, so initial. Und mittlerweile ist die Verteilung so bei 60 Prozent USA und Großbritannien, Kanada, Australien, also die englischsprachigen Länder und dann irgendwie der Rest der Welt. Wie hast du denn dein Angebot damals bekannt gemacht? Also wie haben denn Amerikaner überhaupt eine Chance gehabt zu wissen, dass es dich gibt? Wie gesagt, es gab damals glaube ich so ein paar Podcast-Verzeichnisse, wo ich es auch eingetragen habe, aber frag mich nicht mehr genau, wie die hießen vor zwölf Jahren. Und dann als iTunes kam, also iTunes 4.9, da war dann, es hat sich ja nichts geändert, das ist ja immer noch das, die Discovery-Plattform für Podcasts und die meisten Podcast-Clients bedienen sich ja aus dem iTunes-Verzeichnis. Das heißt, das iTunes-Verzeichnis ist quasi der Goldstandard und als ich dann da rein bin, da ist das dann eben tatsächlich über Nacht um Faktor 10 gewachsen, was mich sehr, sehr erschreckt hat, aber auch, aber auch gefreut hat. Und ja, das würde ich wohl annehmen, also dafür letztendlich bietest du es ja dann auch an, so, dass möglichst viele Leute es dann eben auch wahrnehmen. Ja, für mich war dann ab dem Moment erst klar, oh Gott, das musst du jetzt weitermachen. Ja, ja, da entsteht Druck. Da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Nicht ohne Schaden. Naja, und dann, und dann, und dann habe ich, äh, ähm, 2000, äh, ja, 2005, ähm, dann tatsächlich dann auch meinen Job bei HP verloren. Die haben damals eine große, ja, wie nannten sie es, Workforce Reduction, Workforce Realignment Maßnahmen gemacht. Genau, die haben in Europa irgendwie 5000 Leute rausgesetzt und ich war irgendwie, äh, quasi in der Schnittmenge, wo man sagte, naja, der hat, der hat keine Familie, der hat kein Haus, der, der, der findet noch was, der, der kommt da mit. Und ich bin dann, äh, ja, ich habe mich dann quasi darauf, äh, selbstständig gemacht. Und da war Podcast von vornherein ein ganz wichtiges Ding. Aus der Not sozusagen die Tugend dann gemacht. Ja, also ich hatte. Da stellte sich die Frage erstmal nicht, gebe ich meinen Job auf, um Podcaster zu werden, hauptberuflich? Naja, das ist auch, das ist auch, das hätte ich auch wahrscheinlich nicht gemacht, weil die Sicherheit, die, des monatlichen, des monatlichen Checks, ne, das ist, das ist schon schwierig einfach zu sagen, ich mache das jetzt nicht. Also, damals war dieses geflügelte Wort, Wort im amerikanischen Umfeld, aber eine Give-up-my-day-Job for the Podcast. Und, ähm, für mich war es eher umgekehrt. Ich hatte dann plötzlich keinen Job mehr, dann musste ich da was draus machen. Und der Podcast, der hat sich relativ schnell so als, als eine interessante Plattform auch erwiesen. Also, wir haben, wir haben relativ schnell die Leute, äh, E-Mails geschickt und gefragt, ob es das dann auch mal live gibt irgendwo. Ah, okay. Und ich dachte, na gut, machst du mal, also machst du mal so einen Workshop oder sowas. Und hab dann in Tübingen einen Workshop angeboten und, äh, da kamen dann halt plötzlich Leute aus aller Herren Länder. Also, da sind Amis angereist und Briten angereist und, äh, Deutschland und jemand aus Holland. Und ich wusste nicht, wie mir geschieht. Also, es war so, hm, hoppla, da, da, da ist ja was. Und daraus hat sich dann so meine Workshop-Geschichte entwickelt. Die hab ich mir eigentlich nicht ausgedacht, sondern die wurde mir eher so, da wurde ich eher so reingeschubst. Das ist ja auch ein irres Erleben, ne, wenn man so, also so einen Schritt macht und dann kommt der Zweite, der Dritte mehr oder weniger automatisch notwendig. Naja, so im Rückspiegel, im Rückspiegel merkst du, dass wieder alles zusammenhängt. In dem Moment ist einfach, du kannst ja nicht voraussehen, also in dem Moment ist einfach so, hm, mal schauen, wo das hinführt. Lass mich mal hier gucken. Und ich kann also nicht behaupten, dass das alles geplant gewesen wäre, aber ich, ich, rückblickend muss ich sagen, dass, äh, dass diese, dass dieser April 2015, wo ich das angefangen hab, äh, das ist quasi für alles, was danach kam, in meinem Leben, äh, 100% bestimmend gewesen. Also ohne diesen Podcast wäre alles andere komplett nicht so passiert. Wow. Bist du ein mutiger Mensch? Ich, 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 also ich hab damals dann eben so, ja, so hier Grafikdesign, Webdesign, ich hab dann irgendwie so meine, meine, meine visuell kreative Schiene eben reingelegt, hab dann eben auch diese Audioproduktion gemacht und hab, im Prinzip wäre mein idealer Kunde der Musiker gewesen, der eine, eine, eine Aufnahme braucht, um eine CD zu machen. zu produzieren, die Fotografie dazu braucht, äh, das Grafikdesign dazu braucht, äh, das Grafikdesign dazu braucht, äh, die Vervielfältigung dazu braucht, äh, und alles von mir so einen One-Stop-Shop kauft. Das war auch eine sehr hehre Idee. Dummerweise sind Musiker in der Regel nicht, äh, nicht reich. Das heißt, äh, das Problem war dann einfach, äh, dass dann halt, also ich hab dann, ich hab dann ganz viel so, da kommt dann eine junge Hip-Hop-Band aus Tübingen, die fragt, ob ich ihre CD mastern kann und, äh, da kannst du natürlich jetzt auch nicht viel nehmen, wenn da so drei 16-Jährige gerade sich da im, im Keller zu Hause irgendwie so ein Ding zusammengezimmert haben. Also, das war, das war zum einen, war das nicht super lukrativ, zum anderen war es aber, äh, auch wieder ganz cool, weil das hatte ich ja vorher schon angefangen im Nebenjob. Das heißt, ich konnte, während ich noch mein monatliches Geld bekommen hab von HP, äh, konnte ich dann so an den Wochenenden quasi schon mal, äh, diese ganzen Recording-Geschichten machen und mir dann auch die Kunden so ein bisschen aussuchen, weil da war ich nicht drauf angewiesen. Und dann hab ich damals Tab2 und, äh, Joe Kraus und Helmut Hadler und, äh, noch ein paar andere irgendwie, äh, am Mikrofon gehabt oder am Mischer gehabt. Ähm, und das war schon ganz cool, mal mit so ein paar richtigen Profis arbeiten zu können und da hab ich auch viel bei gelernt. Und das, das durfte ich dann eben relativ stressfrei tun. Wobei, jetzt zurück zur Frage, mutig werden. Also, ich erinnere mich, das erste Mal, als ich so ein, so ein Recording gemacht hab, 16 Spur von der Bühne live runter aufnehmen, äh, das war, äh, das war echt, wie sagt man auf Englisch, Nerf-Wracking. Also, ich hab da... Nervenaufreibend. Nervenaufreibend, ich habe, ich habe, äh, sehr große Tropfen geschwitzt. Also, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Stress dabei und, ähm, wenn das nicht läuft und, äh, also, da hing dann nicht so viel dran, weil ich denen das auch gesagt hab. Leute, ich hab das noch nicht gemacht, äh, ich hab auch nichts verlangt dafür, ne, ich hab gesagt, ich will das jetzt einfach mal testen. Ja gut, mach mal. Ähm, und das, das war sehr nervenaufreibend. Aber irgendwann merkst du, und zwar auch mit den Workshops, äh, hab ich dann gemerkt, äh, das funktioniert dann tatsächlich am besten, wenn ich einen Workshop ankündige. Der muss ja in der Zukunft liegen, damit die Leute Zeit haben, den zu finden und sich dann noch anzumelden und zu planen und so weiter. Ähm, das heißt, ich, 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 ich mach was auf die Website, was im Dreivierteljahr in der Zukunft liegt. Und in, natürlich hab ich in dem Moment das Ding noch nicht bis ins Letzte durchgeplant, sondern ich hab ein, ein Skelett, ich weiß, wo es hingehen soll. Und ich, ich plane dann eben, äh, während das Ding auf mich zurollt und die Leute sich anmelden. Also die Detailplanung. Und diese, also da musst du schon erst ein bisschen Mut haben, mal sowas einfach da rauszustellen, ohne dass es irgendwie bis zum Schluss durchgeplant ist. Also du weißt noch nichts, du hast einfach, oder weißt noch nicht viel, du hast einfach erst mal so ein, ja, so ein Gerüst nur. Und das hat Mut erfordert, aber anders geht's irgendwie nicht. Also du musst das tun. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, also irgendwann kamen dann auch noch Fototouren dazu, also mit richtig Reisen und so. Ähm, und ich, ich hab jetzt schon Sachen für 2019 in der Planung. Und das ist auch so, ja, ist lustig, ne? Ja, das ist überhaupt nicht verwunderlich, aber das ist natürlich, also das ist natürlich ein Aspekt, den du ansprichst, ähm, auf meine Frage hin, mutig sein. Natürlich dieses in die Zukunft hineinplanen, selber, selber Ereignisse setzen, also die kommen nicht. Ja, und man, und man, ein Fotokina oder so, oder was weiß ich, so wie ein Maker Faire, wo ihr jetzt gewesen seid, das ist etwas, was nimmst du dran teil. Ähm, bei den anderen Geschichten, da setzt du sozusagen den Impuls und das muss man auch erstmal hinkriegen. Und man wird dadurch einfach mutiger, weil man, weil man sich selber mehr zutraut. Weil jedes Mal, wenn ich sowas tue und es ist dann erfolgreich, hab ich ja wieder, bin ich ein Stück gewachsen, das ist ein Wachstumserlebnis. Und in dem Moment werde ich auch, ähm, weiß ich, dass ich mir vertrauen kann, dass das dann auch wird. Das heißt, äh, man wird dann, das ist nicht mutig, aber man bekommt einfach mehr Selbstvertrauen in solche Sachen. Und ich hab heute kein Problem mehr, ähm, für, für in einem Jahr irgendwie eine Fototour anzukündigen, äh, von der ich nur so grob weiß, wo es lang geht und, ähm, und wie die Kosten sind. Eine Kosten muss ich wissen, da muss ja was dafür verlangen, aber, ähm, es ist tatsächlich, es, 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 das Selbstvertrauen steigt dadurch ins Unermessliche. Sehr gut. Ohne, ohne dabei arrogant zu werden, bitte. Ja, nee, ist klar. Bevor ich wieder an Marc zurückgebe, noch eine Frage und zwar, ähm, wenn man so anfängt zu planen und auch positive Erlebnisse hat, kommen ja, gerade wenn man dann so auf dieser unternehmerischen Schiene ist, unterstelle ich jetzt mal ganz viele Ideen. Und das kann man noch machen, jenes kann man noch machen und hier könnte man ja auch und, äh, wie du gerade sagst, ne, warum nehmen wir nicht unseren, unseren Seminarraum quasi auf, auf Reisen mit und machen Touren und so weiter. Ähm, man kommt vielleicht aber irgendwann an so einen Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich mich ein kleines bisschen übernommen, also ich mache mehr als Kraft da ist oder Zeit da ist. Hast du da ein Gespür dafür, wann für dich der Punkt da ist, wo du sagst, jetzt, jetzt ist gut oder schießt du da auch schon mal über das Ziel hinaus? Also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das komplett im Griff, aber ich, also ich hatte 2000, äh, nee, ich hatte, no, 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 1999 hatte ich einen, so einen klassischen Burnout. Da habe ich tatsächlich einen Job gehabt, der, ja gut, Burnout, das ist, äh, eigentlich, äh, ist, glaube ich, der, der offizielle Begriff irgendwie über Überlastungsdepression. Also, ich habe damals einfach im Job, ähm, so dermaßen viel Stress gehabt, dass ich dann, äh, irgendwann mit, mit, so, ich, ich dachte, ich sterbe jetzt im Krankenhaus gelandet bin. Und das hat mir ganz viel im Kopf verändert. Das war eine notwendige Sache, weil ich danach relativ gut gemerkt habe, ich habe Grenzen und die sind auch, die sind auch da, ne, die kann man mal kurzfristig überschreiten, aber wenn man das zu lange macht, dann kann das auch ganz böse Auswirkungen haben. Und Stress ist sowas, ne, also, das kann ich nur jedem sagen, passt auf euch auf. Aber manche, so wie ich zum Beispiel, brauchen dann dieses Erlebnis auch, um das zu lernen. Und insofern bin ich da schon so ein bisschen, also, ich, ich weiß jetzt schon besser, was ich kann, was ich nicht kann. Aber natürlich, ne, die Sachen, die ich tue, die sind alle mit recht wenig Regelmäßigkeit. Also, klar produziere ich regelmäßig, aber jetzt fahren wir zum Beispiel im September, ähm, fahren wir in Urlaub. Das heißt, ich habe viele Sachen vorproduziert und dann balze ich es halt dann doch mal. Äh, und das ist aber mittlerweile so, dass ich sage, naja, da muss ich halt mal kurz durch, aber das ist, das ist zeitlich begrenzt. Ähm, und bei vielen Sachen ist es mittlerweile so, dass ich sage, ja, das täte ich gern machen, aber nein, ich tue es nicht. Also, das Nein sagen lernen, musst du machen, sonst, sonst bleibst du selber auf der Strecke. Hm, okay, verstehe gut. Marc, jetzt bist du wieder dran. Jetzt bin ich wieder dran. Was für eine dankbare Stelle. Ja, ich habe es runter moderiert und du musst es wieder hochholen. Energie! Ja, ja, Energie. Naja, aber das, das stimmt schon. Ähm, Mut gehört aber irgendwie überall dazu, oder? Egal, ob du selbstständig bist oder nicht. Wenn man was erleben will, dann... Ja, irgendjemand hat mal gesagt, die interessanten Sachen passieren am Rand. Nicht da, wo du, nicht, nicht, nicht auf dem, nicht auf dem kuscheligen Sessel, sondern das, du musst halt ein bisschen, ein bisschen raus aus der Komfortzone musst du. Und dann wird es plötzlich spannend und cool. Absolut. Jetzt kommen wir mal weg aus dieser, aus diesem Stress. Was für ein Stress? Ja, ja, und kommen zurück zum Podcasting. Ja, Podcasting. Du sprachst anfänglich mal, dass du gerne eine Show im Radio gemacht hättest oder hättest du gerne gemacht, so rum. Hätte ich mal gerne gemacht, ohne, ohne bestimmtes Thema. Einfach, ich wollte immer schon mal mich vor ein Mikrofon setzen und irgendwas erzählen. Hauptsache vor ein Mikrofon und labern. Genau. Das war, das war, das war mal ursprünglich die Motivation damals. Sehr cool. Jetzt, äh, habe ich das damals falsch verstanden? Oder bist du nicht sogar auf einem Sender, auf jeden Fall, nicht in Deutschland, ab und an mal zu hören? Ich glaube, Sonntagabend. Ja, ja. Kurz, ganz kurz. Aber das ist ja auch aus dem Podcast gekommen. Das ist ja auch aus dem Podcast gekommen. Aber das ist doch das Besondere, deswegen wollte ich diese Brücke noch nehmen, weil dann kommen wir ja auch zum eigentlichen Thema. Also es, es gibt, es gibt in USA einen Tech-Journalisten, den Leo Laporte, der früher schon bei ZDTV, CDTV, das war mal so ein Tech-Fernsehsender, also der ist, der ist Radiomensch und Fernsehmensch und so weiter. Und, äh, dann haben die irgendwie diese CDTV in den, oder irgendwie das Management hat das wohl an die Wand gefahren und dann haben sie es zugemacht und, äh, das war dann alles irgendwie doof und dann ist bei ihm bloß noch irgendwie dieser Radiojob übrig geblieben und dann hat er, das war eben auch so zu dieser Zeit Mitte 2000, äh, 2004, 2005, ähm, wo er dann eben auch das Podcasten entdeckt hat und er hat so ungefähr, wir haben so ungefähr zeitgleich angefangen zu Podcasten. Jetzt ist er der alte Radioprofi, ne, also der hat quasi schon noch besser gewusst, wo es lang geht und, ähm, hat aber auch gemerkt, dass dieses Medium eben anders ist als Radio und hat das auch sehr gut getan und hat dann angefangen, ja, hat dann mehrere Podcasts produziert, äh, zu diesem Thema und da ist dann das Twit-Network draus geworden, also This Week in Tech und, ähm, das ist ein ordentliches Podcast-Netzwerk mittlerweile und den habe ich damals auf so einer Podcaster-Convention getroffen, also da ich eh für die Amis erstmal viel gepodcastet habe, bin ich dann auch auf den einen oder anderen Podcast-Kongress, da gab es damals noch echt spezielle Podcaster-Kongresse, äh, in die USA gefahren und, äh, habe ihn dann dort getroffen und irgendwann habe ich dann gefragt, habe ich ihn dann per E-Mail später gefragt, äh, warum er eigentlich auf seiner Wochenende-Radio-Show die Tech-Guy keine, äh, Fotografie bespricht, weil das war da zu der Zeit, waren dann eben gerade die digitalen Kameras ganz wichtig geworden, ähm, und dann, äh, kam, kam die Mail, die Antwort zurück, ja, stimmt, willst du mal? Der wusste, dass ich Podcaster bin und dass ich das Thema ganz gut beherrsche und dann, äh, haben wir das mal ein paar Mal ausprobiert und, äh, ja, da bin ich, ähm, seither quasi fast jeden Sonntag hier abends, dort, ähm, um halb eins mittags, äh, für ungefähr zehn Minuten als The Photo-Guy und erzähle, und erzähle, und erzähle Sie an wie der kleine Bruder vom Tech-Guy Schon ein bisschen, ne? Ja Ne, das hat er irgendwie geprägt, weil für die Amis muss man das alles so ein bisschen, so ein bisschen hübsch einpacken und, ähm, dann bin ich da zehn Minuten und rede über irgendein Thema, wir machen so Foto, ja, so Hartwettbewerbe, also Leute, da gibt's mittlerweile, also haben wir damals irgendwie eine Flicker-Gruppe aufgemacht, da sind mittlerweile irgendwie zwölftausend Leute drin und, äh, die Radioshow ist recht, äh, gut gehört, der hat also USA-weit, äh, ist die verteilt oder syndicated und, ähm, das sind so zwischen ein und zwei Millionen Leute, die das hören Mhm Das hatten wir am Anfang auch viel Angst gemacht, aber das machen wir live, am Anfang haben wir das aufgenommen, aber irgendwann haben wir gesagt, ne, wir machen das ab jetzt live und ja, das ist dann also hauptsächlich Radio, da läuft dann noch eine Webcam mit, also das ist mit, mit twit.tv noch mit Livestream und so weiter ähm, ja, aber auch da verliert man natürlich irgendwann die Angst, weil es beißt einen ja dann doch keiner wirklich böse Ja, und die Routine schleicht sich ein Oh, das auch, das ist natürlich auch, das ist auch gefährlich wieder, zu viel Routine kann natürlich auch nach hinten losgehen ähm, aber auch das merkt man mit den Jahren und irgendwann lernt man, dass man das halt dann doch nicht ganz so routiniert machen darf Gab's denn mal so einen Moment, wo du gedacht hast, oh, warum hab ich das jetzt so gesagt? So ein, so ein Facepalm-Moment Hm Die gibt's eigentlich ständig Ne, es ist immer wieder, ich merk's halt ich merk halt schon wenn das, also das ist immer hier abends um halb zehn äh, bei uns und da kann's schon mal sein, dass ich ein bisschen müde bin und dass ich dann irgendwie, dass mein Englisch nicht mehr ganz so dass ich das nicht mehr so ganz im Griff habe und dann fällt mir mal was nicht ein oder Ach, da kommt, dein Englisch ist zu der Uhrzeit dann so wie, wie meines, wenn's auf Hochtouren läuft Ja, ich weiß es nicht, aber es ist halt es ist halt, äh, du lernst dann halt recht schnell rum zu jonglieren oder, äh, wenn, wenn der Leopold aufmerksam ist und das ist er in der Regel, dann merkt er auch hoppla, jetzt muss ich eingreifen also, es geht eigentlich immer irgendwie da hab ich mittlerweile ein sehr auch da hab ich mittlerweile ein sehr gutes Selbstvertrauen, dass das schon irgendwie passt Das ist ja wunderbar So Darf ich noch eine Frage reinschieben? Selbstverständlich Weil du, weil Chris, du hast gerade gesagt Routine darf sich da nicht einspielen oder so sinngemäß Was ist das Gefährliche an Routine? Warum sollte man das vermeiden? Naja, das ist wie bei vielen Sachen Du, du, am Anfang schwitzt du Blut und Wasser und willst das gut machen also gerade so eine Live-Situation und hast halt auch eine entsprechende Spannung drin und diese Spannung, die merkt man und die ist auch positiv die hat auch, ist ja auch eine Art Energie dann wenn die beflügelt Das beflügelt, genau und dann hast du irgendwie hast du das dann zwei, drei, vier Mal und dann wird es irgendwie wirst du dann ruhiger und lockerer und da geht dann auch ein bisschen Energie weg und dann fängst du halt an auch mal Fehler zu machen weil du nicht mehr so konzentriert bist vielleicht also das ist die Gefahr für mich bei der Routine dass man dann anfängt Fehler zu machen weil man glaubt man könnte jetzt alles und dann machst du auch Fehler und deshalb denke ich also Routine ich brauche aber auch immer so ein bisschen Abwechslung also mir wird es einfach schnell langweilig wenn ich jetzt immer das immer gleich mache dann will ich es irgendwann nicht mehr tun deshalb ist auch für mich der Podcast so ein klasse Medium weil da steht keine Sendeleitung dahinter die mir vorschreibt, wie ich was zu tun habe sondern ich mache mein Ding und ich bin genau einer Gruppe Menschen verantwortlich und das sind die Leute, die mich hören und wenn ich schlecht bin oder wenn ich Scheiße baue dann lassen die mich das wissen indem sie es nicht mehr hören also das ist so ein sehr direktes Feedback was da kommt und ich kann ich ändere auch meine Sendung also die hat zwar schon so gewisse Grunddinge aber trotzdem wird dann immer wieder mal was anders gemacht oder irgendwas verändert weil ansonsten würde ich ja ansonsten würde es so dann auch in die Langeweile abdriften für mich das verstehe ja verstehe gut Marc bitte danke es klang eben so süß okay jetzt muss ich mich mal wieder zusammenreißen wo war ich denn danke Martin mein roter Faden ist weg Entschuldigung Entschuldigung es tut mir so leid es tut mir so leid nee das ist ja gut ich finde das irgendwie stark so kommen wir nochmal zur Fotografie Podcasting genau vom Tech Guy zum Photo Guy und jetzt macht der Photo Guy natürlich noch mit einem anderen Photo Guy also mit Boris Happy Shooting über den wir schon gesprochen haben jetzt ist dieser Haupttenor der Grund warum du überhaupt hier bist wir wissen ja du bist ja Podcast Millionär total ich werde euch auch gleich beraten wie es geht yeah 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 und jetzt kommen wir so langsam eben zum Thema der Sendung wir wollen so ein bisschen über Geld verdienen und Podcast sprechen das ist irgendwie so ein Dornröschen Thema das liegt manchmal im Schlaf und da ist man irgendwie auch froh dass man nichts mehr drüber hört und dann ist es plötzlich wieder da wieder ein Skandal also Skandal in Anführungszeichen es ist halt immer irgendwie Thema immer klein mal ist es ein großes Thema jetzt machen Amerikaner regelmäßig und relativ groß produziert Werbung in Podcasts das klingt ähnlich eben wie beim Radio dass so ganze Blöcke reingeschnitten werden so kann ich es jedenfalls ich rede jetzt natürlich nur aus meiner Perspektive so viele amerikanische Podcasts habe ich noch nicht gehört aber die die ich gehört habe und die Werbung beinhalten da klang es eben so wie so ein Radioeinspieler jetzt ist das ich glaube so eine Geschmacksfrage in Deutschland hat sich in der Podcastszene natürlich auch jetzt schon so oder in der Podcastlandschaft ich rede lieber von der Landschaft so eine so eine andere Art und Weise der Werbekommunikation kann man das so sagen oder Werbeplatzierung eingeschlichen die ich auch sehr angenehm finde und zwar man macht ein Thema daraus das heißt nicht zwingend Matratzen mit Matratzen und Müsli Werbung habe ich nach wie vor meine Probleme aber bei Happy Shooting habt ihr beispielsweise auch Werbung enthalten Werbung von einem gemeinsamen Bekannten und der führt wie es der Zufall so will natürlich ein wie sagt man ein Foto-Zubehör-Unternehmen Geschäft habt ihr habt ihr von Anfang an gesagt oder irgendwann gesagt oh nö jetzt wollen wir auch ein bisschen Geld mitverdienen oder war das dann so eine glückliche Fügung dass man mit Ingo damals zusammen kam also ich ich glaube ich muss erstmal kurz ein bisschen ausholen nicht so nicht zu weit allerdings die Frage ist erstmal wie kann man überhaupt mit dem Podcast Geld verdienen das ist immer so die Frage da sind ja manche die dann podcasten und sagen boah das ist wirklich reich und berühmt ähm und dann ganz blöd aus der Wäsche gucken ja das dachte ich auch mal nee also also du kannst natürlich du kannst natürlich ein Podcast für Geld verkaufen kannst sagen hier ich mache jetzt Folgen und die kosten Geld und das müsst ihr im Monat was einwerfen das gibt das Modell das machen ja auch manche ähm Moment welches Modell meinst du also so ein Abo-Modell so ein Abo-Modell und dann gibt es natürlich das Thema Werbung im Podcast und damit den Podcast äh zu finanzieren oder es gibt dann das dritte und das ist ähm mit was komplett Peripherum das Geld zu verdienen und den Podcast eben nur als als eine Plattform zu verwenden damit äh die Leute dann darüber erfahren was du tust also ähm ich mache tatsächlich zwei Dinge davon aber das ist auch im Rückspiegel klingt das wieder so geplant das ist alles sehr organisch gewachsen ich äh also wir haben auf Happy Shooting einen Sponsor das ist Enjoy Your Camera und die äh sind seit ich glaube fünf Jahren oder so jetzt bei uns und unterstützen uns und ähm und dann mache ich eben diese Workshops und Touren und ich bin mittlerweile äh so frei meine Plattformen dann zu verwenden um darauf auch hinzuweisen ähm das ich merke da einen sehr großen kulturellen Unterschied wenn ich die Amis mir angucke und die Deutschen mir angucke wie du gerade gesagt hast die Amis sind irgendwie lockerer was das Thema angeht äh Werbung ist für die Amis völlig normal es ist doch ganz klar dass man da Geld mitverdienen darf weil man steckt ja seine Zeit rein also so sieht der Ami das dann gibt mir jemand was gratis dann soll der doch bitte auch irgendwie dran verdienen mein Schlüsselerlebnis dazu war als ich ja schon eine Weile mit dem Diodo Port diese Wochen äh diese Sonntagsgeschichten gemacht hab bei seiner Radiosendung und irgendwann äh er mich dann fragte ja was willst du denn diese Woche äh willst du für irgendwas werben also wir machen eine kurze Vorbesprechung und ich sag ihm kurz was für ein Thema kommt und dann fragt er ja und what do you wanna is there anything you want to advertise und äh ich so oh nö ich weiß jetzt auch nicht do you have a product also hast du irgendein Produkt oder willst du normalerweise kommen Gäste die Bücher vorstellen oder sonst was tun und ich so ne nicht wirklich ich bin eigentlich ganz froh also wenn ich möchte gesehen werden ich will ich will nur dabei sein naja das nicht weil also schon auch aber aber ich hat damals habe ich schon die Workshops gemacht natürlich habe ich so ein bisschen dann auch die Workshops und und überhaupt aber das war eher so dieses ja aber aber so bezahlen wir dich doch also du kannst dir du sollst dir ne die Leute wollen und so weiter und ähm das war zu der Zeit wo ich wo ich gerade angefangen habe so ein bisschen auch äh so so das Thema Bücher mal anzugucken und das Thema ähm da habe ich dann ein E-Book gemacht ähm und hab dann noch mehr diese diese Reisen und Podcasts äh vermarktet und äh das hilft mir auch ein bisschen also da kriege ich auch ein gewissen Prozentsatz der Leute die auf meine Reisen mitkommen kommen über diese Sendung weil sie davon gehört haben ja ja also das ist schon ich frage die Leute mal wenn sie sich anmelden wo sie mich denn gefunden haben und da kommt äh so ja ich sag mal ein Viertel ungefähr von den Leuten die kommen kommen über Leoport also das ist schon eine Plattform die ist was wert ne und die Amis sind also da tatsächlich so drauf dass sie sagen ja ne logisch du sollst wir wollen das wir erwarten das von dir und ähm hierzulande ist da ein bisschen mehr Skepsis dem Commerz gegenüber und als dann damals ich weiß gar nicht mehr ich glaube der Ingo hat also Ingo Quendler Enjoy Your Camera hat dann irgendwie glaube ich mal angefragt ob das eine Möglichkeit wäre der ist da jetzt relativ entspannt was das Thema angeht also ich hab dann schon andere die sagen ja ich will aber jetzt genau wissen auf auf den auf den einzelnen Hörer genau wie viel das jetzt hören und von wo die alle kommen und so weiter und Ingo war da mehr so ne lass uns das mal probieren und dann haben wir natürlich überlegt wie machen wir das äh damit das bei unseren Hörern nicht irgendwie auf auf falsch aufschlägt ne das kann ja total schnell passieren ja beispielsweise wenn ein Produkt nicht zum eigentlichen Tenor einer Sendung passt genau und das ist auch für mich total wichtig dass das irgendwie dazu passt und die also Ingo macht verkauft Fotozubehör und das ist natürlich klasse passt natürlich total gut und dann haben wir uns überlegt wie wir das machen können und da ist es dann tatsächlich äh so zum zum eigenen Segment schon fast geworden weil er schickt uns halt jede Woche ein Gadget ein Fotogadget irgendwie und äh wir testen das und reden drüber und zerreißen es auch schon mal und dann wird das noch irgendwann verlost also wir haben da alle Freiheiten das ist das Coole dass Ingo sagt naja macht ihr mal ihr macht das schon ihr wisst ja ihr wisst ja wie ihr mit euren Leuten reden müsst ihr kennt euer Publikum ich kenn's nicht und das Resultat ist halt dass ja dass wir dann auch sehr offen sind sehr ehrlich sind und das Ding dann auch noch äh in der Regel eine Verlosung geben äh wir machen dann auch so Bilder Review oder so ein Bilder Wettbewerb wo die Leute Fotos einschicken und dann äh wird halt was äh verlost was wir von Enjoy Camera bekommen haben für die Sendung das heißt alle haben was davon alle haben irgendwie auch eine Information dadurch und dann ist das plötzlich gar nicht mehr so Werbung 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 sondern das hat halt auch einen gewissen Wert ich hab aber auch schon Firmen abgelehnt also bei Tips from the Top Floor wollte mal wollte mal Visa bei mir werben die mit den Kreditkarten und da hab ich so eine Blödsinn also das hat ja mit die sind doch viel zu klein zu tun ja das also da hab ich mir da hab ich mir einen relativ lukrativen Werbepartner äh eben nicht gegeben weil weil das das fand ich dann irgendwie doof andererseits ne es kann natürlich auch anders gehen also ich glaub die Geschichte hab ich auch der Subscribe erzählt in den Frühzeiten der 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 von Tips from the Top Floor war ich äh unter Vertrag bei ähm Mevio hießen sie später äh die die Adam Adam Currys Firma damals also die haben quasi Werbetreibende für Podcaster die haben Werbetreibende mit Podcastern zusammengebracht und haben äh dafür noch irgendwie ein bisschen bisschen Zwischenkohle abgegriffen und äh die haben dann mal bei mir angefragt ob ich für Partida Tequila werben möchte und Partida Tequila ist ein Tequila Hersteller aus Mexiko und dann habe ich dann habe ich zurückgeschrieben und sagte ja Blödsinn was soll ich damit denn tun also das war das war klasse und dann dann wedelten die mit 1500 Dollar für eine Werbung auf einer Video-Folge und ich so äh okay wie hieß das Getränk nochmal? Partida Tequila also ja 1500 wie heißt euer Getränk? eine Episode das war tatsächlich das war tatsächlich mit Abstand das lukrativste in dem Bereich was ich jemals für eine Folge bekommen habe und dann äh dann dann habe ich natürlich erstmal angefangen zu schwitzen okay du willst die Kohle haben aber wie kannst du das jetzt so hinbekommen dass dir nachher nicht die Hörer die Bude einrennen weil A ist das Alkohol und eigentlich will ich nicht für Alkohol werben äh und B hat das ja mal mit Fotografie gar nichts zu tun und dann habe ich eine Video-Folge konzipiert in der ich ein aus einer Pappschachtel und Pergamentpapier und Klebestreifen ein eine Fotobox gebaut habe und die haben ja so kleine so kleine so drei in verschiedenen Altersstufen das war dann so von von Gold über Braun über Dunkel irgendwie dann äh diese drei Fläschchen die hübsch ausgesehen haben und dann habe ich eben diese Fläschchen als Fotoobjekte genommen habe da nebenher gezeigt wie man so eine Kiste baut wie man sich ein tolles Fotolicht für Produktstudio macht und hab aber natürlich ich hab das ganz offen hab gesagt Leute das ist hier gesponsert von Party der Tequila aber wir machen jetzt mal was cooles mit Fotografie und die Dinger waren immer im Bild und am Schluss bin ich noch zu einem befreundeten Barkeeper damals noch in Tübingen gefahren und hab dem noch die Flaschen vorbeigebracht der hat noch ein Cocktail draus gemacht und das hab ich gefilmt und ähm und da hab ich diese Folge online gestellt hab die 1500 Dollar abgegriffen und hab und hab ganz 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 fest das Genick eingezogen und auf den Shitstorm gewartet und ich dachte jetzt fliegt dir das um die Ohren das kannst du nicht bringen du ich hab von ich hab nicht ein negatives Feedback bekommen nicht eine negative Stimme ganz im Gegenteil das waren wieder hauptsächlich die Amis ja aber aber es war Werbung für Alkohol verdammt ja ja und die Amis fanden das einfach nur durch die Bank weg cool denen hat das gefallen die fanden das klasse äh die haben also ich hab ich hab wirklich zig zig E-Mails mit Lob bekommen die gesagt haben boah geil war das toll mehr davon und so und kein einziger hat gesagt boah das war jetzt aber ein bisschen grenzwertig was ich eigentlich erwartet hätte würdest du würdest du aber heute nochmal so reagieren würdest du dich das jetzt nochmal trauen oder wärst du jetzt übervorsichtig ne also übervorsichtig bin ich jetzt nur in einem Punkt geworden also da sag ich wenn ich wenn das mit Fotografie zusammenbringbar ist und ja Visa hätte man auch sagen können ihr könnt eure Kameras damit bezahlen also aber das wäre mir schon ein bisschen zu weit hergeholt das wäre nicht schlau glaube ich ne übervorsichtig bin ich geworden ähm mit einer Geschichte und zwar äh 2008 äh waren war ich mit Boris zusammen auf der Fotokina mit Happy Shooting und wir haben da eine Videoserie gemacht wir haben dort produziert aufgenommen produziert haben einzelne Anbieter auf der Fotokina interviewt äh sind da sehr flapsig rangegangen hatten da auch zwei Sponsoren an Bord und zwar damals HP und Wacom die mit den Tablets äh und die also das war irgendwie war das eine ganz coole Geschichte und das war auch klar dass das gesponsert ist von HP und Wacom äh deren Logos waren da zu sehen und so weiter ähm und trotzdem und dann gab es eben auch das haben wir denen dann eben zugesagt dass wir da zwei Episoden machen wo wir äh dann auch die mit ihren Produkten interviewen ähm und wir haben nicht ich glaube nicht deutlich genug hundertmal gesagt das ist eine gesponserte Folge jetzt kommt gesponserter Content sondern wir haben es ein Stück weit den Hörern überlassen oder den Zuschauern überlassen äh das quasi aus dem Gesamtbild abzuleiten und da hätten wir wahrscheinlich noch rechts oben eine blinkende Box reinnehmen müssen mit äh Werbeverkaufsveranstaltung oder sonst was damit das irgendwie ja also die Hörer haben auf jeden Fall sehr also es gab so einen kleinen Shitstorm keinen großen aber es gab schon schon so äh sehr deutlichen Gegenwind an der Stelle und da ist mir sehr sehr klar geworden dass ich unglaublich offen sein muss mit allem wo Geld fließt weil das ist ganz klar dass äh die Leute das wissen müssen im im Rundfunk gibt es natürlich Gesetze dafür wobei die werden heute auch nicht überall beachtet so Thema Product Placements und so weiter ja wobei das aber durchaus ähm auch kennzeichnungspflichtig äh ist es auf YouTube Podcast ist es auf YouTube mittlerweile auch auf Podcast wahrscheinlich auch aber ich glaube da wird es noch etwas laxer gehandhabt weil der Podcast eben kein Mainstream Medium ist ähm und das hat mir damals klar gemacht Moment wenn du wenn du dir das Vertrauen der Leute nicht verscherzen möchtest und das ist das Einzige was du hast als Podcaster ne das ist das Einzige was du hast wenn die Leute dir nicht mehr vertrauen dann kannst du das gleich lassen äh dann dann musst du damit echt äh sehr offen und offensiv umgehen und das ist auch ganz klar also wir wir machen es auch immer klar wenn wir über Produkte reden dann reden wir über die Produkte weil sie uns gefallen oder weil sie uns nicht gefallen äh und jetzt kommt ein Werbeblog und jetzt ist der Werbeblog zu Ende das muss einfach ganz klar sein äh wichtig ist also das höre ich jetzt so raus bei euch ähm dass es eben einen Themenbezug gibt definitiv auf ähm die Art des Podcasts die die ihr oder die du machst also beispielsweise jetzt Enjoy Your Camera by Happy Shooting ähm und du kannst dir nicht vorstellen für Visa Werbung zu machen also ich müsste zumindest sehr sehr gründlich drüber nachdenken also ich ja also ich meine eine Fototasche oder ein Stativ ist einfach passt einfach besser dazu als äh eine Geldausgiebekarte eben und es kommt auch nicht jeder Sponsor automatisch in Frage der sich anbietet darauf wollte ich eigentlich hinaus weil Visa hat sich aber ruhig gemeldet äh sondern es ist ja auch so ähm dass du ähm das hast ja auch schon richtig erkannt oder gesagt das Vertrauen äh der Menschen ist ja im Prinzip ähm das höchste Gut das du als als Macher hast egal ob es jetzt beim Film oder beim Podcast ist oder Blogger ähm ähm darauf kommt es an das ist deine Basis auf der du dich begibst äh lebst sozusagen schon fast ähm es muss äh das habe ich beispielsweise hier beim äh Projekt The Creative Network gemacht ich habe jedem Sponsor da haben sich auch irgendwann ähm angefangen das hat sich wahrscheinlich rumgesprochen und das Potenzial wurde klar äh das dahinter steht da hatten sich dann auch die ein oder andere das eine oder andere Unternehmen sich äh berufen gefühlt sich zu melden nur du wenn du wenn du keine Ehrlichkeit mit drüber bringen kannst du hast ja gesagt wenn bei Enjoy Your Camera was dabei ist das äh einfach blöd ist kannst du dich nicht hinstellen vor das Mikrofon oder vor der Kamera und sagen oh mein Gott das ist das beste Täschlein für meine Nikon das ich jemals hatte oder du musst es halt dann echt relativieren und sagen das Täschchen ist wahrscheinlich für für folgende Gruppe okay aber für mich taucht es nix das ist dann wenigstens noch eine ehrliche Meinung und jetzt ähm gehen wie soll ich sagen wenn man es wirklich drauf anlegt und das oberste Ziel wir spinnen jetzt mal rum das oberste Ziel ist jetzt Geld zu verdienen mit Podcast wenn es das wäre dann also dann dann oh mein Gott entweder bist du Spitzen Spitzensportler in Sachen Balance halten und Balanceakt hin und her oder aber du wechselst oder entfließt dieser Problematik und machst ein Abo Modell und jetzt würde ich gerne die Runde freigeben die anderen sind so leise ich hätte euch jetzt auch gerne dabei ich hätte jetzt noch gerne kurz so eine kleine Diskussionsrunde oder Meinungsaustausch wir nennen es Meinungsaustausch also sowas ähnliches wie du damals bei der bei der Subscribe 7 ähm gemacht hast da war ja der die Überschrift das Clickbait sozusagen stinkreich werden mit Podcast ja ja das war echt Clickbait weil weil es ist halt nicht so also ich ich sage ich werfe jetzt mal folgende These in den Raum ähm man oder ich sage mal so funktioniert es bei mir ich mache das was ich gerne mache und was ich gut mache und dadurch dass ich es gerne mache und total also das Podcasten über Fotografie reden mache ich gerne dadurch dass ich das tue mache ich es automatisch auch gut und ähm in dem Moment wo ich was gut mache kann möglicherweise irgendwo Geld bei rüber kommen aber ich kann nicht mit dem also ich kann nicht mit dem Ansatz rangehen ich mache jetzt was und werde damit reich sondern ich muss was machen was mir Spaß macht was ich gerne mache und dann kommt vielleicht was zurück das kann ich gut nachvollziehen ja das stimmt ähm ja ähm Ansätze also was äh du hattest eben so ein bisschen die Möglichkeiten aufgezählt am Anfang was ich da noch so äh vermisst habe ist natürlich die Kombination aus Werbung und bezahlten Podcast ne dass man sich also als Hörer oder Hörerin freikaufen kann mhm äh hab ich versucht also ich ich hab ja auch noch so eine Patreon äh Geschichte und ähm da unterstützen mich auch ein paar Leute und den hab ich mal angeboten ob sie nicht mal einen werbebefreiten Feed haben möchten so als Goodie als was weiß ich 5 Dollar Stufe oder so äh hab ich denen gesagt ich könnte ein Feed bauen der keine Werbung drin hat und den kriegt ihr dann wenn ihr ein bisschen mehr bezahlt und ich hab auch innerhalb kurzer Zeit irgendwie 10 Antworten gehabt und die haben die waren alle alle identisch insofern dass sie gesagt haben lass den Scheiß die Werbung ist doch cool wir lernen doch was davon äh nimm das nicht raus das bringt uns nix ähm und das war durch die Bank Amis und Europäer also mhm insofern ich glaube das ist mittlerweile auch so ein bisschen in der Erwartungshaltung der Leute drin und ja manche manche haben ja tatsächlich auch mal was für die Werbung gefunden was sie sonst nicht gefunden hätten absolut ich erinnere mich da an einen Kameragurs zum Beispiel ja aber zu den Modellen nochmal hast du auch irgendein Angebot was direkt hinter einer Paywall liegt wo man abgesehen von den Kursen die du gibst da muss man ja bezahlen um da teilnehmen zu können aber bei dem bei deinem Audioangebot ähm gibt es irgendwas was man nur hören kann wenn man vorher was bezahlt hat nö ähm das will ich auch nicht also ich ja es ich hab ich hab noch nicht mal konkret drüber nachgedacht weil für mich solche Modelle eigentlich ich find sie doof ehrlich gesagt also ich persönlich ähm ich will das was ich tue eben tun und das Geldverdienen kommt kommt dann hinterher und nicht als als treibende Kraft es ist schön wenn man damit Geld verdienen kann es ist manchmal auch notwendig Geld zu verdienen natürlich musst du ja von irgendwas deine Brötchen bezahlen aber ich also der Ansatz funktioniert für mich halt nicht ähm Sachen zu machen um um Geld zu verdienen das ist bei mir in der Fotografie genauso ich fotografiere das was mir Spaß macht und was ich schön finde und ich fotografiere nicht äh so damit es dann auf Plattform XY möglichst viele Herzchen bekommt äh das wäre für mich der falsche Ansatz naja aber als Workshop Anbieter hast du hier ein Produkt was du annoncierst wie wir das vorhin besprochen haben also in sechs Monaten ist Workshop XY und wer dann teilnehmen muss der muss sich vorher ein Ticket kaufen der kommt nur dann rein wenn er irgendwie was bezahlt hat ganz klar das ist eine Paywall und also in dem in dem Seminarangebot was du verkaufst ähm oder die Reisen die du anbietest ähm da ist es ganz klar so ein Paymodell bei dem Audioangebot eben nicht da machst du tatsächlich einen Unterschied ja 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 ähm letztendlich klar ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen aber selbst bei den bei den Workshops und Fotoreisen mache ich ja nichts wo ich was ich tue um nur Geld zu verdienen ich kannte mal einen Fotografen der der war da ziemlich äh ja abgebrüht über die Jahre der war schon ein bisschen älter und der meinte naja wenn du Geld verdienen willst dann musst du da musst du so so ähm so Aktfotoworkshops machen da kommen dann die Leute da mietest du dir irgendwo einen einen Saal und dann mietest du dir irgendwo einen Model und das sieht sich dann aus und dann kommen schon die Leute und zahlen auch dafür ähm ja könnte ich machen aber tue ich es nö weil ich ich die Sachen gerne mache also ich mache die Sachen die ich gerne mache und wenn ich irgendwo hinreise dann mache ich das in erster Linie mal weil ich da Bock drauf habe und wenn ich über ein Thema rede mache ich das weil ich da Bock drauf habe also ich ich habe ja bisher noch wirklich kein Thema jetzt genommen wo ich mich total hätte verbiegen müssen weil also das kann das kann natürlich schon mal passieren also wenn jetzt eine Firma XY kommt und sagt wir wollen sie für unsere Belegschaft äh wollen wir von ihnen ein Seminar haben zu Thema XYZ äh und da bezahlen wir richtig gut dafür dann mache ich da schon mal was was in irgendeiner Form passiert jetzt nicht oft aber äh was dann eben deren Bedürfnisse auch genau trifft weil das ist dann wenn es gut genug bezahlt ist ist das auch ein Stück Schmerzensgeld aber aber wenn ich die Sachen mache für mich dann ich mache die Sachen für mich erstmal mhm ich wollte das mir so ein bisschen aus so einer Marketing Perspektive ich bin totaler Laie was das angeht aber wenn ich mir halt vorstelle ich ja auch eigentlich ich baue eine Payful auf dann habe ich immer einen eingeschränkten eingeschränkten Nutzerkreis also tatsächlich nur die Leute die tatsächlich dann auch irgendwas gemacht haben vorher irgendeine Vorleistung erbracht haben wenn ich das offen halte dann habe ich zumindest die Möglichkeit dass ich auch zufällige Kundschaft erreiche die die also quasi barrierearm wenn man sagt gut du musst dir fünf Minuten Werbung anhören das ist zwar eine Barriere für manche aber relativ einfach also ich kann sozusagen breiter streuen der 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 in Anführungszeichen Masseneffekt ist größer als wenn ich eben ein Angebot für 20 Personen mache ja und muss dann halt in dem Moment dann das das Medium halt nutzen um andere Sachen zu verkaufen oder du machst dann noch diese Kombi dass du sagst okay es gibt hier einen Teil einen Teil Gratis Content und dann gibt es aber auch noch einen Teil Bezahl Content das ist dann die Plus oder so das machen ja auch welche die Larissa die hatte uns mal erzählt dass sie diese Slow German Angebote macht also Audio gesprochen Deutsch langsam gesprochen als Audioangebote und die dazugehörigen Übungshefte diese kleinen Seminarbücher oder was die verkauft sie dann sozusagen also da ist das Audio Material der der Werbeträger für etwas anderes was man dann tatsächlich veräußert so könnte man das das ist dann schon richtig mit einem Konzept also das ist auch finde ich auch gar nicht verwerflich weil letztendlich wird ja dann dein Publikum dir schon zeigen ob das funktioniert oder nicht ob sie das mögen oder nicht und also für mich ist halt wichtig dass das was ich da tue dass ich das dass ich das so dass ich das so machen kann dass ich dann irgendwie immer noch mich im Spiegel anschauen kann und das ist für mich ganz wichtig also so die dass das das große Wort dafür ist immer so die Integrität wahren also insgesamt einfach integer zu bleiben und nicht die Sachen dem dem Kommerzwillen zu machen ich könnte wahrscheinlich mehr verdienen wenn ich anders rangehen würde aber das ist nicht mein Ansatz dann lieber ein bisschen weniger der Simon Dückert hat in der Diskussion da bei der Subscribes 7 die Entrepreneurs on Fire erwähnt die relativ erfolgreich sind in Amerika mit ihrem Angebot und er hat besonders hervorgehoben dass sie ihre gesamten Einnahmen und die Geldströme die da hin und her fließen dass sie die absolut transparent machen also dass sie wirklich sagen so und so sieht das bei uns aus wäre das dann auch so ein Ansatz den du dann verfolgen würdest dass du sagst ich will das möglichst klar machen was ich hier treibe integer sein für meine Zuhörerschaft oder ist das nicht ganz dasselbe also ich mache es ich mache es ja klar was ich tue indem ich den Leuten sage jetzt ist Werbung das hier ist bezahlt und und damit bin ich echt was ich nicht tue ist dass ich jetzt irgendwo meine meine Einnahmen hier auf den auf den Teller lege das ist das ist das ist hier in Deutschland ist das echt ein Thema also das das könnte ich wahrscheinlich in Amiland besser machen aber in Deutschland ist dann ganz schnell auch Neid da richtig also Kommerz wird immer skeptisch betrachtet du sagst ja genau ich bin ja der Reiche nee nee aber du 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 ja ich sag das jetzt ironisch weil das ist ja auch nicht so der der ähm du erzählst ja deinem deinem Kollegen auch nicht wie viel du verdienst obwohl ihr beide wahrscheinlich den gleichen Job möglicherweise unterschiedlich viel verdient das ist ja möglicherweise steht in meinem Vertrag drin dass ich das nicht darf sogar ja okay dann ist das so aber im Normalfall ist das tatsächlich so eine so ein so ein no no und das hat schon seine Gründe weil ähm das verstehe ich auch also aber aber ich ich mache ja keinem was vor und das ist für mich so das Wichtige an der Stelle dass ich dass ich an der Stelle einfach ja ja dass ich mich selber gut damit fühlen kann ich glaube ich muss mich nochmal selber so ein bisschen einfangen also hier ist das Beispiel dass sie da jetzt tatsächlich ihre also das ich meinte damit nicht dass du deine gesamten Einnahmen offenlegen sollst sondern ähm ich kam von dem von dem Wort Integer und Integrity sozusagen daher dass man einfach sagt so äh hier stehe ich und äh alles was ich mache hat irgendwie einen erkennbaren Bezug und das eine ist ähm völlig frei zu konsumieren ich vermute mal Vrind wenn du bei Holgi bist da gibt es nichts für ich weiß es aber nicht da bin ich da bin ich und gieke mit Holgi über Fotografie ab und da fließen keine da fließen keine Geldströme ne ne aber aber es fließt natürlich in irgendeiner Form schon was also im Sinne von äh ich bin bei Holgi mit auf dem Netzwerk und ja ja als Werbeträger ne also als Werbemaßnahme und ich ja aber es ist ja ich sehe das ich sehe das ja nur indirekt so sondern ich habe erstmal total Bock mit Holgi über Fotografie zu reden weil wir können da echt abgiegen wenn du das schon mal gehört hast dann äh dann weißt du das und und das und als Nebeneffekt kommt halt dann rüber dass dass halt noch ein paar Leute mehr das hören und dass ich dann auch schon ab und zu mal den einen oder anderen auf dem Workshop habe der sagt ja ich habe das über Vrind mitbekommen das ist ja auch cool aber das da wird also weder da gibt es weder einen Vertrag noch Geld noch sonst was Podcaster Mitsprachevertrag ne ne das hört sich gut an ist natürlich nicht so ist natürlich nicht so was sagt denn der Lars dazu der ist so ganz still ich kann gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen sondern äh hauptsächlich zuhören denn ihr seid alle viel länger dabei habt viel mehr gesehen von der ganzen Szene und äh ich sauge im Moment einfach mal alles auf dann setz dich doch mal in die Hörer Hörerinnen Perspektive äh was kann man dir denn zumuten würdest du eine Paywall akzeptieren würdest du eingesprochene Werbung vom Podcaster selber akzeptieren würdest du klar redaktionell abgetrennte Werbung akzeptieren würdest du alles akzeptieren kannst du da für dich so ein bisschen einschätzen was dir mehr oder weniger behagen würde äh ja im Prinzip erprobe ich das gerade also äh es gibt tatsächlich einen einen Podcast kann ich auch sagen äh das Morgenradio äh das wird mit Sicherheit auf ein Abo äh herauslaufen ich höre das im Moment zur Probe und für mich ist das im Prinzip Explikator Version 3 äh ich höre den genauso gerne wie den Explikator auch äh das heißt äh den werde ich also abonnieren das ist also die Antwort ja ich akzeptiere da eine Paywall äh ich weiß genau was ich bekomme ich kann jederzeit raus es ist ein faires Abo-Modell nicht von wegen automatisch verlängern weil man es vergessen hat oder sonst irgendwas sondern läuft einfach zum Beispiel per Bedauerauftrag ist auch wunderbar für mich ähm feine Geschichte da äh das wird auf ein Abo hinauslaufen ähm dann äh eingesprochene Werbung äh wie das zum Beispiel äh bei Hoax Siller ist mit dem Audible oder was die machen ähm habe ich jetzt auch keine Baustelle und äh habe auch nicht das Gefühl ich müsste jetzt unbedingt vor äh vorspulen oder so da finde ich so manches Intro deutlich schlimmer ähm das äh damit kann ich also auch gut leben ähm ähm wo die Schmerzgrenze bei mir wahrscheinlich ist ist sowas was der Dudelfunk ansonsten eigentlich mitbringt oder eben das Fernsehen was ich allerdings jetzt seit geraumer Zeit eigentlich auch meide ähm dass die Werbung kommt und dann kriegst du eine hoch komprimierte gefühlt extrem laute Geschichte plötzlich um die Ohren geschmissen bist vielleicht aus irgendeiner spannenden Erzähle oder aus einer aus einem spannenden aus einem spannenden Thema aus dem Podcast total rausgerissen ähm das würde man mit mir wahrscheinlich nicht zu oft machen dann wäre ich weg nicht so ganz persönlich meine meine Hörerperspektive da wäre irgendwo Schluss also alles äh war die letzte Frage würde ich alles machen ähm alles mitmachen nein definitiv nicht ja das erinnert mich so ein bisschen an das was Martin Hase in der Diskussion sagte da war das Subscribe die Intimität des Hörens also die Werbung wird dir sozusagen direkt ins Ohr gepresst äh das ist das was was bei ihm so unangenehm ankommt äh das entspricht so in etwa dem wo du sagst wenn das auch noch hochgedreht wird und laut ist und so ein kompakter Block ähm dass das dann eher abschreckend ist und unangenehm wirkt also was für mich was für mich funktioniert was jetzt auch keine großen Reichtümer abwirft aber ähm ist tatsächlich sowas wie dieses Patreon Modell dieses äh ihr dürft ihr dürft wenn ihr wollt oder die unter euch die wollen dürfen gerne pro Sendung äh irgendwie ein paar Kreuze über den Zaun werfen und die die es nicht wollen den biete ich dann also ich biete den Leuten schon noch andere Supportmöglichkeiten an ich sag den Leuten ich find's toll wenn ihr das hier supportet und dafür gibt es zum Beispiel äh die Möglichkeit irgendwie ein paar Sternchen auf iTunes zu vergeben oder ähm mal eine Wunschliste anzuklicken oder überhaupt mal drüber zu bloggen zu 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 Facebook und so sonst was ähm oder eben auch bisschen Geld einzuwerfen und da soll jeder das tun was er möchte und manche wollen gar nichts tun und das finde ich aber auch okay weil es gibt ja auch genügend andere Podcasts die ich auch konsumiere ohne da jetzt irgendwie Geld einzuwerfen also ich ich finde das Modell gar nicht so schlimm das ist äh hatte ich jetzt übersprungen weil ich das eigentlich nicht jetzt als äh ja Kommerzialisierung des Podcastens wahrgenommen hab das ist eine Sache die ich auch mach ähm ich hab also früher äh hauptsächlich geflattert und als Flatter dann irgendwann mal für mich quasi unbrauchbar und nicht mehr nachvollziehbar äh funktionierte oder nicht funktionierte irgendwann war ihm nicht mehr klar warum ist das da jetzt passiert ähm und da hört beim Thema Geld irgendwann die Frage äh der Spaß auf weil ich keine Ahnung hatte ob irgendwas von meinen Buchungen überhaupt da noch angekommen war äh dann sind viele zu Patreon rüber und ich hab dann alles dahin umgestellt so und äh jetzt bin ich äh gerade diese Woche bei einem anderen Podcast äh dann noch auf eine direkte Überweisung äh umgestiegen weil denen das wohl gut gefällt da hab ich auch keine Bauchschmerzen mit denn äh das Geld fließt so oder so äh und wenn es dann eben in voller Höhe ankommt ohne Gebühren hab ich damit auch keine Probleme ne also so jemanden etwas zukommen zu lassen dafür dass man mir äh was gibt ähm also ich hab das so ja in etwa dieser Flatter Höhen also das ist jetzt da fließen jetzt keine Unmengen von keine Unsummen aber so diese 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 kleinen Spenden oder so an die Podcaster die ich damals per Flatter unterstützt hab die laufen per Patreon noch weiter ist cool das als Macher als Nutzer mag ja es hat seine unterschiedlichen Seiten also ja aber letztendlich bieten sie ja auch einen Service an und du hast natürlich auch einen Wert der daraus entsteht und deshalb ja natürlich nehmen sie dann halt auch was dafür und wenn es mir passt dann passt und wenn es nicht passt passt halt nicht also ich bin da relativ schmerzbefreit das soll halt jeder so machen wie es sich für ihn richtig anfühlt ja zumal es bei Patreon ähm soweit wie ich das jetzt verfolgt hab ähm sind ja keine 50% die da einfach mal so weggehauen werden ähm bei mir ist es schwer einzuschätzen also hm ich bin ich bin ha ich bin ja kein äh Arbeitnehmer weißt du was ich meine ich bin selbstständig äh wie Chris auch wir 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 leben eigentlich unseren Beruf Tag für Tag Stunde um Stunde Minute für Minute äh da also für mich wäre die dieses Aussortieren wer hat mir was überwiesen also diese diese kleine Buch also diese große Buchführung ne die das ist einfach zu viel da also ich würde das von der Zeit her nicht wirklich ähm auf die Reihe kriegen kann ich so unterschreiben ja ja du könntest rein theoretisch jetzt Aufwand betreiben du kannst ja das ist aber das geht auf das zurück ähm was Martin vorhin gesagt hat ne dieses ähm äh die du kannst dich total zerfleischen indem du an jeder Stelle nochmal irgendwie was machst oder du kannst sagen ne an der Stelle gehe ich dann gehe ich dann einfach mit und sag na gut dann kommt halt nicht alles rüber aber dafür habe ich auch einen Stress damit und musst ja und ich finde es und ich finde es legitim wenn Menschen für ihre ja für ihre Aufwendungen äh auch belohnt werden wenn sich äh in unserem Beispiel geht es ja jetzt gerade um Patreons gibt ja noch andere wenn die sich einen äh kleinen Anteil davon für sich äh beanspruchen dann äh Kickstarter macht es ja auch so habe ich ja damals mitbekommen mit diesem Podcast Film da das ist halt so und das ist auch legitim das soll doch auch so sein immerhin nehmen sie dir auch ein Stück weit Arbeit ab eine ganze Menge weil das könntest du sonst selber so nicht leisten sonst würdest du irgendwann nichts anderes mehr tun dann kannst du dein eigentliches Ding nicht mehr tun und ja genau dann landest du im Krankenhaus mit Burnout so so das wollen wir nicht nee 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 dann lieber einen Riegel davor schieben naja jetzt schieben wir aber mal nicht alles auf die böse Monetarisierung von Podcasts oder digitalen Inhalten äh denn im Chat wurde ich hab eben mal äh gefragt im Chat äh ob es da so Meinungen gibt zur Werbung und da meinte der Kiel ist calling ähm dass so diese diese Monetarisierung ihm äh zur Zeit richtig auf den Keks geht aber auf der YouTube Plattform mh aber das hab ich jetzt so in dem Stil wie es auf YouTube zu finden ist hab ich es jetzt beim Podcast wiederum noch nicht so wirklich wahrgenommen du meinst jetzt äh ja so a la Bibi und so weiter ach alles 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 was dazugehört zur Monetarisierung also ich halte es für eine ungesunde Entwicklung das ist jetzt ein großes Fass also das machen wir auch gar nicht auf ich will den Gedanken nur eben loswerden YouTube Beispiel ganz klassisch ich ich halte äh einen boah Labello irgendwie kurz in die Kamera DM oder ihr Platz oder gibt es die überhaupt noch keine Ahnung äh halt die kurz in die Kamera sag oh ähm schmeckt voll nach Erdbeer die einen sagen eh Erdbeer und die anderen boah das ist ja fiese Werbung und die kriegt oder er sie es bekommt eine Menge Kohle so habe ich jetzt so in dem Sinn bei diesem Podcast äh treiben so eben nicht wirklich wahrgenommen also entweder es wurde immer in Themen eingearbeitet oder als Thema eingearbeitet oder ja es wird darauf hingewiesen dass die Matratze jetzt mal äh für diese Sendung irgendwie ein Sponsor ist fast immer mit diesen Matratzen habt ja kannst du auch hier ist aber natürlich ein polarisierendes Beispiel ganz klar ja oder Seitenmüsli das fällt halt auf was willst du machen ist schon klar ja aber aber pre-roll ja Chris was meinst du mit pre-roll Werbung naja also du wenn du mal so guckst was was es für Werbeformen im Podcast gibt weil Werbung ist halt wie gesagt pre-mid pre-roll mid-roll post-roll das sind so die Hauptsachen du sagst halt im Vorfeld die heutige Sendung wird euch präsentiert von bla bla oder du hast innen drin halt in der Mitte einen Werbeblock oder dann am Ende nochmal einen und davon kannst du halt sagen wir mal so viele in deinen Podcast reinpacken bis der bis der Hörer irgendwann aufgibt ne also das ist tatsächlich das das kannst du nicht pauschal sagen sondern das muss man tatsächlich im Einzelfall gucken was geht was nicht geht was du noch verträgst was die Leute noch vertragen oder worauf sie noch Bock haben und im Idealfall und das sehe ich bei Happy Shooting so hast du halt einen Sponsor der was tut wo alle was von haben und wo alle hinterher glücklich sind und das ist doch das Beste ja das ist ja das hast du ja vorhin erzählt das muss man erstmal finden ja genau wie kriegt man das raus das ist die Frage du willst ja keinen Hörer verschrecken willst ihn ja nicht naja du musst halt mal experimentieren genau erstmal musst du überhaupt einen Sponsor finden dazu dazu brauchst ja das ist das ist auch nicht so leicht weil das so neue Podcaster also die Sponsoren wollen ja in der Regel erstmal das ist leider so die wollen erstmal wissen wie viele Leute hören deinen Podcast pro Sendung das ist eine ganz Schnack aus der Werbebranche ich bin kein Spezialist aber ich habe also ich musste mir das auch erst alles drauf schaffen der TKP oder CPM das ist so der Preis für 1000 Kontakte also du kriegst pro 1000 Kontakte x Euro so das wäre jetzt quasi so eine so eine so eine Maßeinheit dann ist aber die Frage was ist ein Kontakt da fallen so Worte wie was ist der Reichweite und dann schaut man sich als Podcaster erstmal das Radio an weil das ist so liegt so gefühlt am nächsten und ich habe da tatsächlich also jetzt kommen wir kurz auf diesen Vortrag von der Subscribe zurück ich habe da tatsächlich mal ein bisschen nachgeguckt ja was wie viel Hörer hat zum Beispiel Radio Fritz und da bin ich die haben die haben tatsächlich eine Aufschlüsselung über den Tag verteilt pro Stunde wie viel Hörer morgens zwischen sieben und acht sind es die meisten und abends so ab 10 wird es ganz wenig und im Durchschnitt haben die das mag jetzt ein zwei Jahre alt sein oder so so ungefähr 76.000 Hörer im Durchschnitt und wenn du bei denen 30 Sekunden werben willst dann zahlst du 300 Euro dafür das ist immer so eine Hausnummer ja und dann guckst du mal wie diese Zahlen ermittelt werden das fand ich total lustig diese Reichweitenmessung die findet nämlich zweimal jährlich statt also nicht permanent wie beim Podcast dass du bei jedem Download weißt wie viele Leute runtergeladen haben wenn du da ein ordentliches Tracking hast sondern zweimal im Jahr wird das gemessen von der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse und die machen das per Telefon die rufen an natürlich wie auch sonst ich weiß jetzt nicht genau wie die ihre Stichproben da machen oder wie die ihr Sample aussuchen Fakt ist aber das ist nicht unproblematisch weil die Festnetzanschlüsse über 40% der Festnetzanschlüsse sind nicht eingetragen das heißt die können also schon mal 40% der Leute mit Festnetzanschlüssen nicht erreichen wie das mit den Mobiltelefonen ist keine Ahnung es ist also nicht ganz unproblematisch außerdem ist das natürlich Radio ist aufgeteilt in Sendegebiete das hat der Podcast auch nicht und das verwässert weil natürlich das Radio auch wieder heute viel online gehört wird also da fällt dann quasi das Sendegebiet auch irgendwie flach und du kannst die Medien nicht wirklich vergleichen weil Podcast hörst du überall Radio hörst du halt wenn da irgendwo in der Nähe ein Radio läuft also die Leute haben heute selten so Transistorradios auf der Schulter so wie früher dann hast du halt beim Podcast eher so ein ich nenne es immer so Vollkontakt also wenn dein Podcast 30 Minuten lang ist dann hören die meisten Leute auch 30 Minuten zu und du hörst halt einzeln beim Radio ist es halt naja das läuft halt irgendwo und dann hörst du halt mal mit oder auch nicht und du hast halt beim Podcast viel weniger Streuverluste also wenn ich im Radio werbe für keine Ahnung für Seitenbacher Müsli dann sag das nicht ich kriege Kopfschmerzen Entschuldigung ist egal wofür ich werbe aber wenn ich für irgendwas werbe dann dann habe ich ja überhaupt keine Sicherheit dass alle Leute die sich für das Thema Müsli interessieren da jetzt gerade zuhören sondern da hören auch Müslihasser zu wenn ich jetzt aber auf einem Fotopodcast über über Streulichtblenden rede dann kann ich kann ich sicher sein dass die Leute zumindest das Thema Fotografie in irgendeiner Form mögen weil sonst würden sie wahrscheinlich nicht zuhören ich würde mich da schon fragen ist der eigentlich gerne Müsli wenn er über Streulicht spricht trinkt der gerne Tequila zum Müsli also es sind es sind so softe Faktoren die 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 heutigen Werber also die Firmen die werben oder auch die Agenturen die das vermitteln die die teilweise überhaupt nicht kennen oder gar nicht verstehen das ist denen relativ egal weil die sind halt die traditionellen Medien gewöhnt wo man wo man dann irgendwo aus so einer Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse halt zweimal im Jahr irgendwelche Hörerzahlen rauskriegt die verstehen den Podcast nicht und das macht es natürlich schwierig dann da irgendwie Zahlen dran zu tun also ich habe mal geguckt wo diese typischen TKPs liegen also beim Radio liegt der ich habe hier mal irgendwo so eine Aufstellung in Dollar aber das ist jetzt mal kann man wahrscheinlich so einigermaßen übertragen beim Radio ist der TKP zwischen 1 und 18 Dollar das heißt für 1000 Hörer kannst du zwischen 1 und 18 Dollars für eine Werbung bekommen beim Fernsehen sind es 5 bis 20 US Dollar und beim Podcast liegt es irgendwo bei 20 bis 45 US Dollar das heißt der Podcast ist damit schon höher bewertet weil er wenig Streuverluste hat aber du hast natürlich beim Podcast weniger Hörer weil diese traditionellen Medien doch noch mehr erreichen oft das ist jetzt bei wenn man jetzt mal die YouTuber mit rein nimmt ist das schon wieder eine andere Geschichte weil die haben wir teilweise als einzelne YouTuber ein Publikum was viele Fernsehkanäle gerne hätten aber so bei dem Podcast und der Podcast ist halt doch noch viel Nische hast du in der Regel weniger und ich sag mal was ist realistisch was man einsetzen kann also erstmal man muss natürlich überhaupt mal was haben was diese was diese Firma interessiert wenn du kein Thema hast dann kommt auch keiner und macht bei dir Werbung ist halt so also wenn ich jetzt also für unseren Abzug FM für unseren zu Hause in der Küche hier Podcast mit dem iPhone da wird es nie irgendjemand geben der da drauf werben möchte weil wir reden über alles und nichts für Happy Shooting Foto Podcast ja das ist ein Thema da hat jemand Interesse daran du musst ja immer immer jemanden finden der eine Gruppe von Menschen erreichen möchte um da sein Service Produkt oder sonst was hinzubringen und das ist halt in dem Moment wo du ein ordentliches Thema hast ist das gut und ein Thema was Nische ist dachte ich immer wird super funktionieren also das Thema Glutenfrei zum Beispiel Podcast mit meiner Mutter da haben wir auch mal ein bisschen rumgefragt da sind die Firmen aber alle sehr traditionell in dem Bereich Essenshersteller Mehlhersteller die durch die Bank weg eher mal sehr skeptisch sind was das Thema angeht und da wie sie wollen da Geld lieber nicht also das ist tatsächlich unglaublich abhängig von dem was man da tut Wie setzen deine Tarife an also ich will jetzt keine Zahlen wissen aber du musst doch irgendwie eine Diskussionsgrundlage haben wenn jemand kommt und sagt ich hätte eine eine Werbung bei ihnen untergebracht dann kannst du sagen ja hier ich muss aber mindestens x Euro pro irgendwas pro Sekunde pro Minute oder was was ist denn deine deine Tarife deine Tarifierung wie setzt du das an also ich setze tatsächlich mal so ein TKP an von ungefähr 30 also ich sag ich möchte ich möchte pro 1000 Leute und zwar für so ein Midrollblock möchte ich 30 Euro ungefähr haben und dann rechnet man das mal hoch Leute die dein System dir ausspuckt die mein System mir ausspuckt beziehungsweise auch da ist wieder so eine Geschichte ich fahre das ich habe das bisher über PodTrack gemessen und mache das mittlerweile über Feedpress also lass mir da die Statistiken raus und mache mir keine eigenen Statistiken an der Stelle und das hat ganz einfach einen Grund das ist eine Vertrauensgeschichte in dem Moment wo ich irgendeinem Werbekunden sage ich habe so und so viel und der sagt ja warum soll ich dir das glauben oder vielleicht sagt das vielleicht sagt das nicht aber vielleicht denkt er sich's in dem Moment wo ich sage wir haben das wir messen über Feedtrack wir lassen über Feedtrack messen das sind unabhängige Messungen in dem Moment kann derjenige einfach ein bisschen vertrauensvoller rangehen das hat das ist eine ganz ganz klare Verhandlungsgeschichte ja und viele die dann werben wollen also es werden in letzter Zeit werden es mehr tatsächlich das Thema Podcast ist wieder auf dem Vormarsch und es werden mehr die immer wieder anfragen hey ich würde gern und dann sage ich ja da will ich so und so viel Geld dafür haben und dann sagen ganz viele nö machen wir doch nicht weil sie sich das wesentlich kleiner vorgestellt haben das kennt ihr vielleicht in dem Moment wo man einen Blog oder sowas hat kriegt man ganz viele Anfragen von irgendwelchen Firmen die einen Link platzieren wollen oder einen Artikel für einschreiben wollen natürlich mit Produktlings drin oder oder also die die im Prinzip die Plattform nutzen wollen oder wir haben ein neues Buch rausgebracht und wir schicken dir gerne ein gratis Exemplar darfst auch gerne drüber schreiben ähm also dieses dieses Gratismodell die Blogger sind ja froh wenn sie irgendwas hingeworfen bekommen und die werden dann schon irgendwie Spuren ähm und da bin ich mittlerweile nicht mehr also das ist für mich dann ich bin dann knallhart also wenn eine Anfrage kommt von jemandem der sagt oh super du hast ja ein tolles Blog auf Tipps from the top floor dann schreibe ich freundlich zurück und sage sie haben bei ihrer umfangreichen Recherche sicher festgestellt dass es sich nicht um einen Blog sondern um einen Podcast handelt wir haben Werbeplätze sie können gerne Werbung buchen äh folgende Plätze sind frei so und so viel will ich dafür haben ähm und da wird in der Regel nichts draus weil die gar nicht erwarten dass sie da was für bezahlen müssen aber da sind schon auch mal interessante Gespräche draus gewachsen also ja die die Zahl 30 die du gerade genannt hast ist das ein Erfahrungswert von dir warum ist es nicht 25 oder 35 weil es halt mal irgendwas also es gab mal es gab ich muss mal das Zitat raussuchen zum Thema wie hoch ist denn so ein darf so ein TKP beim Podcast sein ähm äh Zitat von Herrn Wunschel von 2009 das ist also schon ein paar Jahre her schreibt der TKP liegt bei 150 bis 300 Euro je nach Intensität der Einbindung das ist reines Wunschdenken ähm Horizont ist glaube ich ein Magazin hat 2016 geschrieben der durchschnittliche TKP liegt bei Podcasts zwischen also jetzt amerikanischen Podcast zwischen 20 und 45 US-Dollar ja und da habe ich mich mal beim Euro-Preis irgendwo in der unteren Mitte eingereiht und gesagt so das will ich mal haben und darauf äh ziele ich und das klappt mal aber auch nicht wirklich immer viel ähm aber da der Podcast nicht meine Haupteinnahmequelle ist bin ich jetzt auch nicht darauf angewiesen also wenn jetzt ich keine Werbung auf dem Podcast habe dann ist das doof aber dann ist das halt so weil ich ja noch Workshops und Touren mache und äh ja Bücher schreibst ich muss mich ja wobei mit Büchern verdienst du kein Geld achso nicht wirklich ich dachte man für reich und berühmt Bücher sind nur fürs berühmt aber nicht fürs Reich gut ne ist tatsächlich so also da kannst du irgendwie zweimal Miete bezahlen hier und dann ist gut also zum Buch ist nicht wirklich wirft nicht viel ab also da musst du schon Bestsellerautor sein und 10 Bücher am Markt haben oder so äh ne aber das musst du als Selbstständiger eh machen das wird Marc bestätigen können dass man sich halt dann doch möglicherweise das dann doch mehr als ein Standbein nur hinstellt damit falls mal was wegbricht äh dass man halt trotzdem noch weiter überleben kann also für mich ist für mich ist das ganz klar und deshalb äh sind die sind die Werbeeinnahmen im Podcast sind eher so nice to have aber ich ich kann auch ohne könnte man das Finanzierungsmodell was sich der Sebastian für Studiolink überlegt hat auch auf Podcast Angebote übertragen was denkst du Sebastian äh ja gut im Prinzip ist es ja das schon so ein bisschen mit dem Spendenmodell was natürlich bei mir dazu kommt dass ich da dann sage okay es ist mindestens ein Euro das heißt das wäre dann ja schon eine eine Paywall die wo der Benutzer dann quasi bestimmt wie viel ihm das dann wert ist ich denke schon dass man das anwenden könnte es halt natürlich ein bisschen aufwendiger weil jetzt man muss das managen ja genau ähm also ja also bei Patreon läuft es ja im Prinzip auch so ein bisschen wenn da kannst du ja auch ähm ja entsprechende ähm 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 helft mir auch gerade auf die Sprünge ich weiß gerade nicht wie diese Zielmodelle ja genau äh kannst du ja da auch wobei was viele nicht wissen du kannst bei Patreon auch diesen also diesen Mindestbetrag einen Dollar kannst du auch unterbieten ne kannst du auch sagen ich gebe nur 30 Cent pro Einheit das kannst du da und auch ändern aber ähm da kriegst du halt nichts dafür geht also tatsächlich ähm dieses dieses ähm dieses pay what you want Modell das haben wir mal getestet ich hab ja mal äh mit dem Timo Hetzel zusammen diesen diesen Video Workshop produziert für Lightroom und äh da war das da ist das Pay Modell so so eigentlich pay what you want aber natürlich schon äh mit einem Mindestpreis und mit einem mittleren Preis und mit einem hohen Preis und der Mindestpreis ist halt für die Leute die es also das ist eher so so eine Gewissenssache dann wo du sagst okay wenn du jetzt äh ich glaub ich glaub er hat's dann so wenn du wenn du nur mit dem Smartphone fotografierst dann ist der Mindestpreis okay wenn du mit der Taschenknipse fotografierst dann ist der Mittelpreis okay und wenn du Profi bist dann zahl bitte den hohen Preis und ähm dieses Pay Modell ist lässt den Leuten quasi frei wie viel sie zahlen und ähm aber trotzdem ist es ein Mindestbetrag zumindest und äh das macht bei den Leuten anscheinend ein ganz ordentliches Gefühl also das ist so dass die das dann auch leichter akzeptieren weil sie können sich ja entscheiden und nach einem Ende kommt dann irgendwas in der unteren Mitte raus aber äh wenn man nur den Mindestpreis genommen hätte wäre weniger bei rausgekommen oder wir haben ich hab mit dem mit dem Holger Klein hab ich äh war es vorletztes Jahr in Berlin den Windfototag gemacht also da haben wir einen äh einen Tag lang so eine Art Fotoworkshop Meeting mit Hörern gemacht und haben dann auch äh genau das gleiche getan drei Preise ausgerufen ähm wo wir einfach tatsächlich in der Sendung gesagt haben ja wenn wir den hohen Preis kriegen dann kann sich Holger die Kamera leisten und Chris bekommt irgendwie das neue Audio Interface und wenn wir den mittleren kriegen dann wird es halt nur ein Objektiv und dann und so weiter also wir haben dann schon wir sind dann sehr offen damit umgegangen dass wir gesagt haben also ein bisschen was bleibt bei uns hängen davon aber wir reden jetzt von irgendwie Preisen von 20 bis 60 Euro oder so ähm für einen Tag lang hier Gaudi und und was lernen also es war nicht übertrieben von den Preisen das war sehr sehr studentenkompatibel und das das hat dann auch dazu geführt dass das einige Leute dann auch einen höheren Preis gewählt haben so wie bei den Kongress Tickets du kannst ja auch einen Unterstützerpreis wählen du kriegst nichts nichts anderes dafür zahlst aber ein bisschen mehr dafür bekommen dann manche Leute die wenig Geld haben halt ein günstigeres Ticket dafür also ich finde das Modell ganz ganz brauchbar das fühlt sich für mich irgendwie richtig an was kann man das dafür für eine Paywall machen für eine Podcast Paywall hm ich setze da mal eben was auf man muss man muss nur die Preislevel richtig richtig benennen also den ich höre den Podcast äh auf dem auf dem ich weiß nicht auf dem Billigtelefon oder ich höre ihn auf dem iPhone 8 oh und dann muss ich auch mehr zahlen oh wie gut okay als Windows User bekomme ich es dann hinterher geworfen ist schon klar genau als Windows User musst du gar nichts zahlen wenn du ein Windows Phone hast ne ich musste gar nichts zahlen weil da kannst du ja auch nichts hören ne Entschuldigung den Blackberry Trostpreis die bekommen noch Geld raus sehr gut die kriegen das Doppel zurück also letztendlich kann so ein Modell vielleicht tatsächlich darüber funktionieren wie man es den Leuten dann auch anbietet also es kann doch sowas kann durchaus sehr sympathisch sein Absolut wobei man eines oder zwei Dinge darf man eigentlich nicht vergessen bei so schön wie sich Geld verdienen mit Podcasting anhört erstens Content wenn der Content nicht stimmt da wird ja auch keiner bei pay what you want Modell ach ich dachte das muss nur gut klingen also wer hat von Marketing keine Ahnung nein nein das zweite ist aber wenn es denn klappt und der ein oder andere kann durch Patreon beispielsweise was verdienen ist nicht selbstständig man müsste dann dennoch an die Steuer denken oh das darf man nicht vergessen das ist noch so ein ganz wichtiger Punkt der ganz oft auch vergessen wird oder einfach nicht erwähnt wird weil es sind ja nur ein paar Euro naja aber das kann dir böse um die Ohren fliegen also das sollte man tatsächlich nach Möglichkeit nicht machen ohne sich da ein bisschen zu informieren mit mal zum Beispiel einem Steuerberater reden oder so das ist ja auch ein Problem bei Patreon also da ist ja die Mehrwertsteuer Umrechnung da sie im Zweifel doppelt bezahlt werden muss halt auch ein Riesenproblem und da bist du ganz schnell dann natürlich in Deutschland schon schnell bei deinen 19% die du dann mal eben bei der Plattform verlierst durch die Einnahmen dort zusätzlich das ist es mir aber aktuell immer noch wert ja Steuer ist ein doofes Thema aber man muss sich man muss sich dann irgendwann mal mit beschäftigen ich bin ganz froh dass ich da mittlerweile eine Steuerberaterin habe der ich das in großen Teilen einfach mal so rüberschieben kann weil ich will mich damit so wenig wie möglich beschäftigen musst du aber trotzdem tun das ist halt leider so in unserem Land ist aber überall so übrigens tja jetzt ist die Stimmung raus ich habe von Steuer gesprochen jetzt alles kaputt ich habe nur überlegt ob jetzt der Moment ist diesen Gedanken vielleicht einzubringen weil du bei deinem Vortrag da so skizziert hast dass Deutschland den amerikanischen Verhältnissen etwa 10 Jahre hinterher ist und eine Monetarisierung die du da 2005 bis 7 erlebt hast dass wir die jetzt zwischen 2015 und 2017 hier in Deutschland so erleben so diese Welle eigentlich und ich weiß vielleicht kann man das nicht wirklich übertragen aber was ich halt bisher so sehe ist wir haben ja diese Szene der Hobby-Podcaster also diese Independence-Szene hier in Deutschland mehr oder weniger und siehst du auch eine Parallele dass sich das diese unabhängige Szene vielleicht irgendwann mal aufhebt, auflöst also wenn ich jetzt dran denke an das was der Dirk Primz uns von der Podcast Movement aus den USA jetzt gerade vor ein paar Tagen erzählt hat dass eben ganz viele professionelle Anbieter dort Stände gehabt haben und im Prinzip diese Konferenz auch überhaupt erst möglich gemacht haben trotzdem die Tickets immer noch sehr sehr viel Geld gekostet haben die scheinen an der Stelle so eine unabhängige Szene nicht oder nicht mehr zu haben sondern da sind so Wirtschaftsinteressen eingezogen ist das eine Entwicklung die du für Deutschland auch siehst oder eher nicht? also ich sehe natürlich die großen Podcast-Netzwerke sei das jetzt Twitch oder Five by Five oder sonst was die richtig viel Kohle einfahren weil sie teilweise 30 oder mehr Podcasts haben und damit also nach der Rechnung die ich vorhin aufgemacht habe mal mindestens irgendwie ein paar hunderttausend Dollar im Jahr Umsatz machen müssen damit das ist dann in der Realität wahrscheinlich sogar noch mehr ja ich glaube wenn überhaupt dass man vielleicht eine Parallele so ein bisschen ziehen kann zum Thema Bloggen da haben wir irgendwann den Einzug der Plattformen gehabt und dann sind ganz viele Blogs eben abgewandert auf Facebook und Co und ich ich weiß nicht ob der Podcast da also im Moment ist er tatsächlich nach meinem Gefühl noch zu nischig dafür und ähm deshalb im Moment habe ich da keine großen Bedenken aber passieren kann sowas immer also wenn der ich meine du weißt ja nicht wo es hingeht aber vielleicht wird der Podcast irgendwann entdeckt äh in einem ganz anderen Zusammenhang und da wird der plötzlich sehr wichtig ähm kann mir da jetzt nichts ausdenken aber das kann durchaus sein dass der dann plötzlich anders anders gesehen wird von den Leuten oder anders wahrgenommen wird oder auch anders präsentiert wird vielleicht wird es eine Plattform geben die es schafft den Podcast äh ordentlich zu vermarkten oder Mainstreaming zu machen das würde dann die Landschaft wie wir sie jetzt haben äh hier in Deutschland wahrscheinlich empfindlich stören ja was ich halt sehe ist dass das Wort Podcast in der öffentlichen Diskussion zunehmend häufiger vorkommt aber damit dann Angebote verbunden werden mit denen ich mich überhaupt nicht auf eine Stufe stellen naja du sprichst jetzt auf diesen letzten Artikel da an oder zum Beispiel ja diese 20 wo die wichtigsten Podcast Influencer Deutschlands genau äh drin sind und die Hälfte davon zwei Drittel davon kannte ich gar nicht genau ähm ja das ist aber immer aus der Wahrnehmung dessen der das schreibt ne wenn ich jetzt meine Podcastliste auspacken würde von meinem Podcatcher dann würde wahrscheinlich auch Leute irgendwie zwei Drittel davon noch nie gehört haben also und ich ich halte einige davon für sehr influential hm weil mich beeinflussen sie sonst würde ich sie nicht hören ja ganz interessant was da was da für Entwicklungen so drin sind aber vielleicht mal ganz allgemein ähm wir haben jetzt mehrmals gesagt du hast bei der Subscribe 7 einen Workshop gemacht und du hast ja auch schon bei Subscribe die vorher gewesen sind auch als sie noch PPW geheißen haben warst du auf der Bühne hast Vorträge gemacht ähm da treffen sich jetzt die Unabhängigen oder Podcastbegeisterten die das mehr oder weniger aus äh Liebe zum Hobby machen ähm warum gehst du da hin was ist dir diese Szene wert also ich war lange überhaupt nicht Teil irgendeiner Szene also ich hab ganz lange mein Ding gemacht und hab mich so direkt drum geschert was da geht in der in Luftkommas Szene ähm und ich irgendwann mal hab ich halt gemerkt dass dass diese Netzwerkerei wahrscheinlich gar nicht schlecht wäre und äh hab auch gemerkt dass ich mich in meinem äh Ding dann anfange so ein bisschen im Kreis zu drehen und äh da auch mal wieder neue Inputs möchte und deshalb bin ich dann eigentlich eher so aus dem ja aus dem Loch gekrochen und hab dann mal angefangen äh mich da so ein bisschen mehr in die Szene einzubringen oder in eine Szene einzubringen das ist jetzt auch nicht die Szene ne wir haben da ja natürlich so ein paar Inseln in diesem Land äh die die auch podcasten aber ganz anders irgendwie oder die die auch nicht so viel sich überschneiden und ähm nö also den Wert dieser Szene finde ich natürlich dass da tolle Leute sind die was bewegen die was machen also Podlove Studio Link und Co das sind ja alles Entwicklungen die ohne so eine Szene gar nicht möglich gewesen wären und ähm nö also mir gefällt der dieser Dunstkreis gefällt mir sehr gut und macht total Spaß und äh befeuert und gibt neue Impulse und neue Ideen und deshalb mache ich das deshalb gehe ich da rein hat dich das denn gewundert dass du da bei dieser Diskussion um an den Beispiel nochmal zu bleiben äh zwischen äh Werbung ist mir egal oder ich kann Werbung nicht ausstehen und alles was Werbung enthält fliegt bei mir aus dem Podcatcher diese gesamte Bandbreite erleben konntest das hat mich gar nicht gewundert also ich mach das jetzt lang genug ich hab ja ich hab ja schon alles irgendwie mitbekommen an Feedback zu dem Thema Werbung ähm ne wundert mich nicht das ist ein sehr diverses Land da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen und so homogen kann so eine Szene gar nicht sein da wäre es aber auch langweilig eben das macht doch auch Spaß und ja soll doch jeder seine Meinung haben also das ist ja das Schöne an diesem Podcast ich also für mich persönlich ist es nicht meine Haupteinnahmequelle das heißt äh wenn das jemand nicht mag dann braucht er es nicht hören ganz einfach also da muss ich gar nicht viel drüber diskutieren das ist so wenn es dir gefällt dann nimm es mit wenn es dir nicht gefällt nimm es nicht mit und und gut natürlich höre ich auch auf Feedback natürlich wenn jemand äh mir was zurück äh irgendwas Feedback bringt dann dann wird das natürlich angehört und äh und wenn es äh wenn ich es für sinnvoll erachte auch in irgendeiner Form eingebaut aber im generell finde ich es erstmal ganz wichtig dass mir das gefällt was ich tue und dann äh kommen die Leute und wenn es denen auch gefällt dann ist es doch super also du hast nicht schon manchmal so Zuschriften wo jemand sagt also das müsste aber alles ganz anders sein damit es mir gefällt doch doch hab ich ja das kommt schon mal also nicht oft aber das kommt schon durchaus dass jemand sagt hey also äh das sind das sind manchmal aber auch nur ganz kosmetische Sachen boah diese Musik am Ende geht ja gar nicht oder ähm kommt zum Punkt ne wenn ich so Hausmeisterei vorne mache an der Sendung da kommt schon mal jemand der sagt der kommt zum Punkt ich will das und dann kommen aber drei andere und sagen boah für die voll cool dass man mal hört was sonst noch so geht und nicht nur immer das Thema also du kannst das nie allen recht machen das geht halt nicht ne das ist äh auch eine Erfahrung die ich selber schon gemacht habe und ich bin auch nicht mehr bereit großartige Kompromisse also ähm ich hatte das mal in dem Gespräch mit Nora vom Omega Tau Podcast kann das mal raus wenn dich ein Hörer an deine eigenen Prinzipien erinnert weil du die aus äh Schusseligkeit äh vergessen hast oder so und du hast dir eigentlich vorgenommen ich will es so und so machen dann machst du es aber nicht und ein Hörer sagt schöner wäre es aber es wäre anders und der erinnert und der erinnert dich im Prinzip mit deinem mit seiner Rückmeldung daran was du selber äh als Richtschnur hast dann ist es natürlich gar keine Frage dann nehme ich das gerne äh dankbar an aber wenn das was Abfähiges ist wenn jemand sagt das muss aber alles ganz anders sein und ich sage ne das soll aber genau so sein ja das ist kein Fehler das ist Absicht dass es so ist äh dann kann ich da auch nur sagen nö tut mir leid dann ist dir was anderes da kommen wir wieder auf das zurück dass es mir schnell langweilig wird und dass ich halt ab und zu was ändern muss und manche Menschen können mit Veränderungen nicht gut umgehen und dann kommt natürlich auch mal ein Feedback ähm und ja wenn das dann zu sehr ähm ja wie ist denn das deutsche Wort also im Englischen ist es äh Entitlement wenn man quasi äh wenn da jemand kommt der glaubt er hätte es verdient dass ich es anders mache oder er hätte das Recht darauf mir zu sagen wie ich es gerne machen soll oder dass es ihm dann passt dann ist es also dann dann muss ich mit dem Schultern zucken und sagen nee sorry das äh das ist hier kein Wunschkonzert das ist wir können was diskutieren aber äh welche Musik ich auswähle oder ob ich jetzt meine Hausmeisterei vorne Mitte hinten mache äh das ist meine Entscheidung und wenn wenn 90% der Leute das toll finden dann ist es doch erstmal okay und wenn dann einzelne da nicht mit können dann ist es halt leider so also da bin ich dann da bin ich mittlerweile auch relativ relativ kompromisslos nicht ganz aber relativ auch aus der aus der aus der aus der Erfahrung heraus dass man ja diese Sicherheit einen Kurs einen Generalkurs gefunden hat ja und für mich ist es ja aber für mich ist es ja auch ganz wichtig nochmal für mich ist es total wichtig dass das was ich da tue dass sich das für mich richtig anfühlt und ich habe manchmal so Feedback wo ich dann wo ich dann denke wie würde es sich anfühlen wenn ich das jetzt mal umsetzen würde und dann bin ich relativ regelmäßig an dem Punkt also das klingt jetzt als ob das ständig käme das ist nicht so das kommt alle paar Monate kommt mal sowas aber dann dann bin ich relativ schnell an dem Punkt wo ich wo ich allein schon bei der Vorstellung merke nee nee da zwickt es irgendwie komisch links oben im Bauch oder so und dann ja dann ist es auch nicht das Richtige das heißt du entscheidest auch viel nach dem Gefühl das ist ja aus dem Bauch ganz viel ja eigentlich alles eigentlich alles also das muss ich richtig anfühlen das ist wichtig das ist das habe ich auch lernen müssen meinem Bauch zu vertrauen mein Bauchgefühl das ist ganz wichtig du machst keine rationalen Entscheidungen es gibt keine rationellen Entscheidungen die gibt es einfach nicht der Mensch ist ein Gefühlstier die Entscheidungen werden im Bauch getroffen und nicht im Kopf man rechtfertigt sich die Sache hinterher zurecht man strickt sich die hinterher zurecht und sagt ich habe das deshalb getan und deshalb und deshalb aber in Wahrheit hat man eine Entscheidung fast immer auf den Bauch getroffen ich bin der gleichen Meinung ich weiß aber auch dass es Menschen gibt die das genau anders sagen ich weiß ich weiß das ist aber meine Meinung ja ja ich verstehe 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 gut und deshalb entscheide ich klar spielt da der Kopf mit und der Kopf hat ein Wissen und in manchen Sachen wird der Kopf auch die Entscheidung treffen müssen aber wenn es irgendwie geht dann gehe ich erstmal nach meinem Gefühl klingt gut und ich bin trotzdem ein rationeller Mensch rationell oder rational ich glaube das ist ein Rational Rational Rationell wahrscheinlich auch Effektiv und effizient genau ja 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 genau ich 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 also das klingt jetzt das klingt jetzt schon wieder so postfaktisch ist es aber auch nicht also ich ich lasse ich lasse dann den Bauch schon über den Kopf informieren aber so eine so eine spontane Entscheidung die ist halt die kommt halt eher von da unten und weniger von da oben ja okay haben wir noch irgendeinen Aspekt der Werbung nicht bedacht Merchandising haben wir noch nicht angesprochen hast du auch irgendwelche schönen Gadgets die du verkaufst wo Happy Shooting draufsteht oder so das macht wir haben einen Job ja das damit habe ich gar nichts zu tun das macht alles Boris für mich ist Merchandising so ich weiß nicht also ich habe ich habe hier für die Workshops habe ich so ein paar Blöcke wo oben Chris Marquardt und Fototours draufsteht aber das war es auch schon ein paar Aufkleber haben wir aber die verkaufen wir nicht und dann gibt es diesen T-Shirt Shop und ab und zu wirft Boris da was Neues rein das läuft komplett unter seiner Regie der darf ja auch alles was da hinten an Geld rausfällt behalten so so physische Sachen verkaufen finde ich anstrengend finde ich echt anstrengend ich habe das schon mal erlebt damals als meine Mutter auf ihrem auf ihrem Kochrezepte Glutenfreie Rezepte Website daraus ist ein Buch entstanden mit dem GU Verlag und dann haben wir die grandiose Idee gehabt das einen kleinen Buchhandlauf zu machen für dieses Buch also es selber zum Rabatt einzukaufen beim Verlag und es dann weiter zu verkaufen und wir haben da so richtig Bestellwebseite und im Keller eine Palette voll Umschläge und Bücher und das war dann das war dann so ein richtig kleines Business und x Bestellungen und als das neu war lief das auch ganz ordentlich aber dann kommt der Nächste und schickt das Buch zurück ach das ist doch nicht das was ich wollte und dann guckst du dir das Buch an was da zurückkommt und da ist hinten schon irgendwie Seiten umgeknickt und was weiß ich dann kannst du es wegwerfen und dann kommt der Nächste und sagt ja ich will es umtauschen weil bla und dann hast du irgendwie und die paar die dann also die meisten sind klasse aber die paar die dann immer so Stress machen die machen dann alles irgendwie kaputt macht keinen Spaß also für mich ist deshalb so physische Sachen verkaufen ist für mich nicht mehr kann ich gut verstehen gerade dieses mäkelnde Publikum da reicht einer unter Hunderten und alles ist verdorben einer von Hunderten macht alles kaputt und du bist nur noch und du ziehst so eine Fresse weil einer so ein Arsch ist ja und die gibt es halt immer wieder und das könnte alles so schön sein aber es ist es halt nicht da bin ich dann so mit dem digitalen E-Book okay behalt es ist okay dann ist so okay du kriegst dein Geld zurück will ich gar nicht keinen Stress mithaben aber sobald du anfangen musst jetzt muss ich einen Versandaufkleber neu drucken und dann muss ich einen Umschlag aufmachen und dann hole ich da ein gammeliges Buch raus weil das einer mit dem Auto überfahren hat und sagt das ist nicht gut und was weiß ich also da kriegst du nee mag ich nein nein nicht für mich nicht für mich aber auch mit dem Happy Shooting T-Shirt Shop das ist das ist glaube ich ein Spreadshirt Shop da kriegst du eh nicht von hinten raus weil die schon so blöde Basispreise haben also anstrengend da hast du da hast du dann Fulfillment von denen und Druck von denen alles und da brauchst du dich auch nicht drum kümmern aber also es ist mir zu viel das ist eine dieser Geschichten wo ich dann meine Energie bündeln muss und sagen muss nee mach ich nicht ich mach andere Sachen ja gut Marc haben wir noch irgendeinen Aspekt der Monetarisierung nicht angesprochen wir sprachen über Merch ist ja aktuell auch so ein Thema bei mir daher wusste ich irgendwie was Chris jetzt gleich antworten wird ich habe nämlich unter den Patreon Unterstützern die ich habe dir da schon eine Antwort geschrieben eine Hand abzählbar sind aktuell noch und da hat er mir im Prinzip das gleiche geschrieben in wenigen Worten ja ich konnte es aus deiner Antwort herauslesen förmlich oder ich sah dich plötzlich bei meinem geistigen Auge Antwort war ein einziger großer Säufzer das war eher so boah mach das nicht also ich meine mach das ruhig dann lernst du dass es keinen Spaß macht du ich habe sowas schon ein paar mal gemacht also so ist es ja nicht aber ich kann den Gedanken da absolut nachvollziehen gerade so ich habe für meine Podcasts auch Tassen weißt du so ganz klassisch Tassen oder Shirts so aber die werden ja entweder zum Selbstkostenpreis oder einfach so verschenkt das ist aber keine Monetarisierung das ist ja eher was zurückgeben also oder wenn man es ganz geschwollen ausdrücke Kundenbindungen wenn man davon ja dafür ist das ja auch dafür ist das ja auch super dass also wenn wenn jemand dann die ganze Zeit mit der Tasse mit The Creative Network rumrennt ist das ja cool also das das macht dann vielleicht auch was wenn jetzt jemand hier so ein Blog von mir im Workshop so ein Blog mitnimmt dann sind da 25 Blätter drin und wenn er dann irgendwie noch ein paar Wochen später noch ein bisschen drauf rumkritzelt dann erinnert er sich vielleicht auch noch mal ein bisschen an den Workshop aber ich glaube dem darf man nicht zu viel zu messen nee nee du musst einfach also jetzt sind wir ja in der Werbung also jetzt sind wir ja in Werbung für den eigenen Podcast sozusagen für das eigene Produkt das ist wobei wir hatten heute zum Beispiel wir haben wir haben diesen einen Workshop im Jahr unseren berühmten Klostergeister Workshop und da gibt es mittlerweile ein schönes Logo das hat mal so ein Kalligrafie Künstler gemacht und da haben wir dann ein T-Shirt von gemacht und das haben jetzt auch manche Hörer an und heute schrieb einer bei uns im Happy Shooting Slack dass dass er unterwegs mit dem Klostergeister T-Shirt in der Heide als Happy Shooter erkannt worden sei nein der ältere er schreibt dann auch der ältere Herr wollte sich aber nicht outen also hat wohl nicht gesagt wer er ist aber hat ihn zumindest als Happy Shooter erkannt das das ist doch schön aber das passiert glaube ich nicht wirklich oft sei denn du bist YouTuber und hast ein Millionenpublikum ach YouTube das ist ein anderes Thema das ist eine ganz andere Welt aber dennoch ja also ne wir haben glaube ich alles durchgekaut wie gesagt so Shirts oder sowas ist nett um was zurückzugeben für Creative Network das ist wiederum Film das ist vielleicht gilt es noch irgendwie so als Hobbyprojekt in Anführungszeichen so nebenbei neben dem Kerngeschäft wird ja dieser Film entstehen oder entsteht dieser Film das ist irgendwie schwer vergleichbar also mit Podcast wir haben alles durchgenudelt wir hatten jetzt die Abo-Modelle richtig wir hatten die einzelnen Werbeblöcke wir haben Thematisierung also Pre-Roll Mid-Roll Post-Roll wie will wie will man noch okay gut du kannst natürlich noch einen Business Podcast machen gehst du hin und sagst oder Company Podcast ich mach für dich Firma XY jetzt einen Podcast hab ich schon gemacht einmal im Monat so und so viel ja dann werfen wir wie war deine Erfahrung damit oder wie sah dieses Modell aus auch das Modell war also das war damals die Firma Pons das sind die mit den Wörterbüchern das ging über eine Bekannte die da gearbeitet hat die hat uns da zusammengebracht und dann haben wir den Pons Cast gemacht den ich dann zumindest anfangs produziert habe ja das war dann halt quasi eine Folge pro Woche wo sie irgendwelche interessanten Sprachdinge gemacht haben mit Muttersprachlern Englischen gesprochen haben Interviews gemacht haben und ich hab als tatsächlich nur als Produzent fungiert also die die Sprecherin war tatsächlich eine von der Firma und das war dann halt so wöchentlich mit Produktion mit ich hab mich um den RSS-Feed gekümmert ich hab mich drum gekümmert wenn da Feedback zurückkam dass es bei den richtigen Stellen landet ich hab das Ganze in die Podcast-Verzeichnisse eingetragen ich hab jede Woche geguckt dass das ordentlich klingt und dass der Schnitt in Ordnung ist also ich hab eine reine Produktionsarbeit gemacht und hab die eben nach Stunden abgerechnet also das war nicht jetzt irgendwie das war ein Produktionsjob war das mehr war das nicht im Prinzip mit meinem Podcast-Know-how was ich da eben mit reingeworfen hab und dann haben sie das ja so ein halbes dreiviertel Jahr haben wir das gemacht und dann hat dort irgendwie glaube ich die hat irgendwie der Chef gewechselt oder so und dann wurde plötzlich alles unter die Lupe genommen und dann hieß es das ist uns zu teuer das machen wir jetzt inhouse und haben dann jemanden aus dem eigenen Team irgendwie drangesetzt der das dann auch produziert hat und das hat er auch nicht schlecht gemacht aber das war kein Podcaster also der hat das halt irgendwie gemacht und ähm das dann schon irgendwie gemerkt dass er das nicht so mit Herz und und Schweiß und Blut gemacht hat sondern er hat es halt gemacht weil das muss und dann ist das Ding so mit der Zeit einfach so weggefisselt dann war es halt irgendwann weg tja ja das war jetzt noch ein Geschäftsmodell ansonsten bin ich jetzt glaube ich haben es erschöpfend behandelt nein also ich weiß nicht über was man da noch reden will also man hat halt alles durch irgendwann ne ja das war ja auch der Gedanke den wir dabei gehabt haben einfach alle alle Themen oder alle Modelle oder denkbaren Varianten einfach mal anzudiskutieren mal das Pro und das Contra ein bisschen zu beleuchten ohne jetzt in irgendeiner Weise am Ende zu wissen ah das ist der Goldstandard dem müssen wir jetzt alle folgen oder so also wer das jetzt erwartet hat der ist natürlich unbefriedigt aber mehr kann der Sendegarten an der Stelle nicht leisten um einen berührenden Podcast dazu zu zitieren schönen Gruß an Holger Klein und die Freiheit das ist so gut das ist herrlich ne also mehr kann man da nicht machen und ich finde die Impulse die Christa gesetzt hat sehr spannend und auch die Offenheit mit der du das erzählt hast also wirklich gut Nachvollziehbar ich habe jetzt auch alles mitgenommen wir können den Lars nochmal fragen hast du vielleicht noch irgendeinen Aspekt der in Richtung Monetarisierung geht den wir noch nicht angesprochen haben ne ich fand es ziemlich ziemlich rund alle möglichen Ideen waren drin Meinungen waren drin für und wieder war drin also für mich sieht es ziemlich komplett aus gerade wie sind wir denn eigentlich mit dir jetzt verblieben Lars du hattest vorhin keine eigene Meinung richtig ne keine Meinung gar nicht wie seid wir mit dir verblieben Freundchen komm du nach Haus dann hast du mir aber nicht gut zugehört ich habe schon was für mich okay ist und was nicht okay ist das ist doch eine Meinung naja ich habe mir irgendwie mehr ich weiß nicht entweder mehr Gequengel gewünscht oder Widerstand Sebastian hast du irgendwie noch was was voll dagegen spricht Werbung zu machen ne also das kann natürlich das muss halt jeder für sich selber entscheiden und auch wie er es reinbringt das hat ja Chris ganz gut ausgeführt glaube ich und wenn es gut gemacht ist und sich gut in den Podcast einfügt dann habe ich da auch als selber jetzt aus meiner Hörerperspektive wenig dagegen ja aber hast du nicht außerdem ich sage außerdem darf man ja so Sachen auch nicht übers Knie brechen also dieses ich fange jetzt an und in einem halben Jahr habe ich alles in trockenen Tüchern das ist utopisch bei mir haben manche dieser Entwicklungen die ich jetzt da erzählt habe haben ja auch tatsächlich zehn Jahre gedauert man muss der Sache tatsächlich Zeit lassen aber Sebastian hast du nicht mal irgendwie gesagt oder geschrieben ich weiß es leider nicht mehr dass du so diese Monetarisierungs Welle in Anführungszeichen ja in welchen irgendwie skeptisch gegenüberstehst oder das irgendwie nicht gut findest für die Szene ne so habe ich das nicht ausgedrückt also ja dann mach mal jetzt muss ich mal gerade meinen Gedanken da erfassen also es ist natürlich schon so wenn jetzt jeder hinter einer Paywall verschwinden würde das wäre glaube ich wirklich für die Community irgendwie dramatisch aber das Problem sehe ich jetzt an der Stelle auch nicht was halt schwierig wird irgendwo ist natürlich ich möchte eigentlich zum Beispiel ich spende auch sehr vielen Podcaster und Podcasterinnen und mir ist es immer ganz wertvoll wenn dann auch von meinem Geld was ich spende zumindest ein Großteil auch wirklich ankommt und deswegen habe ich bei mir auch jetzt nach dem Flatter auch nicht mal so gut funktioniert hat alles auf automatische Überweisungen umgestellt und ja da ist es dann schwierig weil gerade wenn so dann jetzt manche Podcast dann vielleicht Werbung einführen und ich möchte das dann doch mich irgendwie freikaufen das dann irgendwie teilweise nur über Kreditkarte oder so funktioniert oder Patreon und dann bleibt halt wieder nichts hängen und ich müsste halt jetzt dieses Spendenmodell was ich dann bisher für den Podcast betrieben habe dann irgendwie darauf umstellen also da gibt es irgendwie noch keinen so einheitlichen Standard der da geschaffen wurde auch in der Community dass ja dass das quasi von diesem einfachen Spendenmodell und dem Abrechnungsmodell das dann gut funktioniert und das war glaube ich damals da wo ich kurz eingehakt habe Wunderschön das wollte ich hören Martin hast du noch was anzumerken nee ich würde sagen damit tüten wir das Thema ein schön wir nehmen viele Aspekte mit und jeder darf das natürlich so machen wie er will und jeder Hörer hat die freie Entscheidung und die Hörerin natürlich auch zu sagen da gehe ich mit oder da lasse ich den dann liegen und dann gehe ich woanders hin das ist ja der der ganze Spaß an der Geschichte prima noch einmal ganz herzlichen Dank dass du uns aus deiner zwölfjährigen Podcaster Tätigkeit berichtet hast zwölfjährige ist ja nun echt schon der Dinosaurier ja ja aus einer Zeit als das Öl noch als Baum in der Gegend rumgestanden hat super jetzt 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 haben wir mal die Kirche im Dorf und so ja ich wurde gerade als alter Mann bezeichnet also bitte ich weiß nicht wenn du Dinosaurier bist was war denn vor den Dinosauriern weiß ich auch nicht Martin Rützler meine Damen und Herren okay also ich bin auch der Dinosaurier okay dann kommen wir jetzt auch von der Gartenbank runter Chris bleib bitte einfach bei uns wir haben noch ein paar andere Themen hier auf unserem Kalender aber du wirst sicherlich irgendwo einen Beitrag dazugeben können und bist auch sehr gebeten das zu tun und ich ahne schon dass im Querbeet wo wir das erste Thema gleich schon ansprechen werden dass der Fall ist aber wir gehen jetzt erstmal ins Querbeet ja da kann ich mal an den Sebastian weiterreichen der möchte uns nämlich etwas über nicht so ganz gelungen Hotelbuchungen erzählen zusammen mit dem 34 C3 was ist denn da los genau rollen wir das ganze Pferd mal auf also ja im Dezember findet ja wieder der Kongress statt dieses Jahr nicht in Hamburg sondern in Leipzig und mit dem Ortswechsel der dann irgendwo vor ich glaube ungefähr drei Monaten war es dann offiziell bekannt gegeben worden ist ging dann natürlich die Bestellwille an Hotels los und da gibt es so ein zwei oder drei Hotels die ziemlich nah am Messegelände sind und ein Hotel das NH Hotel war auch sehr beliebt und da gab es jetzt plötzlich diese letzte Woche vor allem dann oder in den letzten zwei drei Wochen sogar schon das glaube ich jetzt schon ein bisschen länger her aber das kann Chris gleich vielleicht etwas genauer ausführen dann plötzlich Enttäuschung für viele weil Bestellungen und dann plötzlich storniert worden sind die auch schon bezahlt worden waren ja Chris magst du da vielleicht mal ausführen weil du warst leider auch betroffen ich war auch betroffen und ich glaube ich habe es auch ein bisschen mit losgetreten also was passiert ist so viel ich weiß ich muss das immer relativieren also was passiert ist ich habe auch wie viele anderen an diesem 15. Mai als der als der CCC den Kongress angekündigt hat offiziell habe ich Hotelzimmer gebucht und zwar im NH im NH Leipzig Messe und das haben sehr viele gemacht und das haben zu viele gemacht und dann haben die das habe ich über Booking.com gemacht und musste dann auch gleich bezahlen habe den kompletten Preis dann bezahlt und alles war gut und irgendwann kam dieses Geld dann plötzlich zurück auf meine Kreditkarte plötzlich so eine Rückbuchung und dann habe ich gleich mal angerufen dort im Hotel und gesagt was ist denn da los und das war abends irgendwie relativ zehn oder so und da war nur noch so ein armer Mensch an der Rezeption und der meinte dann ja sie sind umgebucht ins Intercity Hotel mehr kann ich ihnen da auch auch nicht sagen müssen sie morgen früh nochmal anrufen ja habe ich morgen früh nochmal angerufen und dann habe ich gleich mit der Reservierungschefin dort geredet und die hat das dann bestätigt und war etwas aufgelöst weil dann wohl schon einige andere angefragt hatten was da wohl passiert ist im Detail weiß ich es nicht aber es gab in irgendeiner Form sind die überrollt worden von diesen Buchungen die haben nicht damit gerechnet und haben möglicherweise auf unterschiedlichen Portalen einfach ihr ganzes Zimmerkontingent reingestellt ohne das irgendwie ohne sich abzusichern dass das bei zu vielen Buchungen dann zu Doppelbuchungen führt das ist meine Einschätzung von der Sache und das Resultat war dass sie von ihren 300 und ein paar zerquetschten Zimmern haben sie plus 180 gehabt an Buchungen das heißt sie mussten 180 Buchungen Umbuchungen Umbuchen was mir deutlich gemacht wurde dort immer wieder ist es keine Stornos sondern es sind Umbuchungen also die wollten ganz klar dass die Leute es wird keiner auf der Straße sitzen aber man wird möglicherweise woanders sitzen im anderen Hotelzimmer ja und so ist das und das hat dann auch einen kleinen Twitter Shitstorm zur Folge gehabt der mit dem Hashtag 34c3 Hotelgate sich ein wenig ein wenig konzentriert und ich behaupte mal das war wahrscheinlich also das ist ein Problem das ist klar da hat irgendjemand Scheiße gebaut das ist auch klar und das hat viele Leute sehr verärgert vor allem welche die dann in ein Hotel gesetzt wurden das irgendwie 10 Kilometer weg ist und die haben kleine Kinder und davor wäre es zu Fuß kein Problem gewesen und jetzt ist es plötzlich weit weg und der Transport wird teuer weil da teilweise auch keine Öffis fahren nachts schon gar nicht und wir kennen ja den Kongress der ist halt auch sehr nachtaktiv und deshalb ist jetzt anscheinend das Hotel dran sehr mit der Stadt zu versuchen da Öffis anzu einen Öffi Betrieb sicherzustellen der halt rund um die Uhr funktioniert und das gab auch wohl schon vereinzelte Zusagen dass dann Taxikosten übernommen würden und so weiter wobei ich weiß jetzt nicht wie groß die Taxidichte in Leipzig ist also keine Ahnung Großraumtaxis vor allem nachts also ich sag mal da muss wahrscheinlich was mit Shuttle und Öffentlichen passieren ansonsten wird das problematisch die sind mittlerweile mit der Kongress Orga wohl auch zusammen Lösungen finden letztendlich würde ich jetzt mal sagen ich finde es doof aber okay was will sie jetzt groß machen die können keine Zimmer aus dem Keller schnitzen das geht nicht das heißt jetzt muss man eine Lösung finden nachdem die Scheiße gebaut ist man ja man muss halt in irgendeiner Form jetzt eine Verteilung finden das haben sie ja auch gemacht dass sie dafür drei Monate gebraucht haben ist ein bisschen schwach und ich glaube das größte Problem aus meiner Sicht ist tatsächlich dass das eine Kommunikationskatastrophe ist also die die haben kommunikativ einfach dermaßen nur noch gemauert und nichts gesagt und nur einzelnen Leuten was gesagt Salami Taktik sie haben es wohl anscheinend auch intern noch erstmal in die Rechtsabteilung gegeben damit sie sich nicht verplappern und die hat wahrscheinlich gleich mal ausgerufen dass alle Maul halten bloß nichts sagen und das ist natürlich in Zeiten von Social Media ist das ein bisschen problematisch nicht wahr auch Booking.com selber war gar nicht informiert darüber unsere Buchung ist immer noch auf Booking.com bestätigt wir haben schon Zusage ich habe sogar mir tatsächlich telefonisch und nachher auch schriftlich noch vom Intercity Hotel geben lassen dass nach wie vor ich muss jetzt mal gucken ob das noch so ist aber ich glaube ich glaube betraf das denn die Überbuchung nur von externen Diensten oder auch Direktbuchung beim Hotel es sind wohl auch ein paar direkte die da aber da ich wie gesagt ich rede jetzt ohne es genau zu wissen also viele von den also viele davon haben wohl tatsächlich über Plattformen gebucht so ja Trivago und wie sie alle heißen ja unsere ist immer noch bestätigt ihre bestätige Unterkunft Buchung in der Unterkunft NH-Leipzig Messe also die haben die haben einen riesen Haufen Scheiße den sie jetzt irgendwie gerade ziehen müssen und sind da ich glaube auch ein bisschen überfordert wobei es ja eine Hotelkette ist also so ein kleines Hotel würde ich ja verstehen aber so ich weiß ja nicht wie die sich intern organisieren vielleicht sind die sind die wie so Edekas dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht und sie halt gemeinsam beim Großhändler beim gleichen Großhändler kaufen oder so die Marke halt das weiß es jetzt nicht klar das kann ja so ein Franchise Modell sein da kriegst du Vorgaben aber wie strikt die sind weiß ich halt auch nicht die Trump Kette der Marke nicht das eine sehr früh geäußerte Vermutung war ja die Zimmer werden storniert damit man sie dann zu doppelten und dreifachen Preisen erneut verkaufen kann weil dann eben klar ist das sind 12.000 Menschen in der Stadt das hat sich aber glaube ich nicht bestätigt oder doch ich glaube es liegt nahe dass man erst mal den böse Absicht unterstellt ich sage immer man kann viele Sachen die man durch Boshaftigkeit erklären könnte eigentlich noch viel besser durch Inkompetenz erklären sehr schön ja es ist halt oft so dass es nach außen erst mal aussieht als ob da jemand mit Absicht was Böses getan hat aber in Wahrheit sind halt da ein paar Leute dran ich will da jetzt keinem persönlich zu nahe treten aber irgendjemand hat halt Scheiße gebaut und hat es auch hinterher noch länger getan sonst wäre das ja alles viel runder gegangen und viel glimpflicher abgegangen ja jetzt sind sie gerade dabei und versuchen das irgendwie zu fixen angeblich und ich hoffe mal dass da bald mal eine richtige Aussage kommt weil im Moment immerhin hat jetzt der NH Hotels Twitter Account tatsächlich mal kommuniziert und nicht nur gesagt rufen sie bitte unsere Hotline an wir kümmern uns sondern die haben jetzt tatsächlich Informationen kommuniziert auf Twitter mit dem Hashtag C3 34 C3 Hotel Gate Drei Tweets also die werden jetzt ganz wachen sie auf zwei davon allerdings identisch also eigentlich nur zwei Tweets na immerhin wo es nicht regnet da tröpfelst dann wenigstens sehr schön gut ich glaube ja es kam dann natürlich von denen als ich da telefoniert habe auch noch der Vorwurf gegenüber dem CCC dass man hätte ihnen ja nicht Bescheid gegeben oder so ähnlich also wenn sie es gewusst hätten weil sonst ist Weihnachten immer tote Hose dann kann man aber gleich das Gegenargument von CCC Seite sagen sollen wir denen rechtzeitig Bescheid geben dass sie jetzt ihre Preise anziehen müssen oder was mit der Aussage kann ich ja mal so gar nichts anfangen richtig naja also was soll das denn ja so ein Rechtsfertigungsversuch egal also es ist auf jeden Fall ein big mess schlechter rechtfertigungsversuch ich hoffe jetzt dass das dann irgendwie einigermaßen abgeht Leipzig muss ich halt also das ist ein Kulturschock CCC und Leipzig das ist ein Kulturschock das wird so geil das wird so gut das ist halt das ist halt kein Konferenzzentrum sondern eine Messe und deshalb sind auch da direkt daneben relativ wenig Hotels ähm wie viele sind denn alle da das sind doch schon ein paar das sind doch zwei oder drei ja aber ich weiß es nicht also ich meine in Hamburg Hamburg war extrem verwöhnt was da ja ja klar ja gut du hast ja Luxussituation ist halt nicht so da ich würde ja gerne sagen wer will schon nach Leipzig aber da kriege ich Ärger ich war ich war schon öfter auch für Creative Network in Leipzig gewesen dort ist schön und ich war in diesem betroffenen Hotel und das ist auch voll okay ähm naja das letzte wenn nicht gleichzeitig mehrere hundert Leute buchen ja aber sorry also mir hängt dieser Satz noch nach der 34C3 hat ja nicht Bescheid gesagt was soll das denn das ist Quatsch ne ich bin aber jetzt mitten in der Innenstadt und bin sehr gespannt wie die die du das wird wahrscheinlich eine Riesenparty sein weil man dann eben die Busse gemeinsam das sind halt nur noch die die CCCler in den Bussen und in den S-Bahnen und machen da schon unterwegs Party also ich könnte mir vorstellen dass das vielleicht ganz ganz spaßig wird auch Leipzig gehört uns genau voll mit Lichtschlangen LED-Lichtschlangen und wie heißt die Bahn folgen sie der LED-Lichterkette wir machen ein Leitsystem wie wäre das mit mit Seidenstraße und allem Seidenstraße das meine ich genau Seidenstraße vom Vorderersitz vom Fahrer der CCC muss einfach die Seidenstraße aufbohren auf Größe dass da Nerds reinpassen und dann musst du aber anders laufen dann musst du aber anders laufen als letztes Jahr das ist dann quasi die CCC-Version des Hyperloop genau da können wir uns den Elon dazu einladen richtig dann kann er das mal richtig machen sehr geil ich bin sehr gespannt auf Dezember ich freue mich schon sieht man auch hoffentlich auch ein paar Hörer vom Sendegarten wird schön ja also wir haben auch total Bock drauf trotz allem obwohl ich auch komme meinst du ja nein aber vielleicht vielleicht sogar ein bisschen deshalb weil gemeinsame Misere schweißt ja auch zusammen man hat ja dann auch was gemeinsames also wenn man gemeinsam im Platzregen steht dann hat man was wo man hinterher noch irgendwie den Enkel davon erzählen kann also noch damals 31C3 Hotel Gate Kinder setzt euch mal auf meinen Schoß ich erzähle euch eine Geschichte kennen wir schon stand in der Wikipedia ja ja Opa was sind Buchungsportale was war denn damals eigentlich so ein NH Hotel was heißt dann das naja warum habt ihr den Wima nicht benutzt genau wieso seid ihr überhaupt mit dem Bus gefahren was ist ein Bus genau oder Strafenball was immer ok bevor wir hier total abdrehen gehen wir lieber wieder zurück zu seriösen Themen also wir schauen mal was es mit dem NH Geld auf sich hat vielleicht werden wir hinterher alle Friede Freude Eierkuchen am Ende stehen die noch bei der Abschlussveranstaltung auf der Bühne und werden beklatscht ich bin mal gespannt irgendwas wird da bestimmt passieren das kann nur was ironisches sein ja egal vielleicht und ich bin der Herald und muss den dann da gegenüber treffen super Idee ich sehe das alles schon vor meinem geistigen Auge so gut oh Gott apropos super Idee wo wir gerade von super Ideen sprechen auf einem der letzten Treffen in Berlin meines Erachtens wurde eine Idee für ein soziales Netzwerk von Podcastern wo man Podcasterinnen und Podcastern wo man zusätzlich zu den Episoden eines Podcasts auch irgendwelche Vernetzungen und so weiter erleben können sollte vorgestellt Podcast Szene oder Podcast Szene ich weiß nicht mehr genau wie es hieß war das dann war da lange Zeit gar nichts dann haben sie sich jetzt wieder mal gemeldet und der Lars hat sich die ganze Sache mal angeschaut ja du hast jetzt in der Anmoderation tatsächlich schon ein zwei Sachen vorweggenommen die überspringe ich jetzt in meinem Skript die haben sich in der Zwischenzeit Nö kein Thema es war eben ruhiger geworden und zwischenzeitlich war auch mal die Webseite ganz weg da war dann nur ich glaube die Typo3 Defaultseite oder sowas zu sehen aber die Webseite ist wieder da und am 22. August hat sich also Podcastszenen dann auch im Sendegate mal wieder gemeldet und da hat man einen kurzen Überblick über diesen aktuellen Stand gegeben die wollen nämlich ein bisschen was verändern und da sind die wichtigen Punkte dass man sich zunächst mal in die deutsche Podcast Szene wenden möchte und nicht international starten möchte man möchte auch nicht als vollwertiges soziales Netzwerk starten sondern wohl mit einem eingeschränkten Feature Set also mit weniger Funktionen beginnen und man hätte das Entwicklerteam auf drei Personen aufgestockt die sich die Bereiche Server Web und Android teilen iOS soll dann folgen wenn die anderen Sachen fertig sind oder wenn man eben zwischenzeitlich einen Entwickler dafür findet und dieses Posting vom 22. August das blieb erst noch noch ein bisschen vage und hat noch nicht verraten welche Funktionen das Projekt nun eigentlich noch umfassen soll und wann man starten möchte das möchte also Podcast 10 dann zu einem späteren Zeitpunkt in den nächsten Wochen bekannt geben zum Finanzierungsmodell ist bisher auch nichts bekannt oder nichts was ich gefunden hätte wo kommen denn diese Leute eigentlich her also ich hatte da bei der Subscribe oder PPW oder wo die waren das erste Mal überhaupt davon gehört ich glaube beim Podcamp war das oder ah Podcamp kann auch sein die hatten mal geschrieben sie hätten beim Podcamp Gespräche geführt ja ah Podcamp ok ja und da war gleich die Weltherrschaft angepeilt und jetzt reicht dann Deutschland auch ich meine ich mache mich so ein bisschen lustig das ist natürlich gemein wenn die Leute einfach eine Idee entwickeln und erstmal groß aufschlagen ist kann man ja auch erstmal nichts dagegen sagen ich will gar nicht so 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 despektierlich darüber sprechen du wirst doch jetzt nicht zum Troll werden sag mal nein aber ich meine man erlebt es ja schon mal auch an anderen Orten dass Leute kommen und eine Idee vorstellen und in also auch mein Bauch sagt dann mach mal zwei Nummern kleiner und versuch das erstmal umzusetzen denn eine Idee haben ist das eine eine Idee umzusetzen ist das andere und eigentlich zählen nur umgesetzte Ideen und nicht irgendwelche in den Wind geredeten da bin ich aber wahrscheinlich auch schon mal dann jetzt inzwischen 30 Jahre älter als irgendwelche Leute die Ideen entwickeln und hab vielleicht schon das eine oder andere kaputt gehen sehen oder gar nicht erst auf die Beine kommen sehen da bin ich etwas abgeklärter ich möchte niemanden der jetzt voller Elan irgendwie sagt oh lass uns das machen das wird ganz toll von vornherein sagen lass mal lieber aber es kommt bei mir jetzt schon so manchmal so dieses ja told you so hoch wo ich dann denke naja merkst du schon ähm ne also bei etwas realistischer Planung oder beim realistischen Angucken aber ich kann das nur aus der Entfernung betrachten ich sehe da halt ein gewisses Muster was ich an anderen Orten auch schon häufiger gesehen habe weiß aber nicht ob das bei dem Fall dann auch so der Fall gewesen ist also muss ich in meiner Aussage auch vorsichtig sein ja also das Problem ist ja auch so ein bisschen es ist wirklich sehr undurchsichtig also mir ist auch nicht wirklich klar was da was das Vorhaben genau ist was die Revolution sein soll genau an dem Dienst und was genau besser oder anders gemacht wird ähm und da besteht natürlich die Gefahr drin dass sie jetzt einfach am Markt vorbei entwickeln und vielleicht selber irgendwie ganz coole Ideen haben aber die von der Zielgruppe halt nicht wirklich erfasst werden weil also das war zumindest auch mein Ansatz damals auf die mit der Podcast Community in Kontakt stärker zu treten um da erstmal Feedback zu holen was wird überhaupt benötigt und äh wird ja wo sind die Features die benötigt werden und ähm ähm wenn man das natürlich nicht früh genug macht und wenn man das quasi so im stillen Kämmerlein macht dann besteht natürlich schon schnell die Gefahr dass man wirklich einfach komplett vorbei entwickelt an an der Zielgruppe und ähm ich weiß nicht ob das hier der Fall ist vielleicht kriegen wir das nur nicht mit weil die sich in anderen Communities bewegen als wir ähm oder in anderen Teilen der Community bewegen das kann ja auch sein aber ja ich glaube ähm da da wäre noch ein bisschen mehr Kommunikation tatsächlich ganz sinnvoll ja vielleicht also es sind ja jetzt alles nur Spekulationen ich weiß auch nicht worum es geht ähm ähm nein also also was jetzt selbstverständlich es geht ja es geht ja äh um äh ein Projekt das entsteht vielleicht sind sie einfach nur zu früh rausgegangen also zu früh in die Welt hinausgeschrien vielleicht sind sie eben noch nicht äh soweit um das so zu releasen wie ursprünglich geplant genau es soll irgendwie ein vollwertiger Podcatcher sein mit Sozialfunktionen nein äh falsch ich hab mich etwas unglücklicher ausgedrückt jetzt merke ich es langsam auch ich hab mich etwas unglücklich ausgedrückt das kann ja 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 ich sitze da so ein bisschen im ähnlichen Boot wie der Martin dass ich auch weil ich halt schon relativ viel Zeug gemacht hab so ne naja so ne so ne gewisse Abgebrühtheit hab an der Stelle und sag naja brauchen wir das wirklich oder ist das geht das in die richtige Richtung andererseits erinnere ich mich natürlich auch sehr gut an Situationen wo ich selber irgendwie so ein so ein ja die Weltlösung aus dem Boden gestampft habe zumindest dachte ich das und dann eben auch gelernt habe dass es das vielleicht nicht war aber dabei einfach extrem viel gelernt habe in ganz vieler Hinsicht und von der Implementierung über die Projektplanung über ähm Anforderungen einholen und so weiter und vielleicht müssen die das einfach tun damit sie am Ende dann auch was daraus lernen können also ich weiß es nicht vielleicht wird es ja auch was also tja genau wir sollten uns freuen dass die Jungs sich wieder oder Mädels also die Truppe sich wieder gemeldet hat dass sie irgendwie einen Relaunch oder wie auch immer man das nennt also so einen zweiten Anlauf irgendwie versuchen und dass sie sich nicht ganz haben abschrecken lassen also das ist ja eigentlich was Positives ja und einfach mal das Angebot darstellen zu sagen kommt mal auf die Subscribe und erklärt das doch mal in einem Vier-Augen-Gespräch oder vor allem in einem Workshop oder so dann kann man über das Projekt mal ein bisschen besser reden dann also einfach diese Gespräche suchen das wäre gut glaube ich ich werde gerade im Chat als der Martin ist gemein getitelt ja manchmal rutscht mir sowas raus Entschuldigung ich habe es nicht so böse gemeint wie es geklungen hat ach manchmal so so ja ich doch also bei dir schon mal öfter aber ansonsten manchmal es ist so wunderbar ne gut dankeschön Lars dass du uns auf den aktuellen Stand gebracht hast behalt das bitte im Auge und halt uns weiterhin auf dem Laufenden mach ich super im Gespräch mit Chris vorhin schon ein zweimal ein oder zweimal erwähnt die amerikanische Konferenz Podcast Movement wo Podcasterinnen und Podcaster in Amerika zusammengekommen sind eine von zwei großen Konferenzen glaube ich so die man im Jahreskalender findet der Dirk Prims ist da gewesen Dirk Prims ist ja auch bekannt der war schon mal hier auf unserer Gartenbank der ist dort drüben gewesen also drüber geflogen und hat ein paar Eindrücke in sein Handy gesprochen als Periskopaufzeichnung aber wenn man sich das Audio anhört kommt man auch ganz gut zurecht und deswegen haben wir uns hier erlaubt mal so drei Minuten aus seinem Periskopangebot was man im Sendegate in ganzer Länge sehen kann mal zusammenzufassen und das hören wir uns jetzt einfach mal an so also ich bin jetzt hier auf Podcast Movement und ich habe versprochen dass ich ja mal so einen Eindruck mit nach Hause nehme und das per Periskop teilen werde und das möchte ich jetzt auch mal gerade kurz tun für alle die die nicht wissen wovon ich eigentlich rede Podcast Movement ist eine Podcaster Konferenz hier in den USA in Anaheim genau genommen und ungefähr 1500 Leute Leute stark hier findet man Leute von Namen wie Lipsyn und Zencaster auch Phonik ist auch hier es gibt eine ganze Reihe von Firmen eben in dem Umfeld und auch Größen der Branche wie ein John Lee Dumas oder ein Pat Flynn also Leute die mit Podcasting hier wirklich wirklich Geld verdienen genauso wie das journalistische Gegenstück also PRX zum Beispiel ich war gerade in einem Panel wo die darüber geredet haben wie die ihre Nachrichten Podcasts machen genau aber jetzt mal erstmal hier die Konferenz wie fühlt sich das an ich bin jetzt hier an einem Ende von diesem Ganzen das Ganze findet im Marriott statt im Konferenzzentrum und jetzt ist gerade Pause damit man auch so ein bisschen ein Gefühl bekommt so rein von der Konferenz her es gibt hier eine Ausstellung die schauen wir mal vielleicht ganz kurz rein und in dieser Ausstellung sind halt einfach so die Namen also ich laufe jetzt hier gerade zum Beispiel hier schon mal auf Libsyn zu WordPress es ist ein relativ großer Raum muss ich sagen und da gibt es halt so einiges was vielleicht auch so ganz spannend finden kann ich laufe jetzt mal einfach hier einmal quer durch insgesamt gibt es mindestens sechs Räume in denen Vorträge stattfinden und man kann Mikrofone ausprobieren man kann sich anmelden um Podcast Shows aufzunehmen ja und das war es jetzt erstmal so generell inhaltlich ist es so dass das Podcast Movement sich enorm natürlich auch mit der Business Seite beschäftigt vielleicht zeige ich euch mal hier so diese Logos ein bisschen näher das gibt natürlich schon irgendwie coole T-Shirts ab würde ich sagen ja inhaltlich geht es oft ums Business aber eben auch nicht nur also es sind hier auch Sessions zum Thema Suche in Audio oder Mikrofonierung ich habe mir mal meinen Kalender zusammengestellt da ist schon so einiges geboten ich werde jedenfalls Spaß haben und ich muss sagen hier wird viel dafür getan dass die Leute miteinander in Kontakt sind also man kann wirklich relativ viel Zeit auch in Gesprächen verbringen was relativ cool ist bei so großen Konferenzen und ich mache ja beruflich auch einiges mit Konferenzen da ist das dann so dass die die hier ausstellen eigentlich praktisch den Großteil der Kosten tragen die so eine Konferenz verschlingen das heißt diese Plätze werden natürlich verkauft das sind Sponsoren die dann auch entsprechend Sessions gekauft haben das ist auch ganz spannend einfach von dem Modell her weil natürlich ist es dann alles wesentlich kommerzieller als wenn man sowas crowdsourced macht das war es jetzt erstmal wieder ich schaue mir jetzt da drüben die T-Shirts an und rühre mich dann irgendwann später wieder ciao ja irgendwann später wird er sich wieder rühren und das wird vermutlich auf unserer Gartenbank sein wir haben da einen Termin für gar nicht in langer Zukunft wo er hier vorbeikommt und auch direkt davon erzählt insofern ist es auch völlig okay dass wir das hier benutzen das Material das hat er übrigens freigegeben und wenn ich das richtig verstanden habe nicht ganz ohne den Impuls des Sendegartens auch erst aufgenommen also ich hatte ihn gebeten uns einen kleinen Audiobeitrag zu machen von seinen Erlebnissen und das ist im Prinzip diese Zusammenstellung die er da im Sendegate gemacht hat er hat sorry ja er hat auch seine Eindrücke abschließend dann nochmal länglich in Textform dargestellt also wer sich mal einen Eindruck verschaffen möchte wie Podcast Movement aussieht ein ein längerer Teil des des Periskop Rundgangszene habe ich hier nicht mehr eingespielt gehabt da geht er einfach mal durch diesen großen Saal wo diese Aussteller stehen und da kommen so Firmen wie Interview Connections das sind Leute die vermitteln Podcast Gäste in Shows Hindenburg war da Libsyn war da Sennheiser Advertise Zencaster Interview Wallet da kommt man Mikrofone testen Adobe war da Spreaker Wordpress auch verschiedene Podcastergrößen John D. Dumas und Pat Flynn war anwesend und man konnte mit denen wohl auch reden und so also ich denke wenn der Dirk zu uns kommt und über das über die Podcast Movement erzählt wird es auch nochmal richtig spannend werden Dankeschön Dirk bis hierhin schon mal für das was du da für uns wiedergegeben hast habt ihr das verfolgt so ein bisschen was sagt ihr dazu ich hätte die Frage an Chris ob er das durch seine USA Tätigkeiten schon mal auf dem Schirm hatte oder vielleicht mal da war also die diese spezielle Messe nicht die ist glaube ich nicht so alt aber es gab Podcaster Messen gab es 2006 2005 2007 gab es die auch und die waren auch alle so also du hast du tatsächlich eine ganze Menge an Sälen in denen Vorträge gehalten werden auch so Roundtables oder Podiumsdiskussionen und so weiter zu verschiedenen Themen und dann gibt es die Halle mit den Sponsoren und das ist wie so eine kleine Messehalle und da sind dann ja je nach Größe halt 10, 20, 30, 40, 50 Aussteller die irgendwelche Podcast relevanten Dinge haben vom Mikrofon über irgendwelche Hardware über irgendwelche Services und so weiter und das Modell ist sehr sehr typisches sehr amerikanisches Modell das habe ich da schon vor 10 Jahren gut kennengelernt ja das ist also eigentlich normal für mich mich wundert das jetzt nicht dass das da so läuft jo die Bilder sahen relativ entspannt aus also ich hätte mir das ein bisschen weiß ich auch nicht steifer oder noch rummeliger vorgestellt also ich hätte mich glaube ich da relativ leicht dazwischen stellen können ohne große Akklimatisierungsprobleme also das fand ich sehr das fand ich sehr beeindruckend ich hatte eher gedacht so das ist eine ganz andere Welt ja klar ticken die anders aber am Ende diskutiert man dann über irgendwie Steckverbindungen am Mikro oder wie man was macht und dann ist man auf so einer Nerd Ebene dann doch irgendwie schnell aufeinander ja es hat sich natürlich dann schon also speziell in Amerika ein bisschen was geändert so am Anfang die erste Konferenz oh Gott wie hießen die damals noch die kommt nicht mehr drauf das war aber schon so ein bisschen so ein bisschen Woodstock Feeling alle da war es tatsächlich noch nicht kommerziell so ah ja und 2006 war das noch sehr sehr wir haben was tolles und wir werden alle berühmt und bla und dann hat sich das mit dem Business eigentlich so erst ab 2006 2007 sind dann die ganzen Businesses drauf losgegangen und dann haben das auch ein paar die das dann professionell machen mit diesen Messen in die Hand genommen und haben das dann auch entsprechend ausgerichtet also sprich wir machen jetzt eine Messe wir vermarkten die wir verkaufen die Plätze wir laden die richtigen Leute dazu ein und haben also schon ordentlich Events draus gemacht auf dem auch sehr viel lernen konnte die dann Eintritt gekostet haben und ja also die Kommerzialisierung wird auch ein Stück weit natürlich mitbetrieben von denen die dann solche Messen ausrichten ja da kommt es ein Stück weit kommt das kommt das da mit ja da kommen dann auch Ticketpreise zusammen die ganz anders sind als die 120 Euro die man für zum Beispiel den Kongress bezahlt oder die 100 Euro die man für die ich meine da wäre irgendwas so um die 500 Dollar oder sowas aufgerufen genau das kann durchaus aktuell sein ja genau also es gibt wohl zwar auch vergünstigte Tickets zum Beispiel wenn man jetzt direkt nach der nach dem Podcast Movement da gibt es dann nochmal irgendwie so um die Hälfte reduzierte direkt wenn man sagt nächstes Jahr komme ich wieder und es gab auch für die Community wohl auch irgendwie so Verlosungen an Tickets und vergünstigte Tickets nochmal extra aber so der Standardpreis sind tatsächlich glaube ich um die 500 Dollar also die hieß damals Podcast Expo und hat ein paar Jahre ganz gut funktioniert und dann war sie nicht mehr so dick und dann haben die sich hat jemand anders das übernommen und dann haben die sich bei der Blog World irgendwie eingeklinkt und haben dann am Rande die New Media Expo draus gemacht und die lief dann einige Jahre die NMX ja 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 richtig NME New Media Expo und im Prinzip dürfte das jetzt so reingefühlt wahrscheinlich eine Fortführung von der Geschichte sein behaupte ich jetzt mal ich weiß nicht ob das Thema Podcast tatsächlich mehr als eine so eine Veranstaltung trägt ich habe das jetzt nicht mehr wirklich weiterverfolgt vielleicht jetzt nach dem Podcast wiederkommt vielleicht jetzt nachdem es einen neuen Boost kriegt ja schauen wir mal also bis hierhin erstmal der Blick über den Teich wir werden dann mit dem Dirk nochmal ausbreiten ausführen vielen Dank nochmal und dann gucken wir mal auf unsere eigenen Veranstaltungen die da so kommen beziehungsweise waren nämlich Potsdok rufe ich auf Sebastian hat Neuigkeit mitgebracht ja wir hatten ja letztes Mal im Sendegarten in der Folge 31 schon etwas ausführlicher auch über Potsdok ein Review gemacht da sind wir aber glaube ich auf den Ortswechsel so ein bisschen drüber hinweg gegangen warum der jetzt eigentlich stattgefunden hat da würde ich gerne nochmal ein paar Sachen zu sagen also zum einen war mir oder ist uns klar geworden Sorscheid ist einfach so weit abgelegen dass auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln halt die Lage sehr schwierig zu erreichen ist also es gibt Bahnhöfe die sind keine Bahnhöfe mehr sondern nur auf Bushaltestellen also da ist man quasi dann eine Stunde lang mit dem Bus nochmal unterwegs vom nächsten Bahnhof hin und zurück und von dort aus sind es dann auch nochmal irgendwie 20 30 Minuten mit dem Auto wo wir dann einen Shuttle Service gemacht haben und das hat sich auch dieses Jahr auch durchaus gezeigt also entweder wurden halt Fahrgemeinschaften im Vorfeld organisiert oder es sind glaube ich insgesamt gerade mal irgendwie zwei oder drei Teilnehmer und Teilnehmerinnen per öffentlichen Verkehrsmittel angereist die wir abholen mussten also das das ist dafür schon ein sehr gutes Zeichen gewesen dass das halt sehr sehr schwierig ist und der Flughafen Frankfurter Ande das war die zweite Alternative da in Sorscheid ist es halt ein Flughafen der halt auch nicht innerhalb von Deutschland wirklich angeflogen wird sondern nur so von von außerhalb das heißt man hätte sich irgendwie über keine Ahnung London oder irgendwie Italien fliegen müssen um den zu erreichen was auch nicht unbedingt gerade ja einfach und kurzfristig möglich ist ja also das waren so Problempunkte dann hatten wir dieses ja auch mit den Zelten also man muss sagen Potsdam wächst enorm was was Zeltbedarf angeht wir sind jetzt schon bei also wir sind mit einem Zelter dem Daniel angefangen 2014 der eine ganze Wiese alleine hatte dann im nächsten Jahr waren es dann schon irgendwie so mindestens eine Handvoll wenn nicht sogar ein paar mehr und mittlerweile sind wir so bei 50-50 zu den Haus- und Hotelgästen von der Anzahl und das wächst halt einfach enorm weil es natürlich auch zu einem Festival irgendwie ganz gut passt dieses Camping und von daher waren wir da aber dieses Jahr so ein bisschen ja in Sorschied ist einfach das Problem dass die Wiese die möglich wäre zum Beispiel auch nicht jedes Jahr sicher ist ob wir die bekommen weil die verpachtet ist an den Bauern und wenn der das gerade mit seiner Ernte nicht und mit dem Wetter natürlich nicht so in dem Zeitraum wenn das nicht passt dann kann er schlecht die Wiese mähen und dann steht die halt nicht zur Verfügung für das Festival und dementsprechend ist da nicht so wirklich Planungssicherheit gegeben das ist zum Beispiel so ein Punkt gewesen und ja dann auch so ein persönlicher Grund natürlich für mich als Organisator ich habe ungefähr da ich mit Anhänger fahre und nur so meine 80 Stunden Kilometer da hinlege irgendwie sieben bis acht Stunden Fahrzeit ohne Stau mit Stau wären es dann wahrscheinlich schon über zehn oder so wenn es ganz ungünstig kommt was natürlich auch nicht gerade hilfreich ist wenn man ja viel noch organisieren will also das kostet schon unheimlich viel Zeit das war auch ein Punkt der nicht wegzuweisen war und ja dann auch so ein bisschen wir waren jetzt zwei Jahre in Almke zwei Jahre in Sorschied und ja jetzt kann man auch mal wieder vielleicht auch ganz günstig den Orts wechseln machen damit nicht alle den gleichen Weg immer haben also dass sich das so ein bisschen aufteilt dass jetzt wieder andere etwas einen weiteren Weg leider haben aber dann andere dafür etwas einen kürzeren Weg und wie gesagt durch die bessere Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel bei der Kulturherberge wo wir jetzt sind was von dem Bahnhof Aalfeld Leine die beste Möglichkeit ist zu erreichen von dort aus sind es dann noch 15 Minuten mit dem Auto oder das hatten wir letztes Mal schon erwähnt zwei Stunden zu Fuß wenn man das machen möchte kann man machen aber es gibt auch Bus Verbindungen die fahren zum Beispiel nicht am Sonntag also wir werden da auf jeden Fall versuchen einen Shuttle Service wieder zu organisieren und was aber auch wesentlich einfacher ist wenn man nur einen Ort irgendwie berücksichtigen muss und nicht zwei Abfahrorte die sich auch noch in gegengesetzter Richtung liegen wie in Sorschied das ist dann auch immer ein bisschen doof ist hier fast um die Ecke dann komme ich mal vorbei das klingt doch gut ja genau und das war es eigentlich schon zu dem Ortswechsel also das sind so die Argumente die dafür gesprochen haben oder dagegen je nachdem gegen Sorschied ist jetzt nicht komplett aus der Welt je nachdem wie sich das Event entwickelt aber wenn das mit den Zeltern halt wirklich mehr wird dann wir hatten dieses Jahr noch so ein Stoppelfeld aber da haben schon viele gesagt das ist ein bisschen schwierig selbst mit Isomatte da zu zelten und ist auch ziemlich steil gewesen glaube ich schon und ja das und jetzt haben wir einen Ort wo wir wirklich mindestens mit mit ja also da werden Veranstaltungen geführt mit bis zu 400 Personen das heißt da haben wir jetzt erstmal kein Problem in der Richtung hoffe ich angeschaut habe ich es mir noch nicht wir werden im Februar vom Orga-Team mal so eine kleine Probe Übernachtung dort machen selten weiß ich nicht habe ich noch keinen Gefraut aus dem Orga-Team ich gehe davon aus dass alle im Haus übernachten aber vielleicht ist ja auch einer so wagemutig im Februar aber je nachdem wie die Februar Temperaturen sind manchmal ist der Februar ja auch sehr angenehm also 10 Grad hatten wir jetzt im Sommer auch wir haben doch das Kaminzimmer hast du gesagt da können wir uns ja einheizen dann ja genau wir haben das Kaminzimmer zum Beispiel das Kaminzimmer ja das Aquarium heißt aber nur Aquarium weil das so eine offene Fensterfront hat achso das heißt das riecht mit Wasser gefüllt da sind keine Fische glaube ich ja genau also da werden wir dann auch von berichten und mal so ein bisschen gucken auf wie die Barrierefreiheit und so weiter dort gegeben ist und was für Ausstattungen vorhanden sind welche Räumlichkeiten da schauen wir uns dann alles an und ja dann noch ein Hinweis sind jetzt auch nochmal ein paar Videos nachträglich veröffentlicht worden ich glaube es fehlt nur noch mein eigenes Video über Studiolink alle anderen habe ich schon irgendwie bearbeitet und rausgehauen auf YouTube findet ihr auf der Webseite unter podstock.de unter Aufzeichnungen da haben wir auch den kuratierten FIT Link verlinkt der dann auch Episoden rund um podstock in reiner Audioform führt ja das war es dann schon mal wunderbar cool Dankeschön dafür und damit beenden wir die Rubrik querbeet und kommen zum Blühkalender wenn er den angeht komm putt 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 und darum kümmert sich ja seit einiger Zeit ganz wunderbar der Lars der hat die nächsten Termine zusammengetragen ja und die kommen wie immer aus dem Termin Wiki im Sendegate rausgesucht habe ich wieder die Termine der nächsten drei Monate allzu viel hat sich da zur letzten zum letzten Sendegarten nicht getan aber ich ratter die mal runter morgen geht's los am 1. September im Sendlinger Augustiner da findet statt das Podcast Meetup München da startet offiziell um 19.30 Uhr das Ende ist geplant für 23.30 Uhr am 5. September gibt's dann von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr ein englischsprachiges Meetup in Berlin es geht um Audiobearbeitung und inzwischen gibt's auch einen Veranstaltungsort nämlich das Blinkist Office in der Sonnenallee zwei Tage später am 7. September ist dann der 13. Potappler Stammtisch der fängt an um 19 Uhr und man trifft sich bei Mönus und Friends beim Presswerk am gleichen Tag also auch am 7. September ist dann der zweite Podcast Stammtisch das ist eine Bottle Party und die findet statt im Buchladen Nippes in Köln Beginn ist um 19.30 Uhr und dann gibt's die digitale Woche Kiel da gibt's zwei Podcast Termine am Freitag den 22. September gibt's ab 20 Uhr ein Come Together und am nächsten Tag also am 23. September ist Podcaster Workshop Tag Dann treffen sich die Wissenschaftspodcaster innen bald auch wieder dieses Mal an der Universität in Innsbruck Das Treffen heißt Ganzohr und findet statt vom 22. bis zum 24. September und gerade heute wurde dazu auch das aktualisierte Programm veröffentlicht zu finden ist es unter wissenschaftspodcasts.de Dann kurz erwähnt heute war ja schon der International Podcast Day der findet statt am 30. September und das geht darum Podcasting einfach bekannter zu machen wie das läuft und was man da machen kann das erfährt man unter internationalpodcastday.com Auch am 30. September eben vom International Podcast Day inspiriert ist das nächste Franken Podcast Meetup in Nürnberg das startet um 10 Uhr Am 6. Oktober gibt es dann wieder den Potrohr Stammtisch Veranstaltungsort ist wie immer das Unperfekthaus in Essen da geht es los um 19 Uhr und als letztes auf der Liste habe ich das Subscribe wurde heute auch schon genannt das ist vom 27. bis zum 29. Oktober wieder in den Räumen des Bayerischen Rundfunks in München die Webadresse subscribe.de führt zur Homepage mit weiteren Informationen und inzwischen ist da auch der Ticketverkauf gestartet und es gibt erstmals auch Tagestickets das wäre es zu den Veranstaltungen links gibt es natürlich wie in meinem Termin Wiki im Sendegate Dankeschön wunderbar das sind die Termine klar da hat sich nicht viel geändert wir haben ja nun auch fast jede Woche in den vier Wochen des August haben wir vier Folgen gemacht von daher kann sich auch nicht mehr so viel verändern ein bisschen verändert hat sich aber bei den Setzlingen da haben wir nämlich drei neue und da kommen wir jetzt mal hin so wie eingangs gesagt hatten wir Zuschriften die uns neue oder nicht mehr ganz so neue Podcasts vorgeschlagen haben Entschuldigung ich lese hier gerade so ein bisschen noch parallel der erste bezieht sich darauf dass die Ulrike in der letzten Episode den Podcast Schwein gehabt erwähnt hat wo es auch um Ernährungsfragen geht und dazu hat uns Christoph einen Tweet geschrieben lieber Sendegarten ich hätte da auch mal eine Empfehlung nämlich den Fleischentzug Podcast hört doch da mal rein und dieser Fleischentzug Podcast beschäftigt sich mit einem Projekt von Christoph also er schreibt wörtlich Fleischentzug ist ein Projekt von mir in dem ich versuche mich fleischlos zu ernähren eigentlich bin ich passionierter Fleischesser allerdings habe ich entschieden zu versuchen mich gesünder zu ernähren mehr Gemüse weniger Zucker und das wichtigste kein Fleisch zusammen mit meiner Frau probieren wir dies ab dem 01.01.2017 und als kleine Unterstützung mal über das Erlebte zu sprechen habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen also das ist kein echter Setzling mehr sondern schon mehr ein Steckling weil er schon fast ein ganzes Jahr lang läuft aber wir hören trotzdem mal in die erste Episode rein und und hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Fleisch Entzug ich bin der Christoph und schön dass ihr mit dabei seid ja vorneweg erstmal was ist Fleisch Entzug überhaupt und ja Fleisch Entzug ganz kurz ist ein Experiment das ich gerade durchführe zusammen mit meiner Frau ja lange Rede kurzer Sinn was steckt dahinter es steckt dahinter ein guter Vorsatz fürs neue Jahr wir sind gerade Anfang 2017 und meine Frau hatte die Idee einfach mal gesünder zu ernähren und zwar eben ohne Fleisch man muss dazu sagen dass ich ein sehr großer und gerne Fleisch esser bin meine Frau war da eher so auf Wurst auf Brot und so da bin ich eher nicht so aber es ist so dass wir uns schon sehr viel von Fleisch und Wurst ernährt haben und ihre Idee war es einfach mal ein bisschen gesünder weil wir haben viele Berichte gelesen gesehen ich habe sogar einige Podcasts darüber gehört dass halt dort auch viel altbekannt nicht gutes dabei ist für den Körper und dass man natürlich auch ohne Fleisch gut leben kann und auch lecker leben kann und das versuchen wir halt im Moment und ich habe mir gedacht das ist ein super Projekt um es in einen Podcast umzusetzen weil ihr kennt das mit guten Vorsätzen spätestens nach einer Woche sind sie weg und das möchte ich nicht also ich möchte das gerne versuchen ich weiß nicht warum es tut mir selbst im Herzen weh mich so da zu kasteien aber ein Versuch ist es wert und ich einfach der Austausch über dieses Projekt und wenn es halt nur ist dass ich hier ins Mikro quatsche über das was ich erlebt habe in den letzten Tagen Wochen Monaten dann geht es mir damit einfach besser ja achso wo ist denn meine da das habe ich ja völlig vergessen bisher soweit also der Christoph mit seinem Podcast Angebot Fleischentzug der hat sich quasi selber vorgeschlagen was auch möglich ist das ist überhaupt nicht schlimm dieses shameless self plugging ist durchaus also wenn jemand seinen Podcast mal bekannt machen möchte oder was ich hier einmal vorstellen möchte gerne wir nehmen solche Zuschriften entgegen noch lieber nehmen wir natürlich Zuschriften von dritten und in diesem Fall im zweiten ist das die Nora Hispers die kennen wir ja nun auch schon gut die hat darum gebeten dass wir den Podcast Müller und Matzko einmal hier vorstellen das sind Ariane Müller das ist eine Pianistin Komponistin und preis krönte Comedienne und die Caro Matzko das ist eine Journalistin Autorin und Moderatorin die beiden haben zusammen im Jahr 1999 das Abitur überstanden sie verdienen ihr Geld mit Humorarbeit was mit Medien und einem Piano sie haben Kinder in die Welt gesetzt und immer wieder hören sie dass sie echt lustig sind also für Frauen sie diskutieren den Untergang ihre Sexualität Moden und Verzweiflung klingt jetzt ein bisschen merkwürdig aber ich glaube wenn man da mal hineinhört dann sind die beiden doch recht hörenswert Müller und Matzko die Milfschnitten im Podcast meine Damen und Herren darf ich Ihnen präsentieren Ariane Müller darf ich vorstellen die Weltbeste die Weltbeste Pianistin aus U-Stadt aus Ulm Beweise wir sitzen hier am Klavier das seht ihr jetzt nicht hau mal was rein gut verstimmt aber vielleicht müssen wir noch ein bisschen reinknallen dass es sich wieder stimmt der Punkt ist sie ziert sich die ganze Zeit so weil ich gesagt habe hey wir machen einen Podcast und der unique selling point das ist ja wichtig BWL Talk ist dass du geil Klavier spielen kannst weil es gibt tausend Weiber tausend Typen die rumlabern ich dachte dass du intelligent bist das ist der unique selling point also eine intelligente Frau das gibt es ja voll selten lustige Frauen gibt es auch total selten du bist ja beides Caro ja aber das interessiert ja niemanden der Punkt noch nicht du bist geil hast lange Haare und kannst Klavier spielen und weigerst dich warum wenn man lange Haare hat bringt es einem im Podcast nicht so viel aber die Leute die da draußen zuhören wir tun jetzt immer so als ob Millionen Leute zuhören weil das macht das Ganze irgendwie aufregender hey Leute ihr da draußen ihr wisst ihr kennt meine Frisur diese Haare sind lang ja ich spiele gern Klavier auch Orgel besser lange Haare als Langeweile oder das alte Motto von Abi 99 das könnte unser Untertitel sein Abi 99 das haben nämlich Caro und ich tatsächlich zusammen gemacht wer uns vielleicht aus verschiedenen Ecken kennt wird sich vielleicht wundern aber tatsächlich auch die Frau Matzko ist aus U-Stadt und wir haben die Schulbank gedrückt und wir waren unbeliebt sag es wie es ist ja wir haben die Schulbank gedrückt aber uns hat keiner gedrückt also der Punkt warum wir das hier machen ist eigentlich wir wollen Anerkennung wir wollen Liebe ihr müsst mal kleine Übung für zu Hause ihr müsst mal alles runterbrechen warum machen Leute Dinge meistens weil sie Anerkennung Liebe wollen Sex und Macht da damit haben die achso wo ist meine ich halte mich nicht an meine eigenen Regeln hier das ist nicht gut so damit haben die beiden erstmal einen ordentlichen Flock in die Welt gesetzt das sind also Müller und Matzko bisher gibt es nur eine Episode ich hoffe da kommt noch mehr das klingt nämlich nach einem großen Hörvergnügen das hat mir jedenfalls sehr gut gefallen wenn ich auch nicht werten will wie gesagt Setzlinge sind ja hier völlig subjektiv und wertfrei sie werden einfach nur vorgestellt und vorgestellt wird dann auch noch der dritte das ist ein Vorschlag von Tobias Migge den kennen wir ja nun auch schon weil er hier zu Besuch gewesen ist und auf unserer Gartenbank gesessen hat und der stellt uns einen Musikpodcast von Sinan und Klaus vor die schreiben über sich zwei Obermusiknerds scheitern an dem Versuch komplexe Themenfelder im Bereich Musik allgemein verständlich zu erörtern und damit vor allem die weibliche Zielgruppe anzusprechen in ihrer ersten Episode wussten sie noch nicht wie ihr Podcast heißt und deswegen heißt er glaube ich nur der Podcast Herzlich Willkommen bei dem Podcast es ist der Podcast heute mit mir Sinan Kurtulusch aber nicht nur mit mir sondern auch mit Klaus Kauker schönen guten Tag schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet und wir haben noch keinen Namen tatsächlich deswegen sind wir vorläufig der Podcast obwohl ich obwohl ich sagen muss du hast es gerade schon gesagt der Podcast es ist schon es ist also wenn du sagst du bist der Podcast dann sind alle anderen ja nicht der Podcast dann kann es nur noch die Podcast rin geben damit es gendertechnisch ausbalanciert ist wir haben gerade in unseren demografischen Analytics mal geguckt und festgestellt dass wir erschreckend gleiche Statistiken haben was unsere Zielgruppen angeht ich glaube bei mir waren es etwas mehr Frauen als bei dir ja aber lehn dich da mal nicht so weit aus dem Fenster so viele sind es jetzt bei dir auch nicht also es geht um unsere YouTube Channels deiner ist zwar von der Anzahl her von den Abonnenten natürlich bedeutend größer prozentual ja aber die Qualität der Abonnenten ist bei dir natürlich ums Zehnfache das macht es das kompensiert es natürlich ach so bei mir ist schon der Filter drauf nein ja auf jeden Fall es geht darum wie viele wie sieht das bei uns aus wie viele Männchen und wie viele Weibchen folgen uns denn oder sind bei uns Abonnenten und ja sag mal deine Prozentzahl bei mir waren es 87% Männer ja und eben 13% oder man weiß es nicht ne ich weiß nicht warte mal YouTube ist hat gar nichts dazwischen es gibt nur männlich und weiblich ach so du meinst die streichen sich so ein Revenue Share ein ne und bei mir waren es sogar 97% Männer so und jetzt ist die Frage machen wir es mit diesem Podcast noch schlimmer oder kriegen wir jetzt noch einige vom ja vom anderen Ufer kann man ja nicht sagen ne die Weibchen irgendwie ja wir müssen einfach sehr sehr charmant sein also wir beide sind natürlich absolute Musik Experten ich glaube da wir dürfen da nicht zu tief stapeln und wollen uns hier in diesem Podcast ein bisschen wild über die Musik austauschen ohne und das ist ganz wichtig in so ein Nerd Talk zu verfallen genau Nerd Talk nicht sondern es sollte ja allgemein verständlich sein und es ist der Herz und Niere Podcast gewesen damit sind unsere Setzlinge durch und wir kommen zu den Blütenschätzen Blütenschätze sind Dinge aus dem Podcast Land die uns besonders irgendwie beeinflusst haben beeindruckt haben in der letzten Zeit normalerweise liegen ja immer 14 Tage dazwischen und man hat ein bisschen Zeit sich umzuschauen jetzt hat wieder nur eine Woche dazwischen gelegen möglicherweise nicht genug Zeit für jeden sich einen Blütenschatz auszusuchen aber das trifft ja nicht so direkt auf unseren Gast zu deshalb frage ich einfach mal den Chris hast du etwas erlebt oder etwas gehört etwas gesehen was sich im Bereich Podcast in den letzten Tagen besonders beeindruckt hat also ich habe einen Podcast gehört beziehungsweise bin noch mittendrin das mag jetzt dem einen oder anderen nicht so gefallen aber es kommt aus der Serial Ecke und heißt S-Town S-Town steht für Shit-Town und es ist eine Geschichte aus einer kleinen amerikanischen Stadt und die höre ich gerade mit sehr viel Freude Stück für Stück worum geht es da? ist das auch so eine Aufklärung eines Verbrechens oder so? ja nee nicht wirklich nee nee da geht es erstmal um also ohne zu viel zu spoilern der Reporter der das die Geschichte erzählt wird von einem Menschen dort angeschrieben dass er in einem unglaublich beschissenen kleinen Stadt lebt und dass es dort einen Mord gegeben hätte und da stellt sich nachher raus dass das wohl nicht passiert ist aber es geht dann mehr um diesen Menschen plötzlich um dessen Geschichte und das ist trotzdem eine schön erzählte Geschichte auch wenn es aus der Serial Ecke kommt und ich weiß dass in gewissen Kreisen viele das irgendwie doof finden weil es halt nicht Podcast in unserem Sinne ist aber es ist eine schöne Geschichte und man kann sie sich als Podcast ganz einfach runterladen deshalb sage ich mal das kommt im weitesten Sinne aus der Podcast Ecke ja wunderbar dankeschön muss ich mal man muss allerdings mit dem Akzent etwas kämpfen also das ist im Süden in den Südstaaten Akzent ist das aber das wird aber trotzdem also ich finde es cool ja okay dankeschön das klingt nicht uninteressant ich meine Serial ist ja man kann davon halten was man will das Problem ist ja das wurde uns hier verkauft als das ist der Podcast Nummer 1 und so müsst ihr auch werden wir haben aber verschwiegen dass da nicht eine Person arbeitet sondern eine ganze Redaktion im Hintergrund gewerkelt hat da kann man es ist gutes es ist gutes Storytelling ja da sagt ja auch keiner was dagegen und es ist natürlich sehr produziert und alles aber es ist eine schöne Geschichte und eine interessante Geschichte spannende Geschichte ich bin mittendrin weiß noch nicht wie sie ausgeht super gut dankeschön dann gehen wir weiter Lars hast du einen Blütenschatz mitgebracht ja ich habe tatsächlich einen mitgebracht besonders kreativ bin ich da nicht gewesen allerdings habe ich auch seitdem nicht so viel gehört und ich hatte diesen Blütenschatz tatsächlich zwischenzeitlich auch verschwitzt der sollte nämlich eigentlich schon eher dran kommen es geht um die methodisch inkorrekt Folge 102 es ist jetzt nicht so dass mich das besonders beeindruckt hätte aber ich habe einfach einen unheimlichen Spaß gehabt an dieser Folge die Folge trägt den Titel ich kann das nicht und das hat auch einen guten Grund aber bevor ich dazu komme möchte ich eben erwähnen diese Folge war die Urlaubsfolge die haben Reinhard und Nikolas vor dem Urlaub noch schnell eben produziert und da sind lauter Urlaubsthemen drin die irgendwie halt wissenschaftlich aufbereitet sind wissenschaftliche Paper zu irgendwelchen Sachen die einen Urlaubsbezug haben und da habe ich also sehr viel sehr viel Freude dran gehabt und ein besonderes Highlight war dann tatsächlich gerade dieses Mal das China Gadget das war dieses Mal ein Gerät um den Nacken zu entspannen irgendwie es sollte also so eine Art ja Massagegerät sein funktioniert allerdings mit Strom und was dann passierte gab eben der Episode diesen Titel ich kann das nicht und das klingt jetzt irgendwie nach Clickbait deswegen habe ich einen kleinen Einspieler mitgebracht Nikolas sagte mir das geht klar und ich soll hier im Sendegate auch alle nochmal grüßen ich hoffe das mit dem Einspieler geht jetzt gut ich starte mal achso ich könnte auf Mode mal drücken ich würde da überhaupt nichts drauf drücken ich bin mir auch total bescheuert ich bin mir das Sprunglös legst du das jetzt ernsthaft noch an den Nacken ich guck mal warte mal ich mach es erstmal aus so hier bitte ich will da nichts ich will da nichts mit zu tun haben ey ich hasse das meine Hand kribbelt immer noch nee dann mach ich nicht nee komm hier was muss ich jetzt leg das mal dahin drück einmal auf ich hasse Schwimmschläge drück einmal auf plus bitte das ist dann das niedrigste das ist das niedrigste ich hasse das ja so jetzt kannst du mal eigentlich sollst du sie am Nacken haben aber du kannst mal beide Finger auf die beiden schwarzen Kontakte legen ich kann das nicht ach komm da hast du im Labor schon Schlimmeres abbekommen ja und das Ganze zieht sich eine ganze Weile hin wobei damit nicht gemeint ist dass das langweilig ist sondern die beiden haben irgendwie Spaß Nikolas hat so eine gewisse Respekt vor dem Strom und Reinhard probiert das Ding beinhart komplett durch glaube ich auf allen Stufen und hat so auch seine Erlebnisse damit und ich hatte beim Hören unfassbar viel Spaß drum ist das mein Blütenschatz ganz groß ich habe die ganze Zeit hier mitgelacht weil ich mich erinnerte wie sie auf der einen Seite gelitten haben auf der anderen Seite dann aber auch so absurd also Reinhard hat ja dann irgendwie abgedreht also es war wunderbar wunderbar großer Spaß großer Hörspaß sehr schön Podcaster leiden mögen die Hörer das ne oh ja ja es ist erstaunlich der Nikolas ist ja hat doch also der klettert die steilsten Wände rauf der fährt mit dem Fahrrad Strecken wo man denkt das sind immer Berge wie geht das aber er hat zum Beispiel Angst vor platzenden Luftballons das finde ich so irre irgendwie so wunderschön und Strom am Nacken will er auch nicht haben sehr gut ich bin mal in der frühen Podcast Folge in einen Elektrozaun von Kühen reingelaufen Aua ja das war dann ich hab's dann dringelassen den Schmerzesschrei das ist nach wie vor für die die damals schon zugehört haben die legendäre Episode sehr geil super sag mal Martin ja hast du auch einen Blütenschatz ja ich hab auch einen Blütenschatz der ist aber nicht so lustig sondern mehr so was zum Nachdenken und zwar hat die Katrin Rönecke die den Lila Podcast ja mitgestaltet hat sich unterhalten mit Janett Müller und Michaela Werner das sind zwei Transfrauen und hat sich so ein bisschen über das Transsein und die das Leben im ja im falschen Körper sozusagen und was alles was das bedeutet und wie man also dieser ganze Weg wurde ein bisschen beschrieben ich fand das waren sehr eindrucksvolle Aussagen die da gemacht worden sind also Janett und Michaela kenn ich ab durch solche Treffen halt persönlich Janett jetzt auch hier bei Potstalk vor kurzem wieder getroffen und ist aber noch nochmal sehr also mir ist es ziemlich nahe gegangen nochmal zu hören wie sie dann zum Beispiel als Kinder und Jugendliche irritiert waren von den Entwicklungen sich irgendwie mit Mitschülern auseinandergesetzt haben und so weiter doch eine verdammt schwere Zeit und man kann das echt nachspüren die die Katrin hat in dem Beitrag auch zum ersten Mal zumindest für mich zum ersten Mal wahrnehmbar in etwas andere Form gewählt sondern die nämlich die Form des gebauten Beitrags sie hat so Interviewanteile dann hat sie wieder was im Off gesprochen dann kommen wieder Interviewanteile hast du ein bisschen zusammengesetzt das Ganze und die Folge heißt nenn mich bitte einfach Frau und das ist schon ein sehr schöner ja das ist der Kern womit es gleich anfängt nämlich es geht darum wie nennt man jetzt Menschen die diese Eigenschaft haben und am Ende sagt Janett ja nenn mich doch einfach Frau und ich habe hier ein kleines Hörbeispiel mitgebracht beziehungsweise halt wenn jemand gar keine Ahnung hat und da komplett da neu reinkommt oder beziehungsweise erstmal drauf stößt der hat dann glaube ich da schon ein bisschen seine Probleme was ist denn jetzt was wenn jetzt ein Mann sich ab und zu mal als Frau verkleidet sozusagen ist der jetzt transsexuell oder ist er nicht trans ist er transgender was bedeutet das wenn er dann plötzlich wieder als Mann auftaucht oder ja das sind alles so schwierige Sachen denke ich für jemanden der da außen steht nicht verstehen kann es ist da so kompliziert transgender transsexuell crossdresser transvestit transsternchen wie will denn Janett genannt werden muss ich aus dieser liste auswählen du kannst auch ein anderes wort nehmen ja dann nämlich Frau zack erwischt auf die idee bin ich natürlich nicht gekommen ja manchmal liegt das einfache ja auch so weit so fern aber ich kann Katrin da sehr gut verstehen wenn man sich da so in das Thema so rein nerdet dann liegen die einfachen Lösungen manchmal ziemlich weit weg ich fand diese Bemerkung nenne mich einfach Frau einfach so entwaffnend einfach und Janett erzählt auch so schön in der in der in der Episode also wirklich es ist mir ans Herz gegangen das ist mein Blütenschatz von dieser Zeit Marc ich hab die auch gehört übrigens ach so und wie war dein Eindruck sehr beeindruckend absolut hörenswert ganz klare Empfehlung sind wir uns einig das ist schön Marc hast du denn auch was aber sowas von lang 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 ist her und jetzt ist es mal wieder soweit mein Blütenschatz ist der Podcast Rechtsbelehrung ein Yoga Podcast mit Markus Richter und Thomas Schwenke keine einzelne Episode sondern dieses komplette Sammelsurium an Episoden die möchte ich gerne mal als Blütenschatz hier vortragen Prima wir waren ja auch schon mal zu Gast hier im Sendegarten beide haben aus ihrem aus ihrem Werk erzählt und immer wieder immer wieder gut hab ich sogar letztens eine Episode da heraus ne gar nicht war aber einen Beitrag von Herrn Schwenke hab ich in einer internen Schulung benutzt und das hat mir sehr geholfen also kann ich nur empfehlen sehr gut ach guck an ne ich hab mich halt wieder gefragt so ab Dienstag so Marc was was sagst du denn am Donnerstag was ist dein Blütenschatz gestern Abend wurde mir klar ich höre eigentlich seit seit ein paar Monaten eigentlich nur einen richtig regelmäßig und das ist eben der und der erscheint noch nicht mal irgendwie in einer festen Taktung und ich war ganz überrascht dass ich den noch nie irgendwie mal erwähnt hatte von daher war das jetzt in dem Falle relativ einfach wo du dann hier so quasi genötigt wirst irgendwas zu sagen du weißt schon dass du nichts haben musst ne aber es ist langweilig es ist langweilig wenn du immer sagst ja Mut mehr Mut zu keinem Blütenschatz das ist nett ein zwei Mal und dann ist wieder deswegen bist du so oft nicht erschienen weil du keinen Blütenschatz hattest das ist aber ein hoher Preis genau ich hab mich so geschimpft während der während eurer Live-Folgen hab ich dann da gesessen hab geweint und ganz jämmerlich da gehangen man kann auch sagen man hat keinen ja das wusste ich nicht das geht hier wird dir kein Blütenkech dafür abgerissen keine Sorge genau ne aber der das ist ein guter Podcast klärt so einige Fragen auf finde ich gut Sebastian ich schiebe mal die Frage an dich weiter hast du denn mittlerweile einen ja ich musste jetzt auch erst noch ein bisschen überlegen aber ja ich hab einen ich wollte nicht zwei hintereinander sagen ich hab keinen sonst komm ich das nächste Mal musst du krank feiern nicht dass das hier Schule macht also mein Blütenschatz ist die Tonscherbe also von dem Tonscherben Podcast die Scherbe 52 den der Dennis macht und ja die dreht sich halt nochmal ein bisschen um Potsdok da ist unter anderem auch das der Soundcheck zu hören den wir das letzte Mal auch eingespielt haben aber was mich da ein bisschen überrascht hat und was ich sehr schön fand weil ich diese Lagerfeuer Atmosphäre dieses Jahr überhaupt nicht genießen konnte weil zeitlich ich hab da schon geschlafen ist da auch ein wenig ja Musik dabei die der Uli Gebhardt vom Proton Podcast vom Lagerfeuer ja gespielt hat und das fand ich sehr schön ich bin ein bisschen traurig das nicht live mitbekommen zu haben aber so wurde es für mich auch nochmal archiviert ja das ist doch die Ode von dem ich jetzt nicht mehr genau weiß wie es geht und und die Fortsetzungsode zu der ersten Ode ne wo er da spielt auf der Gitarre genau ja ja wo ich mich weggeschrien habe also die Texte sind einfach nur klasse wirklich klasse schön ganz groß ganz groß schön okay haben wir dann alle durch ja ne dann haben wir es meine Herren wir haben die Sendung im Sack yay das war die 32. Ausgabe des Sendegartens heute war dabei der Lars der Sebastian der Marc ich der Martin und unser lieber Gast auf der Gartenbank Chris Marquardt vom Happy Shooting und vielen anderen Podcasts angeboten die wir im Laufe der Sendung besprochen haben und die man auch noch in den Shownotes nachlesen kann ich danke euch allen und ganz besonders aber Chris Chris fang ich schon an Chris oh weia es ist spät ich danke euch auch ich danke euch auch das war schön hier oh fein fein dass du dich wohl gefühlt hast genau dass du vor allem so lange durchgehalten hast ja genau ich als Nachtmensch das passt schon hast du okay dann haben wir deine passende Zeit erwischt ja ja und ein bisschen Wein dazu dann kann man das auch ertragen ne okay aber ein bisschen Sendegarten nüchtern geht doch gar nicht das war Spaß das war Spaß wir trinken nur Kräuterbohle hier ich bleib bei Wasser ja ja okay ja dann vielen Dank auch allen Hörerinnen und Hörern und allen Menschen die uns im Chat so begleitet haben da sind ja doch wieder einige nette Kommentare gekommen und auch eine kleine Internetdiskussion die ich nicht ganz so verfolgen konnte aber ich sehe immer dass da so die Zeilen durchlaufen und dann sehe ich schon da ist einiges getan ja dann würde ich sagen achso ich hätte noch einen kleinen Rauswerfer sozusagen und zwar gibt es ja den damals TM Podcast das ist der Ajuvo und der hat sich diesmal zur letzten neuen Episode über West-Berlin den Frank den Melonator genommen die beiden sind ja nun auch schon ein paar Tage älter deswegen habe ich wahrscheinlich auch so eine Neigung dazu und haben dann mal so erzählt wie es früher denn in West-Berlin gewesen ist da habe ich zwei süße kleine Ausschnitte noch mitgebracht die können wir noch als Rausschmeißer hören da muss ich doch sehr drüber schmunzeln und ansonsten sage ich mal danke fürs Zuhören fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal Tschüss zusammen Tschüss 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 und ich weiß auch noch weil du von der Klassenreise sagtest ich hatte mal eine Klassenreise in die Gegenrichtung von Berlin wir hatten ja stark subventionierte Klassenreisen und Erholungsreisen zu Schulandheimen im Westen damit die Kiddies mal aus dieser eingemauerten Stadt rauskommen und aus der Berliner Luft denn die war ja DDR-Standard da wäre dauernd Smogalarm gewesen aber heftig liebe Kinder wenn ihr heute anno 2017 denkt unsere Umwelt sei in schlechten Zustand dann möchte ich euch mal live 1970 zuschalten euch mal einen Fluss zeigen und mal einmal durchatmen lassen und das war in der DDR und in West-Berlin noch viel viel schlimmer und damals war es halt so wenn man dann mit dem Bus losfuhr als Schulklasse dann wurde in Helmstedt erstmal wurden die Telefonzellen damals gab es Telefonzellen das waren so Häuschen da hingen Telefone drin und die wurden dann erstmal gestürmt und zu Hause angerufen mit der Aussage wir sind jetzt durch wir sind gut durch die Zone gekommen wir sind durch die Zone jetzt durch und man kriegte auch Verlangen beim Hausmeister an der Unimensa für eine Mark 50 so ein Fresspaket und da waren dann diese Ballenbosen drin und abgelaufene Bundeswehreinwandpackungen Gefechtsrationen und so davon musste der Student dann halt am Sonntag leben so war der Gedanke für eine Mark 50 das haben die wenigsten gemacht aber man konnte sich auf die Weise so billige Konserven besorgen das war natürlich ich weiß so diese U-Boot-Margarine in Tuben was so synthetische Margarine die ohne Kühlung vier Jahre haltbar war also richtig aus Braunkohle gemachte Margarine nannte sich U-Boot-Margarine das war vielleicht ein Zeug das war vielleicht ein Zeug das war vielleicht ein Zeug